Wenn ein Bild gerade ist, es ist wirklich wunderlich, aber ich freue mich. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große und besondere Freude, Sie hier im Saal des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig begrüßen zu dürfen, denn der heutige Tag markiert für mich ganz persönlich in diesem Ausnahmejahr für uns alle den späten Start in die Veranstaltungssaison. Denn es ist tatsächlich so, ich habe am 1. April die Leitung dieses Hauses übernommen und seitdem hat keine einzige öffentliche Veranstaltung hier stattgefunden. Also ein besonderer Moment für mich. Ab heute also können wir wieder im Rahmen des Möglichen Veranstaltungen durchführen und der Rahmen des Möglichen, das haben Sie schon bemerkt, ist dabei recht eng gesteckt, denn es bedeutet unter anderem, dass eben statt wie gewohnt 200 Menschen im Saal nur 40 Personen Platz finden. Aber immerhin, wir tasten uns behutsam vor in diese sogenannte neue Normalität. Einheit und Freiheit, ein gleichsam bedeutungsschweres wie umkämpftes Begriffspaar, steht im Mittelpunkt des Symposiums. Nicht zuletzt die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und die Entwicklungen in Belarus führen uns dieser Tage immer wieder vor Augen, wie fragil und wertvoll Freiheit und Einheit sind. Für Deutschland und die jüngere Vergangenheit ist natürlich die friedliche Revolution die zentrale Wegmarke zu Freiheit und Einheit. Umso mehr freut es mich, dass mit dem Theodor-Litt-Symposium dieses wichtige Thema in Leipzig in den Blick genommen wird, unweit der historischen Orte. In wenigen Tagen jährt sich nämlich jene friedliche Demonstration von etwa 70.000 Menschen zum 31. Mal, die das Ende der DDR einleiten sollte. Der 9. Oktober ist für Leipzig der Tag, an dem Einheit und Freiheit gefeiert werden. Und es ist, obwohl uns Einheit und Freiheit vielleicht selbstverständlich erscheinen mögen, so wichtig daran zu erinnern, dass sie uns nicht geschenkt wurden. Die entsprechenden Denkmalprojekte in Leipzig und Berlin haben in den letzten Jahren immer wieder zu hitzigen Debatten geführt. Der Berliner Erinnerungsort wird nun, nachdem der Bundestag bereits 2007 zugestimmt hatte, seit Mai 2020 errichtet. Wir beobachten gespannt, wie es in Leipzig mit dem Denkmal weitergeht. Und ich darf Sie an dieser Stelle auf unsere Dauerausstellung verweisen, denn wir zeigen sowohl die drei Entwürfe für Leipzig als auch das Modell des Siegerentwurfs für das Berliner Denkmal in unserer Dauerausstellung. Generell treibt uns natürlich das gesamtgesellschaftliche Ringen um Einheit um, und zwar auch und ganz besonders im 30. Jahr der Einheit. Unsere Dauerausstellung bietet vielfältige Anlässe, über das Thema in Austausch zu treten. Und wir beobachten immer wieder, dass Besucherinnen und Besucher aus Ost und West auch ins Gespräch kommen. Und das ist natürlich im Prinzip auch ein Glücksfall, dass ein Museum ein Ort der Kommunikation ist. Und das sind Debatten, die in den letzten Jahren vielleicht zu wenig Gehör fanden, aber anlässlich von Einheit 30 und darüber hinaus gestärkt werden sollten. Auch der Zeithistoriker Markus Böck sprach sich erst diese Woche in einem Zeitungsinterview für einen offenen Dialog und empirische Grundlagenforschung aus, Zitat, die offen sein muss für all die Widersprüche dieser Umbruchs- und Revolutionszeiten. Und er fügte weiter an, dass allzu überkommene Ost-West-Frontstellungen durch neue Perspektiven und Argumente überwunden werden können, Zitat Ende. Einheit braucht das Gespräch und neue Blickwinkel. Freiheit, um nochmals den zweiten Teil des Paares aufzugreifen, als gefährdetes Gut und große Ressource, zieht sich gewissermaßen als roter Faden durch unsere Ausstellung. Vom Ende der nationalsozialistischen Herrschaft über den Aufbau des Staatssystems in der DDR und die neuerlichen Einschränkungen von Freiheiten bis hin zum Kampf um Freiheit sowie zum Ende der DDR. Und natürlich nehmen wir die Transformationszeit in den Blick, in der Freiheiten noch mal ganz neu verhandelt wurden. Aber mehr noch, am Ende stehen Fragen nach dem Status quo in Sachen Freiheit und ganz dinglich verabschiedet unsere Wortskulptur Freiheit des Berliner Künstlers Hüseyin Arda unsere Gäste am Ende ihres Rundgangs. Und ich darf an dieser Stelle verraten, wir wurden 2015 auf diese Skulptur aufmerksam, weil in ähnlicher Form das Wort Einheit vor dem DHM in Berlin stand. Und derweil haben wir sowohl Freiheit als auch Einheit in unserem Bestand. Nun darf ich Sie darauf hinweisen, dass während der Veranstaltung zu unserer allerbesten gelegentliche Lüftungen erfolgen werden. Lassen Sie sich davon bitte nicht irritieren und bleiben Sie vor allem im Raum. Und ich muss Sie darauf hinweisen, dass auch im Sitzen an den Plätzen die Maskenpflicht weiter einzuhalten ist. Das ist sicher unangenehm, aber wir kommen heute nicht darum herum. Nun möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich danken, die dieses für mich so besondere Format und dieses wichtige Thema an diesen Ort gebracht haben. Ich wünsche dem LIT-Symposium ganz spannende Beiträge, anregende Diskussionen, dass die Technik gut funktioniert, wie sie soll und einen ganz fruchtbaren Verlauf. Und ich hoffe, dass Sie sich trotz der Umstände der Besonderen bei uns im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig wohlfühlen und dass Sie gesund bleiben. Alles Gute. Ja, meine Damen und Herren, Frau Brettschneider, ich darf Sie alle ganz herzlich im Namen der Deutschen Gesellschaft hier begrüßen. Ich begrüße niemand namentlich, aber alle ganz, ganz freudig. Vor allem, weil nur der, der hier vorne steht, das Privileg hat, mal durchzuatmen und die Maske abzunehmen. Dennoch wurden mir nur sieben Minuten zugebilligt. Deswegen möchte ich in aller Kürze versuchen, so ein bisschen die Logik des heutigen Symposiums zu umreißen. Eine Beziehungsgeschichte, eine deutsche Beziehungsgeschichte, Einheit und Freiheit. Beziehungsgeschichten sind oft kompliziert. Der eine, die andere wird es wissen. Man diskutiert oft nächtelang. Wir haben uns einen Tag dafür genommen, für diese politische Beziehungsgeschichte. Wir haben jetzt sehr oft in den Medien Diskussionen über 30 Jahre deutsche Einheit. Ich ärgere mich manchmal darüber, wenn ich abends beim Zeppen jetzt diese Woche nacheinander erst Frau Kipping, dann Frau Pau und gestern Gregor Gysi als Stimme des Ostens und als Stimme, wie es mit Freiheit und Einheit in unserem Lande steht, vernehmen darf. Dies, denke ich, ist doch etwas einseitig. Wir gehen heute nicht 30 Jahre zurück. Wir sind unbescheiden und gehen 200 Jahre zurück bis zum Wartburg-Fest. Wir wollen sozusagen den Dingen auf den Grund gehen und wollen zeigen, dass es neben den Katastrophen der deutschen Geschichte, über die wir uns ja immer auseinandersetzen und die wir auch immer mahnend erwähnen, eben auch eine Demokratiegeschichte gibt mit langen Wurzeln. Wir tun es, weil wir es mit dem spanischen Philosophen Santayana halten, von dem der Satz stammt, den es in verschiedenen Variationen gibt. Ich zitiere ihn immer so. Wer das Vergangene vergisst, ist dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben. Deswegen sind wir als deutsche Gesellschaft auch immer bestrebt, diese historischen Aspekte möglichst der jungen Generation, Schulklassen und jungen Leuten nahe zu bringen, weil wir der Ansicht sind, man muss zurücksehen, um die Zukunft richtig und positiv zu gestalten. Wir erinnern oft zum Beispiel an den 18. März 1848, der immer noch zu wenig beachtet wird, der erinnerungskulturell leider ein Schattendasein führt. Ich selber habe jahrelang oder gar jahrzehntelang, kann man sagen, darum gerungen, dass er nun endlich in dem Platz vorm Brandenburger Tor mit Platz des 18. März wenigstens im Stadtraum ein Gedenken findet und dass der Friedhof der Märzgefallenen zu einer nationalen Gedenkstätte mit umgewandelt wurde. Wie gesagt, wir müssen uns unserer Wurzeln auch bewusst sein und sie bewusst machen und sie immer wieder hervorkehren und uns immer wieder darauf beziehen. Wir haben heute einige etwas provokant formulierte Blöcke. Wie viel Freiheit vertragen wir? Das ist sicher eine spannende Frage an eine Liberale gestellt. Ist nur über den Wolken die Freiheit grenzenlos? Wir werden darüber debattieren. Wie viel Einheit brauchen wir? Das ist nun gerade für die Corona-Geschädigten auch eine Frage, die sich jedes Mal vergewissern müssen, in welchem Bundesland bin ich jetzt eigentlich? Was darf ich hier? Was darf ich dort? Das ist ja zum Teil kurios, aber ist auch nur an der Oberfläche eine Frage der Einheit. Wir fragen mehr nach dem Zusammenwachsen und wir fragen mehr nach dem tatsächlichen Stand der Einheit heute. Last but not least schließen wir mit dem Bauen, schließen mit Professor Mausbach, der das Bauen nicht sein lassen kann. Er war maßgeblich beteiligt daran, dass wir in Berlin nun tatsächlich, Sie haben es gesagt, nicht mehr das Piepen der Fledermäuse hören am Freiheits- und Einheitsdenkmal, sondern sehr große, lange Bohrer dort in das Berliner Urstromtal sich reinbohren und tatsächlich gebaut wird. Wie es in Leipzig aussieht, werden wir hören. Da bin ich selber gespannt. Zu Berlin kann man sagen, wir wollten es eigentlich dieses Jahr eröffnen, diese sogenannte Einheitswippe, so hat sie der Volksmund genannt. Die Initiatoren möchten den Begriff Einheitswaage durchsetzen. Man muss sehen, ob es klappt, ob sie erfolgreich sind. Wie immer, wir hätten sie dieses Jahr, wie geplant, auch nicht einweihen können wegen Corona. Denn das Spezielle dieses Denkmals ist, dass die Menschen sich zusammentun müssen und auf eine Seite dieser Waage gehen müssen. Und wenn sie es nur mit Abstand oder gar nicht tun können, dann klappt auch dieses Denkmal nicht. Also ein bisschen wie bei Schweig, es hat alles einen tiefen Sinn. Wir werden es nächstes Jahr einweihen. Es wird die zentralen Parolen der Leipziger Montagsdemonstrationen tragen. Wir sind ein Volk und wir sind das Volk. Und von daher denke ich, haben wir dann tatsächlich hoffentlich einen Ort des Nachdenkens, der nicht nur von Schulklassen als Gaudi empfunden wird, dort zu wippen, sondern der auch zum Nachdenken anregt. Das Gleiche wünsche ich uns heute mit dieser Veranstaltung. Spannende Beiträge, interessante Diskussionen, einen insgesamt zum Weiterdenken und Nachdenken anregenden Tag. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt die Einführung vorzunehmen in unser Symposium und möchte zunächst einmal zwei technische Dinge sagen. Einen technischen Punkt erwähnen, nämlich der letzte Tagesordnungspunkt unseres Programmes wird ausfallen. Der Sonderband 9 unseres Theodor-Litjar-Buches hat wie üblich sehr viele Beiträge. Und wenn man ein Herausgeber eines solchen Bandes ist, dann hat man seine Sorgen damit, dass alle pünktlich arbeiten. Und das war in diesem Falle eben leider nicht erfolgreich. Wir werden aber das in Kürze nachholen und überlegen auch, wie wir das dann öffentlich kommunizieren, dass dieser Band erscheint. Denn er enthält ja auch die Beiträge des vorjährigen, und jetzt sind wir uns hier in diesem Raum. Und wir sind immer froh, wenn wir das dokumentieren können. Aber wir ergänzen es dann meistens auch noch durch Beiträge aus der Theodor-Lit-Forschung, die uns ja besonders am Herzen liegt. Meine Damen und Herren, ich möchte, dass Sie auch ein bisschen einmal Theodor-Lit selbst erleben und habe deshalb diesen Film hier ausgesucht, in dem Theodor-Lit erklärt hat im Jahr 1959, welche Aufgabe die Philosophie in unserer Zeit hat. Bitte betrachten Sie das. Der Theodor-Lit ist in unseren Tagen ein Schicksal der Verfahren, an das sie bereits gewöhnt ist. Wieder einmal ist sie in aller Form totgesagt worden. Die Begründungen, mit denen diese Abweisung auftrat, sind nicht eben neu. Auf der einen Seite wurde ihr vorgeworfen, dass sie durch die endlosen Widersprüche aller philosophischen Behauptungen die Resultatlosigkeit ihres Bemühens wirklich bekundet. Und auf der anderen Seite hat man darauf hingewiesen, dass ja doch längst die Aufgabe der Philosophie übergegangen sei an die eigentlichen Fachwissenschaften. Indes kann man feststellen, dass so wenig wie früher auch heute Aussicht darauf ist, dass die Philosophie dieser Aufforderung zur Abtankung Folge leiste. Im Gegenteil wird man kündig behaupten dürfen, dass es selten eine Zeit gegeben hat, die durch ihre ureigensten Anliegen so auf die Philosophie hingedrängt wird, wie die unsere. Auf der einen Seite ist hinzuweisen auf die Tatsache, dass unser Leben in der Öffentlichkeit, in der Organisation der gemeinsamen Dinge in einem Maße verwissenschaftlicht worden ist, die es früher, das es früher nicht gegeben hat. Diese umfangreiche Verwissenschaftlichen des Daseins aber verlangten ihrerseits gebieterisch nach einer beaufsichtigenden Instanz, die dazu sieht, ob diese Mitarbeiterwissenschaft an der rechten Stelle in der rechten Weise erfolgt und ob sie sich innerhalb der gebotenen Grenzen hält. Fällt diese Art von Beaufsichtigung fort, dann kann es geschehen, dass die Wissenschaft an falscher Stelle und mit falschen Ansprüchen in den Gang der Dinge sich einmengt. Diese Beaufsichtigung aber kann durch keine andere geistige Macht ausgeübt werden als durch die Philosophie. Denn sie allein hat den totalen Überblick über die Ordnung und Zusammenhänge des Lebens, dessen es bedarf, damit diese Aufsicht in sachkundigerweise ausgeübt werde. Das ich eben dargelegte, zeigte zunächst einmal in dem ganzen Umfang derjenigen wissenschaftlichen Erleuchtungen, die wir der neuen Physik und ihren praktischen Anwendungen in der Technik zu verdanken haben. Gerade hier zeigte es sich unwidersprechlich, dass das physikalische Denken von sich aus zu Fragestellungen weiter treibt, die nur als solche der Philosophie betrachtet werden können. Wenn der Physiker etwa im Verfolg seiner physikalischen Fragestellungen sich darüber unterrichtet, weshalb er gerade diese Methoden anwendet, weshalb er gerade in diese Schwierigkeiten und Widersprüche verwickelt wird, dann wird er automatisch zum Philosophen seiner eigenen Wissenschaft. Mancher Physiker unserer Tage, der sich anbildet, dass er lediglich als Physiker das Wort ergreife, ist in Wahrheit zum Philosophen der physikalischen Wissenschaft geworden. Und das Recht gilt das Gleiche, wenn die physikalische Wissenschaft mit ihren Methoden, die ihr gesetzten Grenzen überschreitet und sich einbildet, solche Grundprobleme in Angriff nehmen zu können, die in Wahrheit ihrer Kompetenz endgültig entzogen sind. Auch hier hat die Philosophie die Aufgabe, das Veto auszusprechen, wenn eine solche Grenzüberschreitung stattfindet. Da sind die Wissenschaften vom Staat, von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, von der Erziehung, von denen keine einzige entbehrt werden kann, wenn unser modernes Leben mit den Aufgaben der betreffenden Lebensgebiete fertig werden will. Aber in all diesen Fällen bedarf es eben jener Oberinstanz, die zusieht, wie weit sich die Erleuchtungen erstrecken, die die besorgten Wissenschaften hergeben und an welcher Stelle die unmittelbaren Impulse des gelebten Daseins über die Wissenschaft hinausgehen und sich selbst zur Geltung bringen müssen. In dieser Hinsicht also dürfen wir bereits sagen, dass, wenn wir die Philosophie verabschieden würden, die Mitarbeiterwissenschaft an unserer Lebensgestaltung zuletzt führelos sein würde. Aber noch viel wesentlicher für die Erhaltung der Philosophie ist ein zweites. Kein denkender Mensch wird bestreiten, dass unser gegenwärtiges Zeitalter in eine Daseinskrisis hineingeworfen worden ist, die eine Fülle von letztlich entscheidenden und unengschwer beantwortbaren Fragen aufwirft. Kein denkender Mensch wird es sich versagen, diese letzten Fragen in das Licht der Besinnung zu rücken. Wenn er das aber tut, dann übt er eine Denktätigkeit aus, die im tiefsten Philosophie ist, ob er es weiß und will oder nicht. Wenn wir in dieser geschichtlichen Situation die Philosophie verabschieden wollten, dann würden wir in aller Form erklären, dass wir uns die Besinnung auf die durch diese Daseinskrisis aufgeworfenen Fragen in aller Form untersagen. Ja, dass wir gerade so darauf verzichten, über Sinn, Recht und Auftrag des Menschen überhaupt in prinzipieller Form nachzudenken. Würde es unserem Zeitalter wohl zur Ehre gereichen, denn es in dieser Form die letzte Besinnung über die grundlegenden Daseinsfragen aus seinem geistigen Haushalt verbanden. Mir scheint umgekehrt, dass wir mit dieser unserer Daseinskrisis überhaupt nicht zurechtkommen können, es sei denn, dass wir immer wieder den Versuch unternehmen, in die letzten Tiefen der hier sich aufwerfenden Probleme vorzudringen. Und in diesem Sinne glaube ich allerdings sagen zu dürfen, die Philosophie ist tot, so sagen ihre Gegner, es lebe die Philosophie. Meine Damen und Herren, ich kann diesen Beitrag natürlich genau in dieses Spannungsverhältnis hineinbeziehen, das Herr Wieland gerade angesprochen hat. Wir müssen zurückdenken und wissen, was vor uns war, damit wir die Zukunft einigermaßen sinnvoll gestalten können. Und bei Theodor Litt ist das nun ein besonders, ja, wie soll ich es mal sagen, signifikantes Beispiel dafür, was jemand, der in den 20er Jahren hier nach Leipzig gekommen ist, des letzten Jahrhunderts, also vor rund 100 Jahren nach Leipzig gekommen ist und als Rektor im Jahr 1931 mit dem Nationalsozialistischen Studentenbund in eine heftige Auseinandersetzung geraten ist, die Universität musste wegen Krawallen, die es gab, weil Litt die Hissen der Hakenkreuzfahne auf dem Universitätshauptgebäude verboten hat, musste die Universität geschlossen werden für einen Tag. Und natürlich war es dann nach der Machtergreifung, dann hat sich so, dass Litt heftigsten Repressionen ausgesetzt war und er lieber auf seine Professur verzichtet hat, als sich bereit zu finden, den nationalsozialistischen Führungsanspruch anzuerkennen. Dasselbe passierte ihm aber dann nach 1945 noch einmal. Er war reaktiviert worden. Die Amerikaner, die ja zunächst in Leipzig waren, wollten ihn zum Rektor einsetzen, weil bekannt war, was für ein fundamental orientierter Demokrat er war. Das hat Litt seinerzeit abgelehnt, sondern hat sich darum bemüht, auf das Erziehungswesen der späteren DDR und damals noch der Ostzone, Einfluss zu gewinnen durch einen großen Vortrag, den er 1946 in Ostberlin gehalten hat, vor der dortigen Zentralverwaltung für das Bildungswesen und indem er sowohl ein Beispiel des Nationalsozialismus auch schon Beschränkungen der damals merkbar werdenden Versuche einer im Sinne des historischen Materialismus neuen Ideologie zu bekämpfen. Er ist dann 1947, weil er auch Vorlesungsrepressionen schon wieder unterworfen worden ist, einem Ruf an die Universität Bonn gefolgt. Er war damals 67 Jahre alt und hat dann noch fünf Jahre am aktiven Dienst an der Universität Bonn gewirkt und gleichzeitig sich intensiv in die Debatten über die politische Bildung eingebracht. Die erste Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung, die damals noch für Heimatdienst hieß, hat ihn als Autor, nämlich er hat geschrieben über die politische Selbsterziehung des deutschen Volkes, eine Publikation, die bis in die 60er Jahre praktisch jedes Jahr neu aufgelegt wurde und die er dann erweitert hat in einer dieser Ausgaben, nämlich der von 1954, hat er dann auch seinen Ostberliner Vortrag von 1946 wieder abgedruckt. Ja, das zu ihm und nun will ich doch versuchen, in unser Thema einzuführen und dazu ist mir noch etwas aus der Geschichte in die Hände gefallen, nämlich vor wenigen, vor zwei Jahren, habe ich eine Ansprache gefunden, die ich im Jahr 1959, Anfang Juni 1959, damals als Abiturient auf dem Marktplatz von Garmisch-Partenkirchen gehalten habe, weil damals eine Fahnenstaffette des Kuratoriums Unteilbares Deutschland, die in Mittenwald, also an der Grenze zu Österreich, gestartet war, in Garmisch ankam, wo dann eine Gruppe von meinen Mitschülern die Fahnen aller deutschen Länder übernommen hat, um sie weiter nach Norden zu tragen. Die sollte dann am 17. Juni, dem damaligen Nationalfeiertag, der ja, weiß Gott, nicht zum Feiern eingeladen hat, angesichts dessen, was die Ursache dafür war, dort sollte sie am 17. Juni ankommen. Und ich habe damals in Anwesenheit des Bürgermeisters vieler Gemeinderäte, aber vor allem von Lehrern und Mitschülern Folgendes gesagt. Vor wenigen Minuten ist die Stafette mit den Fahnen aller deutschen Länder, die das Kuratorium Unteilbares Deutschland gestern an der österreichischen Grenze gestartet hat, mit einem Fahrradkonvoi hier angekommen. Mitschüler unseres Gymnasiums werden diese Fahnen nun nach Norden tragen und den Feichand, das ist der nächste Ort, der nächsten Gruppe übergeben. Am 17. Juni, seit dem Volksaufstand in der sowjetischen Besatzungszone im Jahr 1953, unserem, uns alle nach wie vor schmerzenden Nationalfeiertag. An diesem Tag sollen sie die wieder natürliche Grenze erreichen, durch die unser Land gewaltsam getrennt wird und die nach wie vor Anlass für viel menschliches Leid, die Zerreißung von Familien, aber auch das Auseinanderleben unserer gemeinsamen deutschen Kultur ist. Wir gehören zusammen. Wer wollte bestreiten, dass Lessing, Goethe und Schiller, dass die Gebrüder Humboldt, dass Carl Zeiss und Melitta Benz, dass Verleger wie Kotter und Brockhaus unsere gemeinsamen geistigen Vorfahren sind. Wer wollte die Westdeutschen auf Dauer von Weimar, Jena, Halle, Rostock, Wismar und Leipzig abschneiden. Wenn die Machthaber in Ostberlin so tun, als sei die deutsche Kultur, wie Sie formulieren, ihr humanistisches und sozialistisches Erbe, so irren sie nicht nur, sie vergehen sich an der Wahrheit. Und Lügen waren in der menschlichen Geschichte schon immer der erste Schritt politischer Systeme in ihren Untergang. Gewiss, sie können sich auf die Macht der russischen Bayonette stützen. Das haben sie ja auch schon im Jahr 1953 mit aller Brutalität vorgeführt und damit tausendfaches Leid erzeugt. Aber auf etwas sollten wir vertrauen. Die Wiedervereinigung wird kommen. Und da wir davon überzeugt sind, gilt ja rein logisch und ohne, dass irgendjemand angeben könnte, wann das sein wird, dass dieses Ereignis täglich näher kommt. Dieses Vertrauen dürfen wir nicht aufgeben. Sowohl diese Zuversicht als auch unser Bemühen, die eigenen Möglichkeiten zu einer humanen, gerechten und freiheitlichen Gestaltung unseres eigenen Einflussbereichs zu nutzen. Und diese Aufgabe haben nun einmal wir hier in den westdeutschen Ländern. Solange unsere Landsleute in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg, Brandenburg und den anderen von der Sowjetunion unterdrückten Menschen verwehrt ist, über ihr politisches Schicksal selbst in freien Wahlen zu bestimmen, haben wir die Pflicht, stellvertretend für sie zu fordern und anzuklagen. Und deshalb schicken wir diese Stafette mit den Fahnen der deutschen Länder weiter auf ihre Reise bis dorthin, wo man ihnen geballtsam die Weiterfahrt verwehren wird. In diesem Moment haben wir dann die dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Bei der Ansprache, das ergibt sich aus der Zuversicht, mit der ich die Erwartung ausgesprochen habe, dass die Wiedervereinigung mit jedem Tag näher kommt, habe ich nicht im Traum daran gedacht, dass die Grenze durch unser Land noch viel undurchlässiger werden könnte. Nachdem Ulbricht die Hoffnung auf ein gesamtdeutsch- kommunistisches Deutschland aufgegeben und sich selbst und das Volk eingemauert hatte, löste das bei mir und den meisten Deutschen tiefe Resignation aus. Dazu trug das 1962 vorgelegte sogenannte nationale Dokument bei, in dem Ulbricht sich von der gemeinsamen deutschen Kultur lossagte und eine eigene Nationalkultur der DDR propagierte. Angesichts dieser Entwicklung war die Hoffnung für lange, lange Zeit geschwunden, dass wir die deutsche Spaltung überwinden könnten. Dass wir nun bereits den 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung feiern können, ist nach wie vor ein Wunder, das vor allem deshalb so bedeutend ist, weil das Ziel, ein einheitliches und freiheitliches Deutschland zu erreichen, ohne jede Gewalt, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen, erreicht wurde. Und das ist nun wahrlich ein Grund zur Dankbarkeit, die wir den besonnenen Menschen in dieser Stadt schulden, die das waffenstarrende Regime im Herbst 1989 friedlich und nur mit Kerzen in den Händen überwunden hat. Wir werden bei diesem Symposium versuchen, uns über die Entwicklung, die uns auch heute, trotz aller Sorgen um die Zukunft, immer wieder Mut machen und Zuversicht geben sollte, noch mehr Klarheit zu verschaffen. Dabei soll es uns auch darum gehen, zu ermitteln, worauf wir besonders achten müssen, wenn wir diese friedlich erreichte Situation nicht gefährden wollen. Wir wollen auch überlegen, wie wir der friedlichen Revolution in aller Zukunft würdig und wie man heutzutage sagt, nachhaltig gedenken können. Wir haben allen Grund, uns stets im Gedächtnis zu halten, was wir unseren mutigen Mitbürgern seit damals alles zu verdanken haben. Bis hierher mein Versuch einer Einführung. Es wird nun Herr Professor Dreyer den Vortrag halten, der im Programm angekündigt ist. Das Streben nach Freiheit und Einheit zentrale Weg machen. Herr Professor Dreyer, da darf ich Sie bitten. Herzlichen Dank. für die freundliche Einladung, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Als ich das Thema hier bekam, fühlte ich mich erinnert an eine fiktive Abschlussprüfung eines amerikanischen Colleges, die im Fach Geschichte verlangte, beschreibe die Geschichte des Papstums mit besonderem Bezug auf Afrika, Amerika, Europa und Asien. Ganz so schlimm ist mein Thema nicht, aber beinahe so schlimm. 200 Jahre Freiheit und Einheit zu beschreiben, das geht nicht mit der gleichen Tiefe für alle Bereiche und Sie werden sehen, in dem Moment, in dem 20. Jahrhundert, dass die Freiheitskonzepte etwas dicker werden und auch realer werden, wird mein Vortrag etwas dünner werden. Ich habe einen gewissen Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert gelegt, in der Erwartung, dass Sie die letzten Jahre und Jahrzehnte etwas besser im Kopf haben. Ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, um trotzdem durch zwei Jahrhunderte zu kommen und und ich will das in vier Schritten tun, nämlich mich zunächst abstrakt mit den Begriffen auseinandersetzen. Ich werde dann die zentralen Punkte des 19. Jahrhunderts hervorheben. im dritten Punkt das Kaiserreich als komplexes Zwischenspiel, wenn man so will und dann das 20. Jahrhundert mit seinem Gegenüber und seinem Gegeneinander von Freiheit und Totalitarismus. Das 20. Jahrhundert ist ja ein außerordentlich zerrissenes Jahrhundert. Ja, meine Damen und Herren, was sind nun Freiheit und Einheit? Zwei komplexe Begriffe, vor allem einer davon, nämlich der Freiheit. Ich habe damit mal angefangen, einfach nachzugucken, ich bin schließlich Politikwissenschaftler, rein empirisch, wie wird Freiheit dargestellt in unterschiedlichen Sprachen, was natürlich auch heißt in unterschiedlichen Kulturkreisen. Ich habe nachgeguckt bei Wikipedia, was da zum Begriff Freiheit zu sehen ist und es gibt den Begriff Freiheit in 93 verschiedenen Sprachen auf Wikipedia und ich habe mir dann angeguckt, wie wird er illustriert, wie wird er bebildert, was wird als Symbol für Freiheit genommen und stellt erst mal fest, dass in 37 dieser 93 Artikel es überhaupt keine Bebilderung gab und dann steigert es sich bis hin zu den Weltmeistern, das sind die Deutschen und die Italiener, die elf Bilder jeweils mitgegeben haben. So, was kann man jetzt genau sehen dort? Einzelne Ereignisse und Orte kann man sehen, die Menschenrechtserklärung von 1789, die Akropolis, unterschiedliche Sachen, Gegenstände kann man sehen, eine Medaille, eine Münze, mit der eine Freiheitsstatue gezeigt wurde, Personen, wobei allerdings dann auch interessant ist, dass es keine einzelne Person offenbar gibt, die weltweit mit dem Begriff von Freiheit assoziiert ist, sondern das sind sehr unterschiedliche, wie gesagt, 93 Artikel waren es, die ich mir angeguckt habe, die höchste Fallzahl war John Stuart Mill mit vier Bildern und das ist nicht gerade viel, die meisten haben nur eine einzige Erwähnung bekommen, die meisten Namen davon, wenn Sie sich die kurz angucken, werden wahrscheinlich bekannt sein, John Gray ist ein zeitgenössischer Philosoph heute und Anders Chidenius, muss ich zugeben, den habe ich auch nachgucken müssen, ein finnischer Pfarrer und schwedischer Politiker, der so etwas wie der Adam Smith von Skandinavien gilt und im schwedischen Artikel über Freiheit vorkam. Ein einziges Mal wurde zu meiner Verblüffung nur ein einziges Mal dieses Symbol gewählt als Illustration Amagie. Das ist die erste bekannte Formulierung des Begriffes Freiheit als eines politischen Konzeptes in sumerischer Keilschrift von geraumer Zeit her. Das ist das erste Symbol für Freiheit, das wir kennen. Gewinner der sozusagen kleineren Häufigkeiten war die Magna Carta, die viermal vorkam als Illustration, aber eindeutiger Gewinner in der quantitativen Auswertung waren diese beiden Darstellungen. Einmal die Freiheitsdatue und zum anderen Delacroix die Freiheit führt das Volk, das Bild zur Französischen Revolution von 1830. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, übrigens ist es kein einziges deutsches Ereignis, was in irgendeiner dieser vielen, vielen Artikel über Freiheit gezeigt wurde. Sie sehen, meine Damen und Herren, Freiheit ist ein vielschichtiger Begriff, der sehr unterschiedlich interpretiert wird in unterschiedlichen Kulturkreisen und unterschiedlichen Sprachen. Nebenbei, 93 Sprachen habe ich gesagt, Bayern, München kommt in 105 Sprachen vor, nur um mal die Verhältnisse, was wirklich wichtig ist, auf dieser Welt klar zu rücken. Einheit ist weniger komplex, Einheit ist kein politischer Begriff per se, sondern es wird auf bestimmte Ereignisse oder Ziele eigentlich immer konkret bezogen, während Freiheit ein abstrakter politischer Begriff ist und als solcher zumindest im westlichen politischen Denken ein Zentralbegriff über viele, viele Jahrhunderte hinweg. Und natürlich ist ein solcher Zentralbegriff auch offen für Missbrauch, auch Einheit, aber vor allem Freiheit kann für alles Mögliche missbraucht werden, wo nicht jeder zustimmen würde, dass es wirklich freiheitliche Ideen sind. Also ich habe hier zwei Anti-Corona- Demonstrationen, die Tea Party in Amerika, Freedom Fries, das geht zurück auf den Irakkrieg, als French Fries in Freedom Fries umbenannt wurden, wo man es mit Frankreich dann nicht so hatte. Und ich habe auch Rosa Luxemburg da hineingenommen, wo es vielleicht nicht jeder, wo nicht jeder zustimmen wird, aber wenn man sich den Kontext anguckt, dann wird der berühmte Satz von mir, es wird eindeutig klar, dass damit die Freiheit des andersdenkenden Kommunisten gemeint ist und nichts sonst. Nichts sonst. Also auch nicht gerade ein passender Begriff von Freiheit. Übrigens das Lieblingstheaterstück von einem gewissen Herrn Hitler war Wilhelm Tell und zwar nicht, weil er sich mit Gessler identifizierte in dem Stück, sondern weil er sich selbst als den Freiheitsapostel Wilhelm Tell saß. Also ein komplexer Begriff. Mit Sicherheit auch ein Begriff, der sich wandelt im Laufe der Zeiten. Wenn man zurückgeht an den Anfang meines Berichtszeitraums 1817, ja, ich weiß nicht, wie genau der Begriff Freiheit damals gefasst wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Frauenwahlrecht, starke Gewerkschaften, gleichgeschlechtliche Ehe und religiöse Vielheit in Deutschland nicht unter dem Freiheitsbegriff von 1817 gefasst war. Er entwickelt sich und er ist flexibel im Laufe der Zeiten. So, und damit dann in den Kern der Sache. Ich will, wie gesagt, zunächst einmal das 19. Jahrhundert angucken und zwischen 1817 und 1848, also zwischen dem Wartburgfest und der Paulskirche, liegen übrigens auch mal gerade 31 Jahre, also ziemlich genauso viel wie von der Wiedervereinigung bis heute. Das ist der gleiche Zeitraum, über den wir hier reden. Die liberalen Forderungen im Vormärz, die kann man einigermaßen zusammenfassen. Es sind Verfassung und Grundrechte, die verlangt werden von den einzelnen Staaten, darunter insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit, ein gewähltes Parlament, das nicht ständig zusammengesetzt ist, also nicht altständisch, sondern neuständisch, wie es heißt in der Zeit, also auf Wahl beruhend, allerdings nicht auf einer demokratischen Wahl, sondern mit Zensuswahlrecht, damit die Leute, die ein Stake in Society haben, die Männer von Statur sind und Besitz sind, ein stärkeres Gewicht haben, Budgetbewilligungsrecht als das vornehmste Recht eines jeden Parlamentes, Ministerverantwortung, Juryverfahren vor Gericht, das ist das Einzige, mit dem sie komplett scheitern, was nicht eingeführt wird, aber im Anschluss an England ist das auch eine zentrale liberale Forderung und dann die politische Einheit im Bundesstaat. Verfassungen kriegen sie relativ schnell, das geht schon 1816 los, also direkt nach der deutschen Bundesakte. Zunächst sind es eine ganze Reihe von Kleinstaaten, die sich Verfassungsordnungen geben und dann auch schnell die großen süddeutschen Staaten, Baden, Bayern und Württemberg. Das liegt nun nicht daran, dass man dort die Freiheit so wunderbar hochschätzt seitens der monarchischen Staatsführung, sondern es liegt im Wesentlichen daran, dass diese Länder, diese Staaten Hauptgewinner des Reichsdeputations Hauptschlusses gewesen sind und enorm ihr Gebiet unter Napoleon erweitert hatten und die wollten ihren neuen Bürgern jetzt etwas bieten, damit sie bleiben bei diesen Staaten und nicht die Rückkehr zu alten Herrschaften verlangen und da war in Verfassung eine gute Methode. Überhaupt ist die Verfassungsgebung in Deutschland im 1900 folgt in drei Wellen, erst mal Süddeutschland, dann in den 1830er die Mittelstaaten, nach 1848 kommen die Großmächte dazu. In einzelnen Staaten muss man noch länger warten, aber dazu gleich nochmal. Interessant dabei ist, dass die Inspiration für diese Verfassungsgebung und diese Kodifizierung von Freiheit immer aus dem Ausland kommt. Das sind immer Entwicklungen 1816 das Ende der Napoleonischen Kriege, in den 1830ern die Revolutionen in Frankreich und Belgien, 1848 beginnt die Revolutionsepoche, die Europäische Revolutionsepoche ebenfalls in Frankreich. Es sind immer Reaktionen aufs Ausland und wenn man so will, geht das bis heute hindurch. 1989 ist ja in gewisser Weise auch eine Reaktion auf das, was im Ausland passiert, denn in Polen und in Ungarn, man mag es heute kaum sagen, ist die Freiheitsbewegung ja noch früher da als in Deutschland und auch in der Tschechoslowakei und dann reagiert man auch in der DDR darauf. Auch da ist ein Anstoß aus dem Ausland da. Einheit im Bundesstaat, das wirft natürlich die Frage auf, wie und welches Territorium soll dazu gehören. Freiheit ist da einfacher zu bestimmen, gerade weil es so abstrakt ist, aber Einheit, da muss auch ein konkretes Territorium dann angegeben sein. Was heißt das jetzt in der Situation des Deutschen Bundes, wo ja große Teile von Preußen und Österreich nicht zum Deutschen Bund mitgehören, aber natürlich Staatsgebiet dieser Staaten sind. Neben den großen Problemen Preußen und Österreich gibt es auch die kleinen Probleme Schleswig und Holstein, ich bin selbst Holsteiner, mit dem Bezug zu Dänemark, gehört das jetzt dazu? Schleswig ist nicht Teil des Deutschen Bundes, wie es ja auch schon nicht Teil des Heiligen Römischen Reiches zuvor gewesen ist. Also das sind Sachen, die nicht offensichtlich zu lösen sind, sondern wo viele Ansätze möglich sind. Man könnte über den Zollverein gehen, aber das ist dann ein sehr abgespecktes Deutschland, das ist nur das blaue Gebiet, was Sie da sehen, das ist der ursprüngliche Zollverein, das wäre ein sehr Kleindeutschland gewesen. Dichter und Intellektuelle haben andere Lösungen, hier ist Ernst-Moritz Arndt, was ist das deutschen Vaterland. Ich will Ihnen jetzt nicht die ganzen sechs Verse davon zumuten. Geht los, ist Preußenland, ist Schwabenland, Worm Rhein, Rehblüt, nein, nein, sein Vaterland muss größer sein. Und dann geht er jetzt alle möglichen Länder durch und nein, das ist es nicht, es muss größer sein. Und dann sehen Sie in der sechsten Strophe, dass es über die Sprache definiert ist. Soweit das deutschen Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt, das soll es sein. Also Sprache als Definition des Vaterlands. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit bietet August Heinrich Hoffmann an, mit seinem auf Helgoland geschriebenen Deutschland Lied. Wenn man sich die geografische Zuordnung der ersten Strophe anguckt, von der Mars bis an die Mebel, von der Edge bis an den Welt, dann ist das eine akkurate Beschreibung des damaligen Territoriums des Deutschen Bundes plus die Ostgebiete Preußens noch dazu. Also das ist keine Forderung nach Weltherrschaft, sondern es ist einfach das Bestreben, dieses Territorium zusammenzufassen und wenn da heißt Deutschland über alles, dann ist damit nicht gemeint Deutschland über alles andere in der Welt, sondern damit ist gemeint Deutschland über Bayern, über Preußen, über Hessen, über den anderen deutschen Staaten, es soll das vereinte Deutschland sein, das heißt, also es ist komplex. Aspekte der deutschen Frage sind auch immer international im 19. Jahrhundert. Ich hatte das schon bei Preußen, Österreich und vor allem Schleswig-Holstein angemerkt, aber auch beim Hambacher Fest, da werden die Revolutionsbewegungen in Frankreich, in Polen begrüßt und man sieht sich als liberale Bewegung als Teil einer europäischen Gesamtbewegung. Das ist also kein kleinteiliger Nationalismus, um den es dort geht, sondern das ist ein international sich verstehender Liberalismus, der im Übrigen auch nicht nur beim Hambacher Fest sich ausdrückt. Das ist eine in ganz Deutschland bestehende Bewegung. Dieses Bild kennen die meisten von Ihnen, das ist auch in jedem Schulbuch abgedrückt, aber was zum Teufel, meine Damen und Herren, ist das hier? Das werden wahrscheinlich nicht alle hier im Raum erkennen, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Das ist das Geibacher Fest, die Konstitutionssäule in Geibach bei Würzburg am exakt gleichen Tag wie das Hambacher Fest und an dem Tag gab es auch quer durch verschiedene deutsche Staaten weitere Feste, die mit den gleichen Zielen auftraten, nämlich Freiheit und Einheit in einem Deutschen Bundestag. 1848 schien es dann soweit zu sein mit der Paulskirche. Ich kann jetzt nicht auf Details hier eingehen, nur so viel, was die Freiheit anging, hat die Paulskirche mit der Formulierung der Grundrechte des deutschen Volkes auf der Basis der französischen Erklärung der Menschen und Bürgerrechte ein Standard geschaffen, der seither ein zentraler Punkt im Freiheitsstilm ist. Da sind die liberalen Grundrechte erstmals für ganz Deutschland kodifiziert, allerdings auch noch nicht mehr als die liberalen Grundrechte. Das wird dann später weiter, wie Sie wissen, scheitert die Paulskirche, die Erfurter Union, die gerne vergessen wird, muss man auch zumindest noch mal kurz erwähnen, denn das ist der Versuch nach der Paulskirche 1850 Einheit zu erreichen und sie scheitert im Prinzip an den gleichen Gründen, nämlich an den internationalen Landverpflichtungen. Ja, der preußische König hat die Kaiserkrone abgelehnt mit dem Begriff von dem Ludergeruch der Revolution, die da dran schwebt, aber in Wirklichkeit waren es internationale Überlegungen, die eine Rolle spielten. Denken Sie daran, dass Österreich auch 15 Jahre später sich nicht ohne Krieg aus Deutschland herauswerfen lässt und 1848 wäre das Entstehen einer neuen Großmacht in der Mitte Europas von Frankreich, von England mit Sicherheit nicht positiv gesehen worden. Das heißt, die Ablehnung der Kaiserkrone ist auch eine Methode, den europäischen Frieden zu bewahren. Immerhin ein Ergebnis hat die Paulskirche, jetzt haben alle wichtigen Staaten in Deutschland eine Verfassung und einen Grundrechtskatalog, nach dem die beiden Großmächte auch dazu kommen. Reuss' ältere Linie kommt erst 1867 dazu, gibt sich dann eine Verfassung und hier sind die beiden Ausnahmen. Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz haben bis zum Ende des Kaiserreiches überhaupt keine geschriebene Verfassung, sondern einen mittelalterlichen Vertrag und sie haben bis zum Ende des Kaiserreichs einen gemeinsamen Landtag, aber getrennte Fürsten. Das ist ein Relikt aus dem Mittelalter, was wir haben. Ja, und jetzt sind wir in den 1850er Jahren und damit noch einmal in einem Jahrzehnt Stagnation bis dann wieder ein Anstoß von außen kommt, die Frage nach Einheit und Freiheit wieder aufzugreifen und das sind die italienischen Einigungskriege. 1859, 24. Juni, die Schlacht von Solferino, die nicht nur zur Gründung des Roten Kreuzes bekanntlich führt, sondern die auch der deutschen Einigungs- und Freiheitsbewegung einen neuen Anstoß gibt, wenn Italien das schaffen kann, können wir das doch auch schaffen. Und glücklicherweise gibt es einige Monate danach, also auch mit genügend Zeit das vorzubereiten, genau das richtige Ereignis, wo man diese Anforderungen laut machen kann, nämlich die Schiller Feiern zum 100. Geburtstag von Schiller. Schiller, wie jeder gebildete Mensch im 19. Jahrhundert weiß, ist der Dichter der Freiheit, während Goethe ja, das ist der Dichterfürst und der ist groß, aber er ist auch ein Büttel der Fürsten. Schiller ist der Freiheitsdichter, Schiller ist derjenige, der deutsche Einheit und Freiheit darstellt. Auch in Leipzig gibt es auf dem Marktplatz eine große Schillerfeier, da nehmen Zehntausende von Menschen dran, also nicht in Leipzig, sondern in ganz Deutschland und auch im Ausland, überall da, wo Deutsche leben, auch in den USA, gibt es Schillerfeiern. Und die werden jetzt als Inkarnationspunkt einer neuen Welle der Einheitsbewegung gemacht. Und inzwischen ist natürlich viel passiert. Die Industrialisierung ist vorangeschritten, die Technisierung ist vorangeschritten und jetzt gründen sich auch, was wir im Vormerz noch nicht hatten, moderne Parteien, die das aufgreifen und als politische Forderung. Die Deutsche Fortschrittspartei wird 1861 gegründet, das Zentrum, das schon 1852 Vorläufe im preußischen Abgeordnetenhaus hatte. Und auf der Arbeiterseite werden mit ADHV 1863 und SPD, die sich dann 1975 vereinigen, zwei Parteien gegründet. Jetzt wird das Ganze institutionalisiert. Und es führt, wie Sie wissen, mit drei Kriegen in den 1860er, 70er Jahren zu einer Einheitsbildung, die etwas anders aussieht, als sich die liberalen Freiheitsapostel das gedacht haben und die einen dezidiert mehr von Uniformen geprägten Charakter hat. Sie kennen alle dieses Bild, das ist allerdings erst die dritte Fassung dieses Bildes über die Kaiserkrönung von Anton von Werner. Es ist ganz interessant, das mit der ersten Fassung zu kontrastieren, die kaum bekannt ist und das gibt es auch einen Grund für, die ist beim Luftangriff Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden, die gibt es also nicht mehr. Aber die erste Fassung von 1877, gut, die ist nicht demokratischer als die dritte Fassung, aber sie ist zumindest deutlich föderativer als die dritte Fassung. Denn in der ersten Fassung, ja, da müssen Sie genau hingucken, um Kaiser Wilhelm überhaupt zu sehen, von Bismarck ganz zu schweigen und General von Rohn, der da mit seinen roten Hosen steht, der war tatsächlich gar nicht dabei bei der Kaiserkrönung. In der ersten Fassung ist das Hauptaugenmerk auf die föderative Vielfalt in der Einheit gelegt und bis 1985 hat sich das dann hin zu einem stärker auf den Kaiser, die Person des Monarchen konzentrierten sichtweise kontrolliert. Und das zeigt eigentlich auch schon ganz schön, was alles das Problem ist im Kaiserreich. Übrigens nur kurz als Hinweis, auch heute noch lässt sich dieses Bild verwerten. Das kommt in dieser Farbgebung nicht wirklich gut raus, aber Bismarck mit einer Scherpe schwarz-rot-gold darzustellen bei dieser Kaiserreich. Das ist so absurd. Darauf kann man auch nur kommen, wenn man salopp gesagt keine Ahnung von Geschichte hat oder Geschichte als Fantasiemodell sich aufbaut. Nun ja, die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 ist ein reines Organstatut ohne Grundrechte. Die Begründung war, das haben ja schon die einzelstaatlichen Verfassungen, keine Grundrechte darin, keine politische Ministerverantwortlichkeit. Also mit anderen Worten, es ist weitem nicht das, was sich die Freiheitsdenker im 19. Jahrhundert vorgestellt haben. Paul Labern, der wichtigste Staatsrechtler, sieht allerdings auch kein Kaiserreich im Kaiserreich. Das ist auch falsch, seiner Meinung nach. Das Deutsche Reich ist eine juristische Person von 25 Mitgliedern. Und da die alle gleichberechtigt sind, ist das Deutsche Reich in Wirklichkeit eine Demokratie. So labernd. Das zeigt, wie weit das Staatsrecht entfernt war von der politischen Realität, denn das hatte natürlich überhaupt keinen Bezug auf das, was tatsächlich war. Auch die Verfassungspolitik im Kaiserreich ist alles andere als freiheitlich. Der Reichstag hat keine Entscheidungskompetenz bei der Regierungsbildung. Der Kulturkampf, das Sozialistengesetz, das sind Auseinandersetzungen, wenn ein Land Reichsfeinde definiert, dann ist nicht alles in Ordnung mit der Freiheit. Die soziale Situation im Kaiserreich, die wird gut geschildert von Heinrich Mann in seinem Roman Der Untertan, der 1914 geschrieben ist, aber natürlich nicht veröffentlicht werden konnte und erst 1918 nach dem Sturz der Monarchie veröffentlicht wird und da ist auch der Bezug auf die Revolution von 1948, der alte Buck, eine Rolle, die von Hessling verachtet wird, als jemand, der für Freiheit eintritt und der dann stirbt vor den Augen des Untertanen Dietrich Hessling. Eine zweite symbolische Personifizierung wäre der Hauptmann von Köpenick, was ja auf einer realen Geschichte beruht, die 1906 stattgefunden hat und die Majestät höchst amüsiert habe dem Vernehmen nach. Wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, meine Damen und Herren. Das ist eine Zeit, in der Intellektuelle am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert auch erstmals jetzt anfangen, Freiheit in Frage zu stellen. Konservative Intellektuelle, die im Fern des Jäkel kulturpessimistisch mit diesem ganzen Freiheits- und Demokratie Gerede aus dem 19. Jahrhundert nichts zu tun haben wollen. Sozialdarwinismus als Stichwort die scheinbare Wissenschaftlichkeit der Welt anschauen. Und 1914 bei Kriegsausbruch ist das Kaiserreich von erheblichen Widersprüchen geschüttelt. Es ist eine Klassengesellschaft in einem Ausmaß, wie man sich das heute überhaupt nicht vorstellen kann. Und es ist auch eine Gesellschaft, die klar getrennt ist in einzelnen Milieus. Ein Arbeiter würde niemals in einen bürgerlichen Sportverein gehen, kann er gar nicht, schon die Mitgliedsbeiträge würden das verhindern, aber auch umgekehrt. Und ein Katholik würde niemals in einen evangelischen Gesangsverein gehen, im 19. Jahrhundert, jedenfalls da, wo es genügend Katholiken gibt. Also es ist eine stark zersplitterte Gesellschaft. Und das bleibt es dann auch im frühen 20. Jahrhundert. Die bürgerliche Kultur, auf der einen Seite Berliner Philharmoniker, das ist ja keine monarchische, sondern eine bürgerliche Gründung, als vielleicht herausragendes Beispiel dafür. Und dann gibt es noch proletarische und völkische Kultur, die dann in der Weimarer Republik dagegen gestellt wird. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier zwei Bilder gezeigt. Eins davon ist proletarisch, das andere ist völkisch. Versuchen Sie mal sich zu überlegen, welches ist jetzt das nationalsozialistische Bild und welches ist das kommunistische Bild. Auflösung erfolgt jetzt. So ist es. Es hätte natürlich auch genauso gut andersrum sein können, denn die Techniken sind einander zum Verwechseln ähnlich. Damit sind wir in der Weimarer Republik und ich muss auch langsam zum Ende kommen. Ganz eine halbe Stunde habe ich noch nicht gemacht. Die Forderung nach Demokratisierung, die wird im Kaiserreich nur von einzelnen Intellektuellen erhoben, abgesehen natürlich von der Sozialdemokratie, die das sowieso verlangt. Aber es sind einzelne Intellektuelle wie Hugo Preuß, der dann Vater der Weimarer Verfassung wird, oder Max Weber, die während des Krieges zuerst Hugo Preuß im Gegensatz von Obrigkeitsstaat und Volkstaat die Defizite des Kaiserreiches erkennt, die seiner Meinung nach, wenn sie nicht behoben werden, zur Niederlage führen werden. Und eben schließt sich Max Weber an mit seinem Parlament und Regierung im Neugeordneten Deutschland. Zwei Leute, die wichtige Vordenker der Weimarer Republik sind. Am 6. Februar 1919 kommt es dann zur Eröffnung der Nationalversammlung und Friedrich Ebert hält die große Eröffnungsrede. Streitfragen in den Verfassungsberatungen haben nur zum Teil mit dem Thema Einheit und Freiheit zu tun, sondern sind häufig technische Art, aber Retegedanke und Liberalismus und natürlich die Auseinandersetzung um die Grundrechte, das sind klassische Freiheitsfragen, die hier auch eine Rolle spielen. Man kann auch die symbolischen Fragen dazu rechnen. Das ist ein Thema, das uns ja heute auch wieder eingeholt hat, das aber auch schon in Weimar für die Zersplitterung der Gesellschaft mitgesorgt hat. Was ist die Flagge der Republik? Von den Feinden der Republik werden andere Fahnen bevorzugt und Schwarz-Rot-Gold wird verunglimpft als Schwarz-Rot-Gelb oder Schwarz-Rot-Senf oder ähnliche Überlegungen, die da stattfinden. Und die Frage, wem die Symbole der Republik bis heute gehören, ist ja eine, die auch heute noch aufgegriffen wird und über die wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen reden können. Wenn über Einheit in der Weimarer Republik die Rede ist, dann ist das natürlich auch ganz konkret zu verstehen, denn der Versailler Vertrag hat ja eine erhebliche Anzahl des deutschen Territoriums abgetrennt von Deutschland und zumindest im Osten war keine einzige Reichsregierung, auch die demokratischen Reichsregierungen, bereit, die Grenzsituation anzuerkennen. Auch Stresemann war nicht bereit, das zuzugestehen. Ich komme zum Ende gleich. Wo die Verfassung sehr gut war, das sind die Grundrechte. Das ist ein ausgewähnter Grundrechtskatalog, den man dort hat und zwar nicht nur die klassisch-liberalen Grundrechte, die sind alle da, Freizügigkeit, Freiheit der Person, Wohnung, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter und so weiter. Also alles, was Sie als demokratisch-liberale Grundrechte haben, haben Sie da. Aber Sie haben auch erstmals die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die hat zuvor in keiner Verfassung gegeben. Viele Leute stören sich im Artikel 109 ein bisschen an dem grundsätzlich. Der Bezug ist da die Wehrpflicht, die man nicht auf Frauen ausdehnen wollte, wenn sie denn eines Tages wieder eingeführt wird. Das ist der Grund, warum man grundsätzlich da reingeschrieben hat. Aber wichtig ist auch der kaum beachtete Artikel 119. Die Ehe beruht auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter. Die Realität sah etwas anders aus, aber das ist ein bemerkenswerter Fortschritt, der hier hineingeschrieben wird. Soziale Grundrechte finden sich zuhauf in der Weimarer Verfassung. Sehr schön finde ich das Grundrecht, dass die Wirtschaftsordnung den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle zu genügen hat. Gut, ich habe gelernt als Student, ja, diese Wirtschaftsgrundrechte, die kann man ja gar nicht verwirklichen. Die sind ja so unscharf formuliert, dass die gar nicht umzusetzen sind. Das habe ich auch geglaubt als Student. Heute würde ich darauf die Gegenfrage stellen und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist völlig klar und da weiß jeder, was das bedeutet. Also die Komplexität haben wir heute auch. Die Zerstörung der Weimarer Republik führt dann in das größte Unterdrückungsregime, das wir in Deutschland jemals hatten und bitte, es ist kein Untergang, es ist kein Scheitern der Republik, es ist eine Zerstörung der Republik, die von Leuten gemacht wird, die ganz genau wissen, was sie damit tun und Freiheit und Demokratie eben zerstören wollen. Und Weimar ist auch nicht allein dabei. Wenn Sie sich angucken, im europäischen Vergleich, mit Ausnahme der Tschechoslowakei verlieren sämtliche Länder, die nach 1918 Demokratien geworden sind, ihren demokratischen Status wieder in den 20er, 30er Jahren, sämtliche Länder, mit Ausnahme der Tschechoslowakei, während kein einziges Land, das schon vor 1914 Demokratie war, also England, Frankreich, Benelux, Skandinavien, kein einziges von diesen Ländern wird umgewandelt in eine Diktatur. Also es ist nicht nur die Weimarer Republik, sondern es ist ein gesamteuropäisches Phänomen und was danach kommt, nach der Weimarer Republik, ist natürlich das hier. So, Nachkriegszeit und da will ich, kommen jetzt nur noch drei Folien, mehr nicht. Es wäre ganz interessant, wenn ich mehr Zeit hätte, die Präambel und den ersten Artikel von Verfassungen zu vergleichen, denn das sind in der Regel programmatische Aussagen und die sind hochinteressant. Wenn Sie Zeit haben, gucken Sie das mal durch von der Paulskirchen Verfassung über Kaiserreich, bis heute findet man ja alles im Internet und auch hier sieht man die Gegenüberstellung. Sehen Sie, die Feinde der Freiheit im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Die hatten zumindest noch den Anstand zu sagen, dass sie Demokratie verabscheuen und dass sie das nicht wollen. heute nennt sich jeder freiheitlich und nennt sich jeder demokratisch. Denken Sie nur an die demokratische Volksrepublik Nordkorea beispielsweise unzweifelhaft eines der letzten totalitären Regime, die es gibt auf der Welt. Wenn sich jeder freiheitlich nennt und jeder demokratisch nennt, dann haben wir natürlich auch das Problem der Begriffsdefinition jetzt wieder stärker. Sie sehen hier die Zielvorstellungen. Würde des Menschen ist unantastbar und in der DDR-Verfassung von 74 und auch schon von 68. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Das ist ein etwas anderer Freiheitsbegriff. Ich habe dann auch mal nachgeguckt, das mache ich immer gerne, im kleinen politischen Wörterbuch, das in der DDR erschien, wo man folgende wunderschöne Definition von Freiheit bekommt. Freiheit ist das Verhältnis des Menschen zur objektiven Gesetzmäßigkeit, insbesondere der Grad der Erkenntnis und praktischen Beherrschung von Natur und Gesellschaft. Ich finde es wunderbar, dass Freiheit und Beherrschung der Gesellschaft in einem Satz zusammenvorkommen und das Letzteres als Erklärung von Ersteren genommen wird. Und wenn Sie das weiter durchlesen, sehen Sie, dass Freiheit eben nicht abstrakt gedacht ist, sondern als etwas, was immer unter gesellschaftlichen Bedingungen nur existiert und welches da die richtigen und die falschen sind, muss ich Ihnen nicht deutlich machen. Die Auseinandersetzung der Systeme, die Auseinandersetzung auch um die Einheit, bleibt in der ganzen Zeit nach 1945 ein zentrales Thema, über das ich jetzt nicht weiter ausführen werde. Wir können nachher vielleicht darauf noch zu sprechen kommen. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, diejenigen, die alt genug sind, werden sich daran erinnern, dass in den 80er Jahren in Westdeutschland zumindest kein Mensch mehr an die Einheit dachte. Es gab zwar vereinzelte Leute und ja, der 17. Juni war ein Feiertag, aber ernsthaft an eine Wiedervereinigung dachte kein Mensch und die meisten Leuten meiner Generation waren London, Paris, Amsterdam, New York wesentlich näher als Dresden, Leipzig oder Schwerin. Klar, ich meine, das war DDR, aber was hatten wir damit zu tun? Das ändert sich dann natürlich und für 1989 übergebe ich dann an den nächsten Redner. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Applaus 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 geblieben bin, bin aber sicher, dass derartige Höhepunkte von Einheit und Freiheitsgeschichte bei Herrn Kollegen Kowalczuk auftauchen werden. Vielen, vielen Dank, herzlich willkommen auch bei diesem Format, das also bundesweit übertragen wird. Ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Leipzig. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich muss jetzt mal eine technische Ansage machen. Ich muss meinen eigenen Ton ausstellen. Verstehe also jetzt nicht, wenn jemand einen Zwischenruf machen sollte, weil ich mich sonst immer doppelt höre. Das ist nur zur Erklärung, falls ich irgendwie rede, obwohl Sie mich unterbrechen wollen. Freiheit und Einheit, das haben wir eben in dem sehr interessanten Vortrag von Herrn Dreyer gehört, sind Begriffe, die sich einer eindeutigen Definition entziehen. Die SED hat beide Begriffe unentwegt benutzt. Das geht schon da los, dass die SED bekanntlich Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hieß. Heute gibt es im Osten, fast in jedem Dorf, einen Platz oder eine Straße der Einheit. Und viele Menschen glauben immer, das ist eine Straße oder ein Platz der Einheit, der der Wiedervereinigung von 1990 gedenkt. Tatsächlich sind das fast durchweg Straßen und Plätze, die an die Zwangsvereinigung von SPD und KPD erinnern. Und die dann kurzerhand nach 1990 eine sozusagen Bedeutungsumwertung erfahren haben. So etwas nennt man die Schichtspolitik und zugleich Geschichtsvergessenheit. Freiheit war ein Begriff, man mag es kaum glauben, der in der DDR eine große Rolle spielte. Unentwegt wurde von sozialistischer Freiheit gefaselt. Es gab ganz, ganz viele Publikationen. Man ist auch in dem politischen Unterricht, auch in der Schule oder an den Universitäten, in der Armee, in allen möglichen Weiterbildungsveranstaltungen unentwegt mit dem Freiheitskonzept der Kommunisten konfrontiert worden. Das ist deshalb bemerkenswert, weil wir auch heute noch in Ostdeutschland und im übrigen im gesamten postkommunistischen Raum beobachten können, dass das in relevanten Gesellschaftsgruppen das Freiheitsverständnis doch sich erheblich von einem liberalen westlichen Freiheitsverständnis unterscheidet. Das hat einfach etwas mit den ideologischen Langzeitfolgen zu tun, über die wir meines Erachtens in den letzten 30 Jahren, weil es auch so schwer zu fassen ist, viel zu wenig geredet haben. Freiheit ist aber auch etwas, was genauso wie Einheit immer ausschließt. Es ist vielleicht jetzt in dem Vortrag von Herrn Dreyer ein bisschen zu kurz gekommen. Die westlichen Freiheitsdebatten im 18. und 19. Jahrhundert waren immer nur auf einen sehr engen Gesellschaftskreis orientiert. Frauen waren per se ausgeschlossen, das hat der Dreyer erwähnt. Aber dieses westliche Freiheitsverständnis galt auch immer nur für den Westen selbst. Das 19. Jahrhundert war eine Hochphase des europäischen Kolonialismus. Für die kolonial unterdrückten Gesellschaften galt dieses Freiheitsverständnis und diese Freiheitsansprüche mitnichten. Das darf man auch immer nicht vergessen, auch in aktuellen Debatten, dass das, was uns so selbstverständlich erscheint, alles eigentlich erst vor ein paar wenigen Generationen selbstverständlich wurde. Und die faktische Gleichberechtigung der Frau in der Bundesrepublik ist eigentlich erst ein Produkt der 1970er Jahre. Auch das vergessen wir gern, wenn wir mit dem Zeigefinger an andere Gesellschaften zeigen, noch in den 70er Jahren musste de facto sozusagen die Ehefrau im Personalhaus, im Reisepass des Mannes eingetragen werden. Sie konnte kein Konto eröffnen und sie konnte keinen Arbeitsvertrag unterzeichnen ohne die Zustimmung ihres Ehemanns. Das hatte sich natürlich in den 70er Jahren mittlerweile aufgeweicht. Aber das gehört eben auch alles zu dieser Geschichte hinzu, die dann eben auch Langzeitwirkung haben. Wenn wir nur noch in die ostdeutsche Geschichte schauen, dann haben wir zwei Phänomene, über die ich hier kurz sprechen möchte. Das eine Phänomen ist der Volksaufstand vom 17. Juni 1953, den Herr Dreyer ja eben dankenswerterweise auch erwähnt hat. Dieser Volksaufstand ist nur zu verstehen, einerseits im internationalen Kontext des Sowjetimperiums. Das, was dort 1953 geschah, letztendlich auch mit der Verkündung des neuen Kurses am Vorabend des 17. Juni, der in der ostdeutschen Gesellschaft als eine Bankrotterklärung der herrschenden Kommunisten angesehen wurde, das war nichts spezifisch Ostdeutsches, sondern das war etwas, was auch für andere osteuropäische Staaten zu diesem Zeitpunkt verkündet worden ist, weil es überall ganz ähnliche, tiefe Krisenerscheinungen gab. Dieser Volksaufstand in der DDR war aber der mächtigste. Was viele nicht wissen, tagelang beherrschte er die Weltpresse, und zwar nicht nur in Europa und in Nordamerika, sondern auch in Südamerika, in Südafrika, in Australien, in Neuseeland. Überall war die Welt erstaunt über diesen Aufstand der ostdeutschen Gesellschaft. Man kannte damals noch nicht einmal die tatsächliche Ausbreitung. Es sind über 700 Städten und Gemeinden, Streiks geschahen, Demonstrationen, Unruhen, sich daran über eine Million Menschen beteiligten, angesichts von 17 Millionen Menschen Einwohnern eine gewaltige Zahl. Diese Zahl hat die Revolution von 1989 nie erreicht, jedenfalls nicht bis zum Mauerfall. Und das Besondere daran ist, dass die Faktoren, die zum Ausbruch dieses Aufstands führten, hausgemacht waren. Es gab auch keine veränderte internationale Lage. Natürlich spielte der Tod Stalins am 5. Mai, März 1953 eine große Rolle, weil es diese Nachfolgekämpfe in Moskau selbst gab. Aber anders als 1989 hatte sich die weltpolitische Lage nicht wirklich grundlegend geändert. Aber die aufstandsauslösenden Momente waren hausgemacht. Es ging um Freiheit, aber im gleichen Moment sofort auch um Einheit. Für die Menschen acht Jahre nach Kriegsende war es noch immer wieder natürlich in Ost wie West, dass sie weiterhin in einem geteilten Staat, in einer geteilten Nation leben sollten. Damals war auch die uns heute selbstverständlich erscheinende Ostgrenze Deutschlands nicht nur nicht akzeptiert in der deutschen Gesellschaft, sondern auch die wurde wie selbstverständlich als eine vorübergehende Maßnahme angesehen. Das hing auch mit völkerrechtlichen Verabredungen zusammen, dass man gesagt hat, darüber wird erst dann entschieden, wie es sozusagen mit den Ostgebieten weitergeht, wenn es zu einem Friedensvertrag mit Deutschland kommt. Und insofern erklärt das auch, warum 1990 die Frage der deutschen Ostgrenze Europa so bewegt hat. Das ist, wenn man so will, alles eine Frage von Einheit und Freiheit. Aber das Besondere an dem 17. Juni 1953 war nun das sofort die Einheitsfrage, eben aus den von mir kurz angedeuteten Gründen, wie selbstverständlich von allen Menschen benannt worden ist. Das fand auch niemand verwunderlich, zumal die Rhetorik der Kommunisten selbst zu diesem Zeitpunkt noch, natürlich unter ihren Vorzeichen, auf Einheit gestellt waren. Und die dann am 17. Juni 1954 der erstmals begangene staatliche Feiertag, das 17. Juni, stand fortan immer und dann im Zeichen der Einheit. Vorhin ist ja dieses eindrückliche Beispiel von 1959 mit dieser Stafette erwähnt worden, die da von Mittenwald begann und dann bis zur innerdeutschen Grenze sich hochzog. Das war in den 50er Jahren fast normal, am 17. Juni. Millionen Menschen haben sich an solchen Manifestationen für die Einheit beteiligt. Das änderte sich schlagartig durch die Manifestation der Teilung, nämlich durch den Bau der Berliner Mauer 1961. Wie Sie alle wissen, kam es anschließend, auch das ist schon Ende der 50er Jahre mehr oder weniger vorbereitet worden, zu einer veränderten Deutschland- und Ostpolitik, zu veränderten Diskussionen darüber. Und in diesem Kontext nahm auch die Bedeutung des Einheits- und Freiheitsfeiertages 17. Juni in der bundesdeutschen Gesellschaft immer mehr ab. Man kann das sehr gut nachvollziehen, wie sozusagen die bundesdeutsche Ost- und Deutschlandpolitik positioniert war. So wurde auch der 17. Juni begangen. In den 70er Jahren hat er einen schweren Bedeutungsverlust in der Öffentlichkeit erlebt. In einigen Jahren ist er gar nicht mehr sozusagen begangen worden. Zum 30. Jahrestag des 17. Juni 1979 hatte die Deutsche Bundespost eine Sonderwertmarke bereits im Entwurf fertig. Es gibt diesen Entwurf auch noch. Ich habe mit zwei Kollegen den vor einigen Jahren in einem der Bücher über den 17. Juni veröffentlicht. Und diese Sonderausgabe zum 17. Juni 1953 im Jahre 1900, Entschuldigung, zum 25. Jahrestag im Jahre 1979 ist aus Rücksichtnahme auf die deutsch-deutschen Gespräche nicht produziert und nicht herausgegeben worden. In den 80er Jahren hat der 17. Juni in der bundesdeutschen Gesellschaft, in der Politik, Entschuldigung, dann teilweise wieder eine Bedeutungsaufwertung erfahren. Das hing mit der veränderten Deutschlandpolitik der Kohl-Regierung zusammen, wobei diese veränderte Deutschlandpolitik vor allem eine veränderte Rhetorik war und weniger eine Veränderung in den Inhalten. In der bundesdeutschen Gesellschaft selbst galt der 17. Juni ab den 70er Jahren nur noch als eine sozialpolitische Errungenschaft, der praktisch keine zu transportierenden Inhalte mehr hatte. Wer sich positiv auf den 17. Juni in der Bundesrepublik berief, galt gemeinhin als kalter Krieger. Und umso überraschender war dann natürlich gerade für viele bundesdeutsche Bürger und Bürgerinnen, was sich 1989 sehr schnell in der DDR abspielte und aufbaute. Die Revolution von 1989 ist, wie Sie alle wissen, nicht zu erklären über eine Ursache, sondern wir haben es hier mit einem Ursachenbündel zu tun. Und dieses Ursachenbündel hat sowohl außenpolitische Komponenten, jetzt gibt es durch die Politik von Mikhail Gorbatschow eine veränderte außenpolitische Situation. Zentral dabei ist vor allen Dingen, dass er die Brezhnev-Doktrin von 1969 aufkündigte. Das machte er erstmals im April 1987, als er in Prag zu einem Staatsbesuch weilte und hat dort erklärt, also künftig müsse jeder Mitgliedstaat im Warschauer Vertrag seinen eigenen Weg zum Sozialismus suchen, finden und verwirklichen. Da wird sozusagen von außen nicht mehr interveniert. Im Juni 1989 bei einer Tagung der Warschauer Paktstaaten in Bukarest ist das dann auch förmlich verkündet worden, wobei diese förmliche Verkündung vor allen Dingen auf Polen und Ungarn abzielte, weil zu diesem Zeitpunkt absehbar war, dass die beiden also einen anderen Entwicklungsweg nehmen würden. Und wohl über Übel wohl auf kurz oder lang aus dem Warschauer Pakt auch ausscheren würden. Aber symbolisch brach Erich Honecker bei der Gorbatschows-Verkündung, dass die Brezhnev-Doktrin nun ins Arsenal der Geschichte gehört, zusammen und musste schwer erkrankt zurückgeflogen werden nach Ostberlin. Das war sozusagen ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt waren schon die von mir erwähnten Polen und Ungarn. Wenn man so will, der Durchbruch durch die Mauer begann 1980 in Polen. Das war ein langer Prozess. Ohne die Veränderungen und die Vorgänge in Polen und dann in Ungarn ist weder denkbar noch erklärbar, was sich in Ostdeutschland abspielte. Ganz zentral war dann, dass Ungarn 1989, so wie fast alle Ostblockstaaten, erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Probleme hatten und auf dem internationalen Markt um Kredite sozusagen nachsuchte. Die wurden ihnen auch in Aussicht gestellt von der Weltbank, von der IWF. Und da gab es allerdings, was viele oft übersehen, die Voraussetzung, dass man einige internationale Konventionen ratifiziert haben musste. Unter anderem auch die UNO-Flüchtlingskonvention, die besagt, dass man also geflüchtete Menschen nicht dann in ihre Ursprungsländer zurückschickt, wenn sie wegen ihrer Flucht Gründe in den Ursprungsländern, in den Herkunftsländern politisch verfolgen würden. Und diese UNO-Flüchtlingskonvention ratifizierte Ungarn, was unter anderem zwei Effekte hatte. Nämlich den einen Effekt, dass sie anfing im Mai den Eisernen Vorhang zu Österreich abzubauen. Und zweitens, ab August keine geflüchteten Menschen aus der DDR, wie es bisher jahrelang geschah, durch ein binationales Abkommen zwischen Ungarn und der DDR, es gab es mit allen anderen Ostblockstaaten auch, geflüchtete DDR-Menschen zurückzuschicken, sprich in die bereitgestellten Flugzeuge der Staatssicherheit zu setzen und sie in die DDR zurückzufliegen. Das sprach sich natürlich sehr schnell rum, ohne dass man die Hintergründe kannte. Man sah das im Fernsehen, viele Menschen, und das motivierte sozusagen viele Menschen, den anderen Menschen es gleich zu tun. Die inneren Voraussetzungen für die Revolution, ich glaube, da muss ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Man kann mit guten Gründen davon sprechen, dass die DDR am Ende der 80er Jahre einer Zusammenbruchsgesellschaft ähnelte. Es funktionierte praktisch nichts mehr. Die Wirtschaft lag am Boden. Das hatte Auswirkungen auch auf die Sozialbeziehungen der Menschen. Es schien sozusagen keine, es schien auch keine Hoffnung mehr zu geben, dass sich etwas verändern würde. Die Revolution selbst ist als Freiheitsbewegung gestartet, und zwar ausschließlich. So wie wir das eben auch schon in dem Vortrag gehört hatten, niemand, ob im Ost oder West, glaubte oder hoffte darauf, dass die alte Nachkriegsordnung mehr oder weniger sehr schnell sich verändern könnte, dass die sich verändern würde. Das war eine Hoffnung der Opposition, insbesondere der Opposition in Ungarn, in der GSSR und in Polen, die schon seit Ende der 70er Jahre immer wieder davon sprachen, dass eine Rückkehr ihrer Gesellschaften nach Europa nur über die Lösung der deutschen Frage möglich sei. Da gab es dann Mitte der 80er Jahre diese berühmte Mitteleuropadebatte, in der ging es auch darum. Das war aber eine Debatte, die über die deutsche Gesellschaft, auch über große Teile der ostdeutschen Opposition mehr oder weniger hinwegfegte, weil die Frage der nationalen Einheit ein großes Tabu darstellt. Und warum stellt es ein großes Tabu dar? Nicht, weil die Menschen im Osten anders als im Westen sich nach der Einheit nicht gesehnt hätten. Die meisten DDR-Menschen lebten, wie Sie wissen, sozusagen mit der Hälfte ihres Körpers und mit einem Dreiviertel ihres Kopfes unentwegt im Westen. Aber das nationale Tabu durch die Kommunisten war sehr wirkmächtig. Alles, was gegen die sozusagen Einheitsdefinition der SED sprach, stand unter einem Faschismusvorwurf. Am berühmtesten, die beiden berühmtesten Beispiele dafür sind der von der SED sogenannte faschistische Putsch am 17. Juni und noch berühmter wahrscheinlich der antifaschistische Schutzwall, sprich die Mauer. Das war ein Gift, was die SED in die Gesellschaft gestreut hatte, das nachhaltig wirkte. Im Herbst 1989, der Aufstand, die Freiheitsbewegung kam fast durchgängig bis Ende Oktober ohne nationale Bezüge auf. Das hat natürlich im hohen Maße auch damit zu tun, wer diese Freiheitsbewegung im Osten initiierte. Die einen, die unbedingte Veränderung wollten, waren die flüchtenden Menschen, ein ganz zentraler Motor für den Aufstand. Diese flüchtenden Menschen aber gingen, entzogen sich gewissermaßen des aktiven Selbstmittuns in der Revolution. Und der andere große Motor für die Revolution, die Öffentlichkeit hergestellt haben, die Initialzünder waren, die überhaupt das Angebot machten, hier könne man vor Ort etwas ändern, indem man in neuen Bürgerbewegungen sich engagiert oder an Demonstrationen teilnimmt und an vielen anderen Dingen. Das war eben die Opposition, die Bürgerrechtsbewegung. Und die hatte eine gewisse Vorgeschichte, die fiel nicht aus dem geschichtslosen Himmel, wie das oft dargestellt wird, sondern die hatte in Ostberlin, in Leipzig, in vielen anderen Orten eine längere, mehrjährige Vorgeschichte. Und in dieser Vorgeschichte spielte auch die nationale Frage bis auf ganz wenige Ausnahmen fast keine Rolle. Umso überraschender war es für alle, als die Mauer durchbrochen wurde von der Gesellschaft. Und ich spreche immer ganz bewusst vom Mauerdurchbruch und nicht vom Mauerfall, weil so Mauerfall, also so eine Kirchturmspitze, die kann auch irgendwie einfach umfallen, weil ein Sturm kommt oder weil irgendwie das Mauerwerk brüchig ist. Diese Mauer war sozusagen natürlich auch brüchig. Revolutionen gewinnen niemals gegen stabile, starke Systeme. Das ist gar keine Frage. Aber es bedurfte einer gesellschaftlichen Bewegung, um diese Mauer zu durchbrechen. Und als diese Mauer durchbrochen wurde, war es doch für viele Beobachter in Ost wie West, nicht zuletzt für die Bürgerrechtsbewegung selbst, doch erstaunlich, dass die Freiheitsbewegung sofort oder unmittelbar in eine Einheitsbewegung umschlug. Darüber ist viel diskutiert worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, warum das so war, über das Für und das Wider, ob es Alternativen war. Das will ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Ich möchte zwei Punkte abschließend noch thematisieren. Das eine ist, wie sind wir eigentlich mit unserer Freiheitsrevolution seit 1989 umgegangen. Und ich glaube, in Leipzig darf ich das so sagen, auch wenn ich jetzt gerade nicht in Leipzig sitze, ich glaube, ich darf das in Leipzig deshalb sagen, weil Leipzig praktisch der einzige Ort in Deutschland ist, der vorbildlich mit dieser Freiheitstradition umgeht. Aber im Rest des Landes gehen wir eigentlich schäbig damit um. Und warum gehen wir damit schäbig um? Das eine ist, wir vergessen gewissermaßen am 10. Oktober eines jeden Jahres und am 10. November eines jeden Jahres, was wir eigentlich da für ein großes Fund in unserer doch an sich arg kümmerlichen Freiheits- und Einheitsgeschichte haben und dass wir damit doch sehr fahrlässig umgehen. Und der zweite Punkt ist, diese Freiheitsgeschichte wird in aller Regel verknappt, verkürzt auf die Einheitsgeschichte und dann wieder auf die Geschichte großer Männer, die Geschichte machen. Also wenn Sie heute sozusagen durch die Straßen Deutschlands laufen und sagen, was verbinden Sie mit 1989, da werden Ihnen viele sagen, die Mauer. Und dann kommen bei den sozusagen, sofern überhaupt Namen kommen, bei den aufgeklärteren Menschen Namen wie Kohl, wie Gorbatschow, wie Genscher. Und das waren aber, und das darf man immer nicht vergessen, genauso Getriebene wie alle anderen. Das waren allerdings gerade im Falle von Kohl und Genscher Leute, die die Gunst der Stunde zu nutzen wussten. Das hat aber meines Erachtens Auswirkungen auf unsere Erinnerungs- und Gedenkpolitik. Und nicht zuletzt auch im Osten, aber auch gesamtdeutsch und gesamteuropäisch. Wie Sie wissen, unsere europäische Erinnerungspolitik gibt es nicht. Die ist stark geteilt in Ost und West mit dem 23. August. Ein Erinnerungstag im europäischen Kalender kann der ganze europäische Westen überhaupt nichts anfangen. Und das schlägt sich letztendlich auch nieder, was wir feiern. Und hier ist ja vorhin von Herrn Wieland dankenswerterweise der 18. März ins Feld geführt worden. Wir haben unseren nationalen Feiertag vom 17. Juni, dem Tag, an dem eine gesellschaftliche Basisbewegung für Einheit und Freiheit aufstand, auf den 3. Oktober verlegt. Der Tag, an dem, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, nichts weiter passierte, als dass der Staat das Handeln, also sozusagen das staatliches Vollzugshandeln zum Ende gebracht worden ist. Dass all die Ereignisse, die vorher gewissermaßen überhaupt erst dazu beigetragen haben, dass es zu diesem 3. Oktober kommen konnte, zu diesem, wie viele sagen, wohl zu Recht sagen, glücklichsten Tag in der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Diesem Tag, das verdanken wir aber einer gesellschaftlichen Basisbewegung im Osten. Und da wäre jeder andere Tag, zum Beispiel der 9. Oktober, aus meiner Sicht besser geeignet für also auch eine Identitätsbildung als nationaler Feiertag. Mir ist sehr bewusst, dass der 9. Oktober, der Tag der großen Leipziger Massendemonstration, an dem erstmals 70.000 Leute unbehelligt vom Staat um den Ring ziehen konnten, im Westen nicht wirklich vermittelbar ist. Ich glaube aber, dass der 18. März eben vermittelbar wäre. Das ist ein ebenso bedeutungsschwerer Tag, an dem eben nicht nur die ersten freien Wahlen in der DDR stattfanden, ein Tag für Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, sondern es ist eben auch ein Tag, der ein Symboltag der 1848er-Revolution ist, ein Tag, der für eine Verfassung steht. Das heißt, das ist eine nicht nur gesamtdeutsche Klammer, sondern es ist auch eine europäische Klammer. Denn unter dem, worunter Europa heutzutage meines Erachtens besonders leidet, ist nicht so sehr die fehlende Einheit und auch nicht die fehlende Freiheit, das ist ganz profan, die fehlende Verfassung. Und damit ende ich an dieser Stelle. Vielen Dank. Applaus Ich glaube, es ist richtig, dass ich jetzt im Moment noch einmal hier zu dem zentralen Mikrofon gehe, um Ihnen ganz herzlich im Namen des ganzen Auditoriums herzlich zu danken für die klaren Analysen. Aber auch für die neuen Aspekte, die vor allen Dingen darauf hinweisen, dass ein Ereignis nicht alleine war, dass dieses Ereignis eine lange, lange Vorgeschichte hat, die wir wahrscheinlich unbeabsichtigt zunächst mal verdrängt haben. Insofern war es besonders wichtig, dass Sie uns auf die Beziehung zwischen den einzelnen Daten aufmerksam gemacht haben. Also von mir persönlich, sehr geehrter Herr Kowalczuk, noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Analysen und für diese Fakten. Und ich glaube schon, dass wir jetzt im anschließenden Gespräch, das ja mit dem Publikum und Ihnen geführt werden kann, dass wir im anschließenden Gespräch sicherlich noch die eine oder andere Frage haben, um dieses so unbekannte oder in der Öffentlichkeit nicht bekannte Beziehungsgefüge der Daten noch einmal abrufen. Ich denke, ich darf jetzt hier, wenn ich das Programm richtig verstehe, also auch das Publikum einladen, Fragen zu stellen. Ja, bitteschön. Wenn ich darf, würde ich ganz gerne auf ein, zwei Punkte, die Sie gemacht haben, Herr Kowalczuk, noch einmal ganz kurz reagieren. Lassen wir mich zunächst noch einmal ganz kurz bestätigen und verstärken, auch aus meiner Sicht, also eines Wessis. Ich weiß noch ganz genau, als Kohl im Dezember 89 mit seinem Zehn-Punkte-Programm rauskam, wer das nicht kennt, googeln Sie es mal, gucken Sie sich das mal an, dass ich da dachte, Mensch, der legt sich ja mächtig weit ins Zeug. Und in zehn Jahren will er eine Föderation mit der DDR haben? Wie soll denn das funktionieren? Da sieht man, wie schnell die Geschichte in diesem Jahr vergangen ist. Das war wenige Wochen danach, war das Makulatur, das Programm. Als es rauskam, habe ich gedacht und haben viele andere gedacht im Westen, also das ist ja viel zu optimistisch, dieses Programm. Das wird die Sowjetunion niemals erlauben, dass die DDR eine Föderation irgendwie, eine Konföderation mit der BRD macht. Also das ist eine unglaublich schnelle Zeit gewesen damals. 18. März, es freut mich sehr, dass Sie den angesprochen haben. Den hat ja auch der Bundespräsident schon mehrfach ins Gespräch gebracht, in einem großen Artikel in der Zeit, den man auch im Internet nachlesen kann, im letzten Jahr, glaube ich. Das ist eine sehr interessante Sache und ich will ja auch kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir haben vor einigen Jahren auf Initiative des Vereins Weimarer Republik eine Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte gegründet. Da ist auch die Deutsche Gesellschaft Mitglied, wo wir genau dieses Manko beheben wollen, wo wir genau das machen wollen, dass wir sehr gut sind und auch aus gutem Grunde in der Erinnerung an die schrecklichen Seiten unserer Geschichte, aber dass daneben es auch positive Seiten unserer Geschichte gibt und dass Freiheit nicht nur etwas ist, was importiert wurde von Außen und Demokratie, sondern wo es auch eine alte deutsche Tradition gibt, darauf hinzuwirken. Das ist viel zu wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit und das wird jetzt institutionalisiert langsam. In diesem Jahr werden einzelne Projekte laufen, oder im letzten Jahr liefen einzelne Projekte an, die vom BKM gefördert wurden. Also das ist ein Punkt, der gegenwärtig sehr stark in Entwicklung ist. So ein letzter Punkt, den ich noch machen wollte. Sie haben natürlich völlig recht, Herr Kowalczuk, Freiheit bedeutet auch häufig Ausschließung. Klassisches Beispiel Thomas Jefferson, der Mann war Sklavenhalter, aber hat gleichzeitig den Satz in die Unabhängigkeitserklärung der USA reingeschrieben, wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Da stimmte 1776 kein Wort davon, es sei denn, dass sie ein besitzender weißer Farmer oder so gewesen sind. Aber es ist ein dynamischer Begriff. Das heißt, man kann diesen Begriff immer wieder aufgreifen und sagen, hier, was ist mit uns? Wir sind ausgeschlossen. Sind wir etwa keine Menschen? Gilt er für uns nicht? Also das ist das unglaublich dynamische am Freiheitsbegriff, weshalb auch man nicht verlangen kann, dass Leute, die vor 200 Jahren für Freiheit eingetreten sind, dass das perfekte Demokraten in unserem Sinne wären. Das sind sie nicht, kein einziger von denen. Kann man keinen einzigen von denen gelten lassen, wenn man diese Maßstäbe anrechnen will. Und ja, Kolonien 19. Jahrhundert. Man muss allerdings auch sehen, der politische Freiheitsbegriff, der wird nur in Europa entwickelt und nirgendwo sonst. Es gibt keinen asiatischen politischen Freiheitsbegriff in dieser Zeit, meine ich, 18. bis 19. Jahrhundert. Es gibt Begriffe für Freiheit, aber im Arabischen zum Beispiel bedeutet Freiheit Abwesenheit von Sklaverei. Es ist kein politischer Begriff, es ist ein rechtlicher Begriff. Und das ist schon eine europäische Sonderstellung, dass seit der Renaissance der Freiheitsbegriff immer weiterentwickelt wird. Entschuldigung, es ist etwas länger genannt. Ja. Herzlichen Dank auch nochmal für diese Ergänzung. Ich habe aber auch die Freude und die Ehre, Frau Kollegin Boos aus Ungarn herzlich zu begrüßen. Irgendwie sind wir uns, glaube ich, einmal in Bochum begegnet. Also herzlichen Dank, dass wir, ich jedenfalls zumindest Sie an dieser Stelle wiedererkenne. Er hatte das jetzt übersehen, weil ich ans zentrale Mikrofon gegangen war. Ja, herzlich willkommen und sicherlich sind dann also auch ergänzende Fragen möglich, die das Auditorium und die Teilnehmer des Auditoriums nicht nur an Herrn Kowalschuk, vor allem auch an Sie stellen, die Sie leider verhindert sind, hier heute herzukommen. Ja, bitteschön. Ja, es kann hier also vorn dieses einzelne Mikrofon, das hatten Sie jetzt gezeigt. Oder klar. Ja, haben Sie Mut, Sie sind sonst, also soweit ich Sie kenne, hier aus dem Auditorium, immer sehr engagiert mit einzelnen Wortmeldungen. Bitte sehr, sagen Sie kurz Ihren Namen bei der Institution, wenn das wichtig ist. Ja, guten Tag, Pia Heine, Doktorandin an der Uni Jena. Ich habe eine Frage an Herrn Kowalschuk. Sie haben den 18. März angesprochen. Der ist ja schon in vielerlei Hinsicht gefallen. Ich habe jetzt vor kurzem ein Essay gelesen von der Soziologin Jana Milew, die ja durchaus radikalere Thesen in Bezug auch auf die Einheitsgeschichte formuliert. Und die hat aus ihrer Perspektive geschildert, dass der 18. März ja schon sehr stark auch im Wahlkampf durch bundesdeutsche Politiker geprägt war und die Protagonisten eben weniger auf der DDR-Seite standen, sondern stärker eben die Personen aus dem Bundesgebiet da eine Rolle spielten. Und meine Frage an Sie war jetzt, wie schätzen Sie das ein? Wie viel Freiheit und wie viel ostdeutsche Emanzipation steckte denn aus Ihrer Perspektive in diesem 18. März? Soll ich gleich antworten? Ja, bitte. Also, unmittelbar nach den Wahlen vom 18. März hat niemand anderes als Egon Bahr gesagt, Sie wissen alle, die SPD hat damals entgegen allen Prognosen starke, sozusagen, gegen allen Prognosen die Wahl nicht gewonnen. Er hat gesagt, das waren die schmutzigsten Wahlen, die Deutschland im 20. Jahrhundert erlebt hat. Das sagte er in einem Interview mit TASS. Das ist in der Praff da veröffentlicht worden. Da muss man schon sagen, dazu zählt schon viel Kaltblütigkeit, um die Wahlen vom 18. März 1990 als schlimmer einzuschätzen und den Wahlkampf, darum ging es Bahr, als das, was sich in der Spätphase der Weimarer Republik zutrug. Wäre da auch nur mal so ein bisschen, und man muss nicht mal Experte sein, nur mal so ein bisschen in den Tageszeitungen aus der damaligen Zeit, aus den späten 20er und frühen 30er Jahren, dann vor allen Dingen bei den letzten Reichstagswahlen 1932. Da gab es ja zwei, geblättert hat, der wird nur mit dem Kopf schütteln. Am 18. März, die Wahlen vom 18. März standen unter einer einzigen Fragestellung. Diese Fragestellung lautete, kommt es zur Wiedervereinigung nach Artikel 23 Grundgesetz oder nach Artikel 146? 75 Prozent der Menschen, einschließlich aller SPD-Wähler, haben sich für den Weg Artikel 23 entschieden. Gegen Artikel 23 waren vor allen Dingen zwei Gruppierungen. Einmal die Postkommunisten, der SED-PDS, die 16 Prozent der Stimmen bekommen haben. Das waren im Übrigen ungefähr so viele Stimmen, wie die SED selber immer ausgegangen ist, wie viele Leute hinter ihrer Macht stehen. Und das war die Bürgerrechtsbewegung, die, wie Sie alle wissen, bei diesen Wahlen mehr oder weniger deutlich abschmierte. Eine ihrer Slogans lautete, Artikel 23, kein Anschluss unter dieser Nummer. Das war auch nicht besonders geschmackvoll. Im Vorfeld des Wahlkampfes gab es eine zentrale Diskussion, die auch schon am zentralen Runden Tisch diskutiert worden ist. Dürfen westdeutsche Politiker und Politikerinnen in diesem Wahlkampf mitmischen? Und dazu gab es zwei Meinungen. Die einen sagten, ja, selbstverständlich, es geht ja um die Einheit, es geht um die D-Mark, es geht um die Wiedervereinigung. Diese Haltung ist vor allen Dingen von der CDU und der SPD vertreten worden und von den Freien Demokraten. Und die, die dagegen waren, war die SID-PDS und das war die Bürgerrechtsbewegung Bündnis 90. Warum waren die dagegen? Weil die anders als die anders eben erwähnten Parteien keine natürlichen Bündnispartner im Westen hatten. Bündnis 90 hatte zwar die Grünen, aber die Grünen scherten sich nicht um die deutsche Einheit, wie Sie wissen. Die zogen ja auch 1990 im Bundestagswahlkampf im Dezember noch mit dem Slogan in dem Wahlkampf Alle reden von der Einheit, wir reden vom Wetter. Dafür sind sie auch abgestraft worden. Also diese beiden Gruppierungen, also die Postkommunisten und die frühere Opposition der DDR hatten keine natürlichen Verbündnispartner im Westen. Während die Freien Demokraten und die CDU sich mit den Blockparteien vereinigt hatten und praktisch so über Nacht, Kohl hatte den Widerstand gegen die Vereinigung mit der Ost-CDU kurz vor Weihnachten 1989 aufgegeben. Und so hatten sie praktisch kurz über Nacht eine flächendeckende Struktur im Osten, die sie nutzen konnten. Das war ein enormer Vorteil, vor allen Dingen ein enormer Vorteil wiederum gegenüber der SPD, die eben diese flächendeckende Struktur nicht hatte. Es war eine Partei im Aufbau und die hatte eben sozusagen keinen Partner, der sozusagen ihnen diese Struktur bieten konnte. Und vor diesem Hintergrund, dass also die großen Parteien mit Wahlkampfunterstützung rechnen konnten, vielfältigester Art, ob das Geld war, ob das Druckmaterialien waren, bis hin dazu natürlich, dass die CDU mit ihrem Spitzenpersonal im Osten auftrat. Die haben dort Wahlkampfveranstaltungen erlebt, wie nie zuvor und wie nie wieder in der deutschen Geschichte, danach seit 1945, wo sie buchstäblich vor Hunderttausenden Menschen, Kohl und andere, sprachen. Das passierte Willy Brandt von der SPD und Hans-Dietrich Genscher von der FDP ganz genauso. Das waren wirklich riesenhafte Wahlveranstaltungen. Und vor diesem Hintergrund kamen dann eben sehr schnell aus der Ecke derjenigen, die unterlegen waren, die sich dagegen ausgesprochen haben, sozusagen der Ruf auf, ja, das waren schmutzige Wahlen, hier wurde mit unlauteren Mitteln gekämpft. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil letztendlich ging es bei dieser Wahl um die Bundesrepublik. Es ging bei dieser Wahl um das bundesdeutsche Geld. Also gab es auch irgendwie gute moralische Gründe, dass die Bundesrepublik in diesem Wahlkampf mitmischte. Und der zweite Punkt, der viele damals irritierte, der kulturhistorisch interessant ist, wie Sie sich alle noch erinnern können, war die DDR mäustig grau, egal wo man hinkam. Der Wahlkampf veränderte dieses Land auf eine ganz unvorhersehene Art und Weise und machte es bunt, weil nun auf einmal überall bunte Wahlplakate hingen. Und diese Wahlplakate sind, was leider nicht so unüblich ist, auch wenn es nicht gestattet ist, vielerorts von den politischen Gegnern abgerissen worden, verunstaltet worden und so weiter und so fort. Also da wurde mit unlauteren Mitteln gekämpft. Das war für viele Ostler auch sehr ungewöhnlich. Und das war die zweite Quelle, weshalb gesagt wurde, das wären so eine unfairen Wahlen gewesen. Aus meiner Sicht und alles, was die historische Forschung ergeben hat, waren das alles andere als unfaire Wahlen. Es waren ganz besondere Wahlen, die unter diesen gegebenen historischen Umständen auch hätten gar nicht anders durchgeführt werden können. Ja, und zwar hätte ich noch eine Frage an Frau Boos. Hallo Frau Boos. Sie dürften jetzt ja den ausführlichen Ausführungen der Herrschaften schon Gehör schenken. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie aus Ihrer Perspektive in Budapest auch noch mal ganz neue Aspekte zur Fragestellung beitragen könnten. Und die würden mich interessieren. Ja, einen schönen guten Tag aus Budapest. Viele Grüße. Ich konnte Corona-bedingt ja nicht persönlich anreisen und möchte mich erst mal bedanken für die spannenden Vorträge. Und dann komme ich zu Ihrer Frage. Ja, ich lebe und arbeite seit 2004 in Budapest. Das heißt, ich habe im Grunde genommen jetzt auch eine andere Perspektive auf die Ereignisse. Und diese Begriffe Freiheit und Einheit spielen ja nicht nur für Deutschland, sondern für Ungarn, für ganz Europa eine zentrale Rolle. Und ich denke, dass da zwei Aspekte auch wichtig sind in dem Zusammenhang, der in den beiden Vorträgen vorkam. Das eine ist eben die starke Kontextbezogenheit oder zeithistorische Rückbindung des Freiheitsbegriffs. Und das andere Aspekt, die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit den Freiheitsrevolutionen von 1989? Beide Aspekte, denke ich, sind hochst relevant in dem Zusammenhang. In Ungarn, wenn man mit dem Freiheitsbegriff anfängt, glaube ich, gibt es eine große Debatte auch in die Richtung, ob es eher um individuelle oder eher um kollektive Freiheit geht. Also dass da ein Spannungsverhältnis zwischen individueller und kollektiver Freiheit praktisch besteht. Und praktisch kollektive Freiheit, wenn dann auch die Freiheit der Nation oder eben die Rechte der Nation als Ganzes. Und ich glaube, das ist dann doch ein Freiheitsbegriff, der immer mehr sich auch entfernt von dem liberalen westlichen Freiheitsbegriff. Also auch stärker die Frage formuliert, wo endet eigentlich Freiheit? Wo sind die Grenzen von Freiheit? Und das könnte man, das ist ja ein Thema, was heute im nächsten Panel eine Rolle spielt. Man könnte das auch zu der Frage umformulieren, wie viel Vielfalt vertragen wir oder wie viel Vielfalt verträgt ein Kollektiv? Und das spielt natürlich auch insbesondere im Hinblick auf die Einheit in Europa eine wichtige Rolle, die ja eben auch in Frage steht. Das vielleicht zu dem einen Aspekt und das andere, habe ich gesagt, was mir sehr wichtig scheint, diese Frage, wie gehen wir eigentlich um mit der Freiheitsrevolution? Ich glaube, diese Kritik von Herrn Kobaltschuk, dass ja diese Freiheitsrevolution in Deutschland nicht entsprechend gewürdigt wird, die gilt auch international in den anderen betroffenen Ländern. Also wenn ich jetzt mir überlege, welche Rolle dieser Tag, das ist ja eigentlich ein Jahr, das ganze Jahr, es gibt ja viele Ereignisse, die man da für Ungarn festmachen könnte, ganz wichtig, das wurde ja genannt, die Entscheidung, den eigenen Vorhang praktisch abzubauen ab dem 2. Mai und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, es ist nicht nur, dass es nicht entsprechend gewürdigt wird, sondern es wird heute sogar negiert, dass es überhaupt ein bedeutungsvolles Ereignis war. Es hat sich jetzt eigentlich ein Narrativ, jedenfalls ein von der jetzigen Regierung gepflegtes Narrativ, ja durchgesetzt, dass die eigentliche Revolution nicht 1989 stattgefunden hat, sondern mit den Wahlen 2010 erst. Also dass 1989 gar kein wirklicher Systemwechsel stattgefunden hat. Also ich glaube, das geht noch viel weiter, dieser Umgang mit dem doch so zentralen Ereignis auch für Ungarn. Und ich glaube, wenn man jetzt in die anderen ehemalsozialistischen Staaten schaut, ist es doch recht ähnlich. Und vielleicht, wenn ich jetzt noch einen Aspekt hinzufügen kann, was ich eben auch wichtig fand, ich glaube, das war auch bei Ihnen, Herr Kowalczyk, im Vortrag zu sagen, im Nachhinein in dem Zusammenhang betrachtet man diese Geschichte von 1989 wirklich so als die Tat großer Männer, die da Entscheidendes geleistet haben. Und das trifft natürlich auch für Ungarn und auch für die Öffnung des Eisernen Vorhangs zu. Wir haben alle dieses eine Bild im Kopf, wo eben Horn und Mock, also der österreichische, und der ungarische Außenminister dann symbolisch mit so Zangen ein Stück Eisernen Vorhang öffnen. Aber das hat ja gar nicht die Bedeutung gehabt. Da war ja fast nichts mehr da vom Eisernen Vorhang, als dieses Bild aufgenommen wurde. Die eigentlichen Akteure, die das ermöglicht haben, die sind eigentlich überhaupt nicht angemessen gehördigt worden. Schließe ich jetzt mal mit diesen Bemerkungen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für diese ergänzende Sicht. Und auch aus der Perspektive Ihres Landes und der Wahrnehmung der sogenannten Revolution, die dann auch nach Ihrer Meinung, Herr Kowalschuk, letztendlich nicht so solitär gesehen werden darf. Es gibt eben so sehr viele unterschiedliche Ursachen, die bei vielen von uns also verdrängt worden sind, dass sie letztendlich in dieser Revolution, die wir so bezeichnen, dann kulminierten. Vielen Dank. Gibt es aus dem Auditorium weitere Meldungen? Bitte kurz auch Ihren Namen mit vorstellen, dass wir dann auch Sie ansprechen dürfen. Ja, ich bin Stefan Kugler vom Studienkolleg Sachsen der Universität Leipzig. Zwei Fragen sind bei mir aufgekommen, die ich gerne stellen würde. Die einen an Dreier. Sie hatten davon gesprochen, dass aus dem Ausland Impulse gekommen sind zu den Revolutionen im 19. Jahrhundert und den Verfassungsgebenden. Ich wüsste gerne, ob das auch inhaltliche Impulse gewesen sind, ob da Ideen aus dem Ausland übernommen wurden oder ob Ideen in Deutschland entstanden sind, die dann Eingang in die Verfassung gefunden haben. Die zweite Frage wäre an Frau Pross. Mich würde interessieren, jetzt wo es ungefähr 100 Jahre her ist, dass Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Gebietes verloren hat, inwieweit denn heute in Ungarn der Einheitsgedanke noch wichtig ist und thematisiert wird. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall, das sind auch inhaltliche Impulse gewesen, wobei natürlich der europäische Liberalismus im frühen 19. Jahrhundert auch ohnehin sehr ähnlich denkt und sehr ähnliche Forderungen erhebt. Aber man hat sich inspirieren lassen auch. Es ist in gewisser Weise auch eine sehr internationale Zeit. Zumindest die Angehörigen der Elite korrespondieren untereinander, kennen sich untereinander und kennen die Ideen und natürlich spricht jeder Gebildete französisch und etwas, was in der Sprache veröffentlicht wird, wird auch übernommen. Ein Beispiel, die Paulskirche ist die einzige deutsche verfassungsgebende Versammlung, die eine gewählte Zweite Kammer des Parlaments vorsieht. Also ein Staatenhaus, das so wie der amerikanische Senat oder der Schweizer Ständerat organisiert wäre mit gewählten Abgeordneten, während wir ansonsten in der gesamten deutschen Geschichte immer das Bundesratsprinzip haben, dass nämlich die Regierungen der Länder vertreten sind und nicht freie Abgeordnete. Also das ist ein Gedanke, den man direkt aus der Schweiz, die ja gerade auch kurz vorher ihre Revolution hatte und aus den USA übernommen hat. Und da gibt es vieles. Aber es gibt auch viele Gedanken, die sind einfach europäisches Allgemeingut in dieser Zeit. Aber die Frage von Herrn Kugler war ja noch zweischichtig gewesen. Ich sage, die Frage von Herrn Kugler war ja auch zweischichtig. Vielleicht können wir da auch noch, so wie es möglich ist, eine Antwort darauf geben. Ja, es wurde ja auch noch eine Frage gestellt, vielen Dank, eine Frage gestellt zu Einheitsgedanken in Ungarn mit Bezug eben zu den Friedensverträgen. Also man könnte sagen zu Trianon, also dem Verlust von einem großen Teil des Staatsgebietes und der Bevölkerung von Ungarn damals. Diese Erinnerung wird sehr wach gehalten und spielt eine große Rolle, eine ganz bedeutende Rolle in Ungarn. Und die ungarische Nation wird ja auch immer definiert, nicht nur durch die Ungarn, die in Ungarn leben, sondern auch die eben außerhalb der Grenzen lebende Bevölkerung. Man geht da immer von ungefähr fünf Millionen aus. Und das ist auch diese Traumatisierung und dieses Traumasbewusstsein eines Traumas, das man da erlitten hat und einer großen historischen Ungerechtigkeit. Das ist, denke ich, nach wie vor ein ganz zentrales Element der Erinnerungskultur. Und das ist jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob die Frage auch dahin geht, ob da sozusagen revisionistische Vorstellungen auch vorherrschend sind im Sinne einer Wiedervereinigung oder einer Wiedervereinigung mit diesen Gebieten. Das, glaube ich, ist kein reelles Konzept, was verfolgt wird. Aber dieser Gedanke, dass die Ungarn, die außerhalb der ungarischen Grenzen leben, zur ungarischen Nation gehören und auch, dass jede ungarische Regierung auch eine große Verantwortung hat für diesen Teil der ungarischen Nation, der spielt eine sehr bedeutende Rolle. Es gibt einen Trianon-Gedenktag, der ist auch nach 2010 einer der ersten Schritte, die die neue Regierung eingeleitet hat. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Und auch, das war etwas aus mich, als ich neu in Ungarn angefangen habe und auch die ersten ungarischen Studierenden unterrichtet habe, zunächst mal sehr verwunderlich war, dass auch die junge Generation, die jüngste Generation durchaus in diesem Bewusstsein sehr stark groß geworden ist und das auch so empfindet. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, mit wachsendem Abstand zu diesem Ereignis rückt das mehr in den Hintergrund, sondern das ist etwas, was auch für einen großen Teil der jüngeren Generation auch sehr zentral ist für die eigene Identität und auch für das Bewusstsein von ungarischer Geschichte. Ja, Herr Hanke, bitteschön. Ja, mein Name ist Martin Hanke, ich bin Lehrer in Hamburg, komme selbst von der Insel Rügen aus Binz. Ich will das nur ganz kurz mal vorblenden. Danke für die bisherigen Beiträge. Ich finde die sehr, sehr erbaulich. Ich komme gerne sehr nach Leipzig und habe jetzt schon sehr viel mitgenommen. Vielen Dank an die bisherigen Referenten schon mal an der Stelle. 1989 ist für mich sehr, sehr beeindruckend. Ich erinnere mich immer an Kriegsangst. Prora war ein großer Militärstützpunkt auf Rügen bei uns. Und ich muss das mal anmerken, weil ich da meinen Eltern sehr dankbar bin, die waren nicht in der Partei, sind alles Flüchtlingskinder gewesen. Und wir waren kirchlich sehr angebunden. Und 1989 setzte das dann ein, was unsere Familie auch sehr stark belastete. Diejenigen Teile in unserer Verwandtschaft, die sich mit dem Staat eingelassen haben, also SED und MFS, die wurden immer ruhiger 1989. Es waren ganz unangenehme Familienfeiern. Und meine Familie sozusagen oder unsere Familie hatte dann sozusagen den besseren Aufstieg da 1989. Alle konnten Abitur machen. Und das waren ganz unangenehme Familienfeiern, wo nicht miteinander geredet worden ist. Aber trotzdem hat man sich noch getroffen, weil die haben dann den sozialen Abstieg erlitten. Also Arbeitslosigkeit, was vorher sehr verpönt war in der DDR. Also nutzloses gesellschaftliches Mitglied. Meine Frage, ich will auf eine Gruppe fokussieren, weil das durch einen Großteil meiner polnischen Schüler ist das häufige Thema, die Geschehen des Kalten Krieges 1989, nämlich die Kirche. Und wir sind ja hier mit Leipzig, wie heute auch schon noch einige Male angesprochen, die Freiheitsbewegung hat ja einen Hort oder Ort gefunden in der Kirche. Und ich kann mich noch gut an Ausführungen von den damaligen Pastoren auch erinnern, dass die auch nicht geschlossen waren, also pro, gegenüber der Freiheitsbewegung, weil man gesagt hat, Zitat von einem Pastor weiß ich noch, die bringen aber sehr viel in Zerwölfnis. Wir haben doch schon so viel erreicht mit der SED-Regierung. Und die waren sich auch nicht einig. Deswegen meine Frage, wie bewerten Sie jetzt 30 Jahre später, also im Verständnis der Erinnerungskultur auch, die Rolle der Kirche, würde mich sehr interessieren, also in der damaligen DDR um 1989 und auch die bundesdeutsche Kirche im Westen, wie die sozusagen auch einen gesamtdeutschen Unterstützungsbeitrag geleistet hatten, ihren Kirchenbrüdern, oder nicht? Das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank. Ja, wer will auf diese Frage von Herrn Anke reagieren? Mache ich vielleicht? Ja, bitte. Also ich glaube, es beginnt schon mal da, dass man über Kirche nur im Plural sprechen sollte. Die Edemaier DDR hat einen starken Entkirchlichungsprozess und einen staatlich induzierten Entchristianisierungsprozess erlebt. Das ist alles bekannt. Es gab verschiedene Landeskirchen, die sich im Bund der evangelischen Kirche 1969 zusammengeschlossen hatten. Und diese Landeskirchen haben sich schon sehr unterschiedlich verhalten. Also in der Nordkirche konnte man viel eher und auch in Thüringen das alte Prinzip von sozusagen Thron und Altar vereint sehen als in anderen Landeskirchen. Letztendlich, aber das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, hing es von den einzelnen Gemeinden ab, wie sie sich zum Staat verhielten. Und vor allen Dingen, das ist der entscheidende Punkt, wie sie sich zu den Gruppen verhielten, wie man das damals nannte, also zu den Oppositionsgruppen. Und da gab es überall Konflikte, weil es letztendlich immer um die Frage ging, wofür ist Kirche da? Und diejenigen, die sich auf Bonhoeffer beriefen, Kirche für andere, denen fiel es natürlich leichter, den Unangepassten, denjenigen, die keinen anderen Ort in der Gesellschaft fanden, ein Dach anzubieten, als diejenigen, die sagten, also die Kirche ist vor allen Dingen dafür da, das Evangelium zu verkünden. Das war gewissermaßen ein Dauerkonflikt und insofern, glaube ich, ist es sehr ratsam, immer genau hinzuschauen, über wen spreche ich, über warum und Kirchen eben sozusagen im Plural zu benutzen. Was anderes ist es mit der katholischen Kirche, die ja sozusagen in der Diaspora, wenn man so will, in der DDR war, die war von vornherein staatsfärm, der wird mittlerweile in der Forschung, ich sage das jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, so ein Widerstandspotenzial angedichtet. Das war meines Erachtens mitnichten so. Die katholische Kirche war auf der einen Seite resistent gegen bestimmte Anmaßungen des Staates, gerade auch was die Jugendarbeit anbelangt. Auf der anderen Seite ermunterte sie ihre Gemeindemitglieder eben gerade nicht, diesen Anmaßungen offensiv gegenüber zu treten. Also da muss man eben auch sehr genau hinschauen. Der dritte Aspekt, den ich kurz erwähnen will, es ist die Frage, wie haben sich die Kirchen in der Bundesrepublik verhalten. Auch hier muss man natürlich genau differenzieren und auch hier nur im Plua reden. Aber hier möchte ich auf einen Aspekt hinweisen, der, wenn es um Einheit geht, den man gar nicht genug würdigen kann. Es gibt verschiedene Aspekte, an denen sich die deutsche Frage gewissermaßen vital hielt. Eines der wesentlichen Programme, warum die deutsche Frage dann auch in den 80er Jahren im Osten auch wieder so realistisch in der Gesellschaft diskutiert worden, war das Besuchsprogramm, das die Bundesrepublik, die Bundesregierung eingefädelt hatte ab 1985. Sprich, die haben gesagt, okay, ihr kriegt von uns wirtschaftlich, finanzielle Unterstützung, wenn ihr im Gegenzug humanitäre Erleichterungen macht, unter anderem die Besuchsmöglichkeiten in die Bundesrepublik für Verwandte erleichtert. Das führte dazu, dass 1987 und 88 jeweils eine Million Reisen von der DDR in die Bundesrepublik bewilligt worden sind. Nicht eine Million Menschen sind gefahren, sondern eine Million Reisen. Ich nenne das das größte Destabilisierungsprogramm, das die Bundesregierung sozusagen, man kann fast wahrscheinlich sogar sagen, wieder eigener Intentionen gestartet hat. Denn was passierte, es hatte zwei Effekte. Der eine Effekt war, dass die Menschen, die in den Westen fahren durften, zurückkamen und nur noch einen Wunsch hatten, so schnell wie möglich wieder in den Westen zu kommen beziehungsweise den Westen in den Osten zu holen. Das war sozusagen, das ist eine Erklärung dafür, warum, was sich dann auch 1989 abspielte. Und der zweite Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, der vielleicht sogar noch wichtiger ist, zu dieser eine Million genehmigten Reisen kamen ungefähr eine Million abgelehnter Reisen. Und gegen diese Ablehnung hatte niemand in der DDR bis zum Frühjahr 1989 die Möglichkeit, irgendwie vor einem Verwaltungsgericht dagegen vorzugehen. Das heißt, das war eine reine Willkürentscheidung. Und diese Willkürentscheidung haben die DDR-Gesellschaft tief gespalten, in die, die durften und in die, die nicht durften, den doofen Rest sozusagen. Und das führte auch zu enormen Frustrationen und zu enormen sozusagen Aufbau von Widerständen. Und das spiegelte sich, und deswegen sage ich das hier im Kontext der Kirchen, eben in den vielen hunderten Gemeindepartnerschaften, die es zwischen Ost- und Westkirchgemeinden gab. Und diese Gemeindepartnerschaften waren ein ganz wesentlicher Motor dafür, dass viele Leute im Osten wussten, sie werden, anders als das die Öffentlichkeit vielleicht suggeriert, an der Basis in vielen kirchlichen Gemeinden nicht vergessen. Da wurde gewissermaßen der Gedanke an die deutsche Einheit wachgehalten. Und das, glaube ich, ist ein, wie ich auch finde, in der Öffentlichkeit viel zu wenig gewürdigter Aspekt, wenn wir über die Einheit reden in der Teilung. Ganz kurzer Zusatz noch zum internationalen Aspekt dieses wichtigen Problems. Ohne Polen und Ungarn hätte es viele weitere Entwicklungen nicht gegeben. Und ohne Polen 1980 hätte es die Entwicklungen später im Jahrzehnt nicht gegeben. Und ohne den polnischen Papst hätte es das vielleicht auch alles nicht gegeben. Also der Wojtyla-Papst hat hier, glaube ich, auch eine ganz zentrale Rolle gespielt, dadurch, dass da ein Fokuspunkt war für die Polen und die katholische Kirche natürlich auch eine ganz andere Rolle in Polen spielte, als das in der DDR etwa der Fall war. Also das ist etwas, was auf jeden Fall auch mit berücksichtigt werden muss dabei. Es ist ja durch die Kirchen auch das eine oder andere subversive Moment ja auch noch erfolgt. Ich weiß in West-Berlin die Durchlässigkeit nach Ost-Berlin, teilweise ausgestattet mit diplomatischen Pässen aus dem Vatikan, ja, dass dann bestimmte Arbeitsgruppen kirchlicher Art, der katholischen Kirche, also auch doch mehr oder minder aktiv bestimmte Dinge vorbereiten konnten. Ja, das ist also auch, ich weiß nicht, wie weit Sie, Herr Kowalschuk, so etwas auch schon untersucht haben in Ihrem Bereich, aber das finde ich also eine ganz spannende Geschichte. Hierzu würde ich dann ganz gern auch gelegentlich mal unseren ehemaligen Staatsminister für Wissenschaft und Kultus, Herrn Mayer, einladen. Da gibt es also sehr viele interessante Aspekte. Herr Professor Hasse. Ja, Rolf Hasse, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften der Universität Leipzig. Also ein Wirtschaftswissenschaftler möchte eine historische Ergänzung bringen und zwar zu der Wahl vom 17. März 1990. Das war eigentlich ein Reifezeugnis für die Wähler hier und das schlechte Wahlergebnis für die SPD war schlicht und einfach das Ergebnis ihres Verhaltens in dem Prozess. Das Jahr 89 gesamt gesehen hat eine Zweiteilung bei der SPD gebracht. Die Junge Garde angeführt von Oskar Lafontaine war gegen die Wiedervereinigung und hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und auch die Bürger hier gewarnt vor der Bundesrepublik. Es sei eine Wirtschaft des Kapitalismus und so schlimm wie Chile und das war unter Pinochet. Das heißt die Artikulation die die SPD hatte wurde nachher durch Brandt überdeckt aber Brandt war fast ein einsamer Rufe innerhalb der SPD und dieses und das erklärt auch die Wahlergebnisse dann in den ersten Jahren der 90er für die SPD dieser Widerstand wurde bei der Williung der Gelder für die Aktionen in diesen Ländern hier also in Ostdeutschland massiv gegen die Kohl Regierung opponiert und dazu war die Achse Lafontaine Schröder stellvertretend. Das heißt also die hiesigen Wähler haben eine ganz klare Sicht gehabt wie die SPD sich zu diesem Problem verhält und Herr Kowalczyk Sie haben ja gesagt zur Hälfte war man im Westen und der Hälfte war hier diese gespaltene Persönlichkeit war ja Lebenselixier oder Überlebensstrategie und dementsprechend hat man diejenigen nicht gewählt die sich so abschätzig über die Bundesrepublik geäußert haben und gleichzeitig gewarnt haben vor der Bundesrepublik wo man eigentlich hin wollte. Insofern war das eigentlich mehr ein Reifezeugnis als das was dann gesagt wurde das ist glatt eine Fehlinterpretation das ist nur aus dem Ärger herausgekommen denn die Erwartungen in der SPD waren andere nur ihr Verhalten war überhaupt keine Offerte und die Offerten kamen eben von den anderen. Vielleicht darf ich dazu noch ergänzen dass das ja auch in einer Kontinuität stand die SPD wollte ja die berühmten Gera-Forderungen von Honecker akzeptieren die SPD hat sozusagen von der SPD geführten Bundesländer haben die Zahlung an die Erfassungsstelle in Salzgitter eingestellt alles vor 1989 und es gab eine heftige Debatte darüber im Juni 1989 über das Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz und auch da haben sich führende SPD Funktionäre bereits dafür ausgesprochen dass das aufgegeben werden muss insofern ist das ich will das nur ergänzend sagen was eben gesagt wurde das Verhalten von Lafontaine von Schröder und von anderen im Frühjahr 1990 die logische Folge einer viel längeren Politik so wie übrigens natürlich bei den Grünen auch Gibt es zu diesem Komplex noch Fragen Ja bitte schnell Herr Wiedern Ich falle jetzt mal aus der Rolle und rede als Grüner weil Kowalczyk da ja öfters drauf zu sprechen kommt Alle reden von der Einheit wir reden vom Wetter war eine unglaubliche Dummheit die zu Recht bestraft wurde da sind wir uns völlig einig Wo wir uns nicht einig sind ist die Frage ob die Grünen nun tatsächlich völlig ignorant dem Prozess des Zusammenwachsens gegenüber gewesen sind Also gerade ein Großteil der Bürgerrechtler Ost wollte das gleiche Tempo das gleiche zögerliche Tempo was wir dann vorgelegt haben prominente Namen unter dem Aufruf für mein Land prominenter Bürgerrechtler und insgesamt da kommt das was Herr Dreyer richtig gesagt hat die Grünen waren primär eine westdeutsche Partei wir Berliner waren da immer eine kleine Insel die dichter dran waren und die vieles auch anders gesehen haben aber als Westberliner waren wir eben wirklich nur klein mit Beratungsstimme und nicht mit richtiger Stimme so es war ja nicht nur am 17. Juni geht man baden als die Junge Union mal in Schleswig-Holstein eine Pappmaché Mauer über eine Bundesstraße symbolisch gebaut hat am 17. Juni fielen alle über die Junge Union her wie sie denn den Ausflugs und Urlaubsverkehr an diesem Tag derart behindern könne Meiner Erinnerung nach Nähe von Bad Oldes Loh habe ich noch genau im Kopf also man wollte baden und man hat das nicht nur für ein Projekt der kalten Krieger gehalten sondern auch der Heuchler darüber muss man ja auch mal reden dass die 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 Sonntagsreden gehalten haben die Kredite über Franz Josef Strauß für die DDR organisiert haben dass Franz Josef Strauß seinen Geburtstag in den Gütern der Fleischbarone feierte die an dem Interzonenhandel verdienten indem sie die Rinder aus der DDR in die EU brachten und so weiter und so fort und last but not least wurde Honecker als Staatsgast ja bekanntlich 1988 in Bonn noch von Kohl empfangen das heißt auch auf der Seite sahen wir primär Heuchelei und dann hatten wir in unserer Partei nun wirklich leider alles wir hatten bedingungslose Unterstützung der DDR Opposition Petra Kelly Lukas Beckmann und andere und wir hatten bezahlte Agenten Ostberlins die wirklich getrommelt haben für Zweistaatlichkeit sogar für Dreistaatlichkeit aus Westberlin die besondere politische Einheit machen wollten und so weiter und so fort in Westberlin wie gesagt war man näher dran wir haben uns als AL die Köpfe eingeschlagen 85 86 87 zum Unverständnis aller Journalisten die sagten habt ihr denn kein anderes Problem als über Berlin und Deutschland Politik euch zu streiten über die Frage was soll denn aus Westberlin aller Long werden noch unter Besatzungsstatus das heißt die Beschäftigung mit dieser Frage wie weiter mit Mitteleuropa galt als exotisch aber wir haben es als Einzelpartei gemacht als Einzelpartei in Berlin gemacht wir sind zum Teil zu falschen Ergebnissen gekommen zugegeben wir haben uns auch lächerlich gemacht zugegeben aber es gab auch immer die zweite Seite und mich hat es einfach gedrängt darauf mal hinzuweisen ich würde da gerne aber noch etwas ergänzen wenn ich darf natürlich gab es diese besondere Situation in Westberlin aber gerade die AG Deutschland Politik in der alternativen Liste die war natürlich auch im hohen Maße wenn ich das sagen darf geprägt von Leuten die aus der DDR ausgebürgert worden sind oder aus der DDR ausgereist worden sind einer ist gerade in diesem Jahr ich storm Thomas Auerbach und natürlich dieses Programm drei Deutschländer von Schneider also diesen was du da gerade sozusagen angedeutet hast der hochrangige MFS Kader der da eine Rolle spielte das war sicherlich eine besondere Ausnahme aber und ich würde da auch immer differenzieren wollen es gab diesen Lukas Beckmann Petra Kelly Uli Fischer der gerade gestorben ist Elisabeth Weber Flügel und einige andere auch aus der AL die sehr stark für die osteuropäische Bürgerrechtsbewegung sich engagierten eben auch für die DDR die auch in die DDR fuhren das ist auch alles dokumentiert gleichwohl glaube ich muss man schon sagen dass der Mainstream der Grünen anders unterwegs war und das kann man ja auch historisierend nüchtern feststellen nicht so aufgeregt wie das Hubertus Nabe vor ein paar Tagen in der Welt gemacht hat und irgendwie sozusagen kalten Kaffee in alte Schläuche gegossen hat ich wenn ich in Hamburg oder München oder Saarbrücken groß geworden wäre dann hätte mich auch Paris London oder New York mehr interessiert es hätte mich mehr angezogen als dieser langweilige Osten aber zu einer ehrlichen historischen Analyse gehört eben dass man fragt okay warum ist das so gelaufen warum waren den meisten Grünen die sozusagen die Kämpfe in El Salvador Nicaragua wichtiger als ein Blick auf die Diktatur vor ihrer eigenen Haustür Ja bitteschön eine Frage an Herrn Kowalczuk welche Rolle haben die Parteiorganisationen gespielt also damals hat ja auch die FDP ganz gut abgeschnitten es gab ja in der DDR die LDPD die liberal demokratische Partei Deutschlands die eigentlich ganz gut funktionierte auch in der DDR und die ist dann praktisch zur FDP gekommen und die CDU hat ja noch zwei andere Blockparteien übernommen die Bauernpartei und die NDPD also die hatten ja ganz gute Stadtvoraussetzungen Gibt es noch ergänzende Fragen sonst würde ich nochmal Herrn Kowalczuk bitten darauf zu reagieren Welche Rolle die 89 gespielt haben oder in der DDR Geschichte bei der Wahl dann am 18 März die hatten ja gegenüber den anderen Parteien Grün und SPD damit Wettbewerbsvorteil das wollte ich damit sagen ja genau die hatten Wettbewerbsvorteile weil sie funktionierende Strukturen hatten auch flächendeckend und die sind so wie sie das eben geschildert haben ja im Prinzip teilweise schon Bündnisse eingegangen miteinander die dbd ist dann noch alleine angetreten ich glaube die haben ein oder zwei abgeordnete bekommen bei den Volkskammerwahlen die spielten aber im großen und ganzen keine Rolle mehr bis auf einzelne bis auf Einzelfiguren wie zum Beispiel dann der spätere Bundesminister für Forschung Rainer Ortlepp der dann so eine Rolle spielte aber ansonsten spielten diese Blockparteien dann eigentlich keine Rolle mehr ja da hinten war noch eine Frage und dann kommen Sie bitte ja Dorothee Dubrau Baubürgermeisterin AD von Leipzig aber eigentlich Berlinerin und insofern in der Zeit in den Ende der 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre sehr stark organisiert und auch tätig in dem Bereich der Bürgerbewegung der Bürgerinitiativen die wollte einfach zu dem vorhergehenden Thema noch was sagen diejenigen die in der Bürgerbewegung tätig waren waren ja in sich auch gespalten natürlich gab es diejenigen die dann in dem Laufe wo es um Freiheit und dann um Reisefreiheit aber auch um die Rettung der alten Städte und ähnliches ging dann mit der Maueröffnung dafür waren tatsächlich eine schnelle Wiedervereinigung zu haben aber es gab auch einen großen Teil die davor echt gewarnt haben einige wollten den dritten Weg das heißt sozusagen eine Erneuerung der DDR mit dem was sie an Vorstellungen hatten und einer Freiheit die sich innerhalb dieses Staatsgebildes darstellten und andere haben gesagt Wiedervereinigung okay aber nicht in diesem Tempo weil eigentlich vorauszusehen war dass der komplette Niedergang der Wirtschaft bedeuten würde auch für viele Bürger die in diesem Territorium wohnen und wenn man sich das im Nachhinein anschaut ist das tatsächlich eingetreten es gab auf der einen Seite natürlich einen Hochflug aber es gab auf der anderen Seite für mich keine gerechte Vereinigung sondern eher einen Anschluss Ja Ja das war Ja das war ja eher eine Anmerkung als eine Frage bitteschön aber wichtig also da müssen wir vielleicht im Pausengespräch uns auch nochmal zu verständigen Ja bitte ich bin ich bin Claudia Iergan Bose bin Leipzigerin ich möchte Ihnen Herr Gewalt schon vehement widersprechen dass der Osten langweilig gewesen ist ich bin mit 17 oder 18 Jahren das erste Mal in Polen Ungarn GSR Bulgarien gewesen ich bin getrampt mit Freunden alleine ich bin mit 18 Jahren das erste Mal vielleicht auch 19 Jahren in Auschwitz gewesen und habe mir vorgenommen dort mit in diesem relativ jungen Alter es gibt in deinem Leben Dinge die machst du und es wird in deinem Leben Dinge geben die machst du nicht egal unter welchen Umständen und ich bin dann jedes Jahr aus dieser grauen und langweiligen DDR ausgereist und habe in zunehmendem Maße Wut und Zorn bekommen aber auch die Möglichkeiten vorgelebt bekommen in Ungarn in Polen auf den Dörfern weit ab von diesen Touristenstädten die ja auch organisiert und gelenkt und beobachtet gewesen sind was es Möglichkeiten was es für Möglichkeiten gibt mit dem Jahr 89 habe ich dann die Möglichkeit ergriffen und wollte an dieser Transformation mich beteiligen und wenn immer so einhellig von der CDU jetzt gerade in den überhaupt in den letzten 30 Jahren von der CDU gesamtdeutschen CDU gesamtdeutschen SPD gesprochen wird Bündnis 90 die Grünen dann sehe ich das ganz differenziert denn eine Aufarbeitung in dieser mitteldeutschen oder ostdeutschen oder DDR CDU ist nicht wirklich erfolgt und wenn ich mir vorstelle wer hier mit 89 mit 90 mit diesen Wahlen politische Verantwortung übernommen hat in Leipzig in Dresden in den gesamten restlichen mitteldeutschen Ländern dann ist das für mich der Anfang gewesen für das Desaster was wir jetzt haben dass die Leute sich abwenden und auch der Hintergrund dafür dass gerade und besonders in Mitteldeutschland und in Sachsen sich Menschen auf den Weg machen und sagen wir wollen euch nicht mehr und auch das ist für mich der Hintergrund dass die AfD sich gegründet hat auf der jetzt diejenigen die 30 Jahre Verantwortung gehabt haben und hätten eingreifen können in politische Entwicklungen in Stadt in Land in Schulen in Universitäten in der Wirtschaft bei der Polizei in der Justiz wirklich brutal versagt haben und ich glaube das ist gerade und besonders in dieser Stadt 30 Jahre danach wird es nicht thematisiert und ich bin hierher gekommen um gegen dieses Schweigen und gegen diese Lügen was den 9. Oktober und die restliche Zeit davor und danach anbetrifft ein Stück weit dagegen anzugehen ich weiß dass man der Europa in der Wüste ist aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Verbündeten die sagen okay hier muss nachgebessert werden an den Stellen wo es möglich ist Herzlichen Dank Frau Brose Sie sind direkt angesprochen worden aber mit Blick auf die Uhr muss ich glaube ich auch jetzt hier als Moderator der Sachwalter der Zeit sein bitteschön ich hätte noch eine Frage ich würde gerne noch mal Frau Boos fragen weil es geht ja um den langen Weg zur Demokratie und ich würde Sie gerne noch mal fragen wie Sie so die Zukunft im Moment sehen gerade in Ungarn weil Sie auch vor Ort sind wie Sie das einschätzen wie die Zukunft so aussehen wird Frau Boos dann zunächst mal Entschuldigung sehr Kowalczyk Gut ja dann vielen Dank ja das ist jetzt eine große Frage auch eine schwierige Frage ich bin grundsätzlich immer Optimistin aber ich mache mir insgesamt Sorgen im Moment um die Demokratie und auch um Freiheit und Einheit ich habe das ja in meinem Eingangsstatement auch schon angedeutet ich glaube wir sind jetzt wirklich an einem Punkt wo wir eigentlich oder unser Grundkonsens im Hinblick auf diese wichtigen Begriffe oder auch Konzepte eigentlich immer kleiner wird also dass wir eigentlich schon nicht mehr einig sind was im Kern eigentlich Freiheit bedeutet und damit auch Demokratie bedeutet wir können uns nicht mehr darauf einigen was Rechtsstaatlichkeit bedeutet also ein sehr sehr wichtiges System ja um Freiheitsrechte zu sichern das glaube ich ist sehr schwierig das ist der eine Punkt dass dieser Grundkonsens im Hinblick auf die Kernbedeutung dieser Konzepte wegschmilzt zum anderen aber denke ich eben das auch was ja eben auch zur Freiheit gehört Pluralismus nicht mehr uneingeschränkt bejaht wird also dass es mehr und mehr Akteure gibt politische Akteure nicht nur in Ungarn sondern auch grundsätzlich ja die eigentlich ein allein Monopol auf das richtige Konzept auf das richtige Programm für sich in Anspruch nehmen und das ist ja wie ein Déjà-vu also da kehren wir ja letztlich auch wieder in eine Situation zurück vor 1989 wo wir ja schon eine Situation hatten wo eine Partei eine Ideologie für sich beansprucht hat das Monopol zu haben auf dem Ich glaube das ist etwas was Demokratie und Freiheit gefährdet und auch Einheit gefährdet auch die Einheit Europas gefährdet aber ich sagte ja ich bin jetzt nicht ein Pessimist und ich würde mich auch nicht der sehr verbreiteten Demokratie Untergangs und Niedergangsliteratur anschließen die ja doch im Moment en vogue ist und eigentlich so das Ende den Zerfall und das Sterben der Demokratien beschwört ich glaube es gibt nach wie vor Möglichkeiten aber wir müssen aktiv dafür kämpfen und ich glaube das ist ja auch in den Vorträgen schon deutlich gewonnen Freiheit ist eben nichts was sich selbst erhält sondern muss immer wieder erkämpft befestigt und stabilisiert werden und es ist eben leider so dass man Freiheit ja vor allen Dingen dann spürt wenn man sie nicht hat und dass sie jetzt letztlich zu viele viel zu selbstverständlich geworden sind also wir haben jetzt doch Generationen die Unfreiheit in dem Sinn nicht mehr erlebt haben wir merken ja jetzt wegen der Corona Pandemie bedingten Einschränkungen der Reisemöglichkeiten was es bedeutet wenn die Grenzen dicht sind wenn man nicht mehr reisen kann wo man hin will das ist so ein vielleicht ein Moment wo man mal spürt was das bedeuten kann oder auch sonst ja auch im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie Freiheitsrechte eingeschränkt wurden aber ansonsten haben wir jetzt ja eine lange Zeit eigentlich die letzten 30 Jahre erlebt wo Freiheit so selbstverständlich geworden ist dass viele sich gar nicht mehr vorstellen können dass man sie verlieren kann oder auch was es eigentlich bedeutet wenn Freiheit eingeschränkt wird und wenn ich jetzt mal über Ungarn hinaus gehe ist etwas was mich da eben auch beunruhigt gerade die junge Generation ist ja die Klimakrise die Klimapolitik zu Recht ein zentrales Thema aber ich begegne in Diskussionen immer mehr jungen doch wahrscheinlich besser wäre in einem autoritären System dieses Thema anzugehen weil autoritäre Systeme ja sehr viel effizienter und schneller sozusagen eine entsprechende Klimapolitik durchsetzen könnten Demokratien werden dann als wenig effizient betrachtet um die gravierenden Probleme zu lösen das sind Dinge die mir Sorgen machen ich würde aber daraus den Schluss ziehen nicht dass Freiheit und Demokratie zum Untergang verurte sind sondern dass wir einfach wieder dafür kämpfen müssen und auch begründen müssen warum das wichtig und richtig und gut ist und nicht davon ausgehen dass von vornherein alle ganz selbstverständlich diese Auffassung anhängen also Sorge ist angebracht aber es ist nicht zu spät Herr Kowalschow wollten Sie dann noch eine Ergänzung zu den Fragen von Frau Bose sagen wenn Sie gestatten würde ich gerne drei Abschlusssätze sagen das eine ist es war ein Missverständnis ich habe selber bis 1989 in der DDR erlebt ich habe da nie Langeweile gehabt ich habe gesagt aus der Perspektive der Hamburger oder der Saarbrückner oder der Münchner schienen der Osten langweilig zu sein das was sie zu den Blockparteien gesagt haben zur CDU und den anderen kann ich nur unterstützen das waren letztendlich nichts weiter als Steigbügelhalter der SED so sind die auch gebildet worden so sind die auch nicht gebildet worden so sind die auch praktisch transformiert worden in den 40er Jahren bis 1952 und seit 1990 findet da eine Bedeutungsumwertung statt dass denen also ein Resistenzpotenzial und ein Widerstandspotenzial zugeschrieben wird was hier Linde sagt ziemlicher Quatsch ist es sei denn man spricht das gleiche Widerstands- und Resistenzpotenzial was es durchaus gab den Mitgliedern der SED zu auch da gab es natürlich abweichendes Verhalten das ist aber etwas anderes als dass das gewissermaßen Strukturelemente von Widerstand und Resistenz waren das zweite was ich gerne sagen möchte und Ihnen vielleicht mit auf den Weg geben möchte zum Überlegen und vielleicht auch zum Kopfschütteln ich spreche seit vielen vielen Jahren oder Jahrzehnten von der Revolution ich spreche aber nie von der friedlichen Revolution und ich weigere mich zudem auch noch das friedlich zu substantivieren um daraus einen Eigennamen zu kreieren und warum das will ich hier in Leipzig auch nochmal unterstreichen das eine ist diese Revolution war nur von einer Seite aus friedlich und zwar nur von der Seite der Demonstrantinnen und der Oppositionellen der Staat hat noch am 9. Oktober 1989 abends in Halle zum Beispiel und in vielen anderen Städten sein Arsenal an staatlicher Gewalt zur Unterdrückung dieser friedlichen Proteste aufgefahren und das geht in diesem Begriff immer schnell unter und wenn man daraus einen Eigennamen auch noch kreiert dann will man denen gewissermaßen diese Vorgänge das ist unbewusst aus den internationalen Kontexten lösen die wir ja eingangs besprochen haben denn nur in der DDR und in der CSSR wo das aber die sanfte Revolution die sanfte Revolution Entschuldigung war das friedlich in allen anderen Regimen war das ganz anders und der von uns so als Friedensapostel verehrte Gorbatschow war in seinem eigenen Land alles andere als friedlich da säumen den Umbruch der für uns so wichtig war hunderte von Toten da sind Panzer aufgefahren worden in Mittelasien in Georgien im Baltikum und das könnte man viel fortsetzen da sehen wir immer sehr großzügig drüber hinweg wenn ich ganz ehrlich bin das ärgert mich schon seit Jahren und Jahrzehnten die letzte Bemerkung ist meine größte Überraschung die ich im Westen nach 1989 als die Mauer durchbrochen wurde erfahren habe als ich zum ersten Mal in meine Heimatstadt West-Berlin gehen konnte war dass die größten Verräter an der Freiheit in der Freiheit leben nicht die größten Verräter an der Freiheit leben in der Diktatur sondern diejenigen die in der Freiheit die Freiheit mit Füßen treten das hat mich 1989 an West-Berlin besonders überrascht insbesondere in linken Kreisen und das sehen wir auch heute wenn wir sehen wie Linke oder Rechte in unserer Freiheit Freiheitsverächter wie Putin oder wie Orban oder wie Kaczynskis oder in vielen anderen Teilen der Welt geradezu anhimmeln ich danke Ihnen für diese interessante Konferenz ich danke den Referenten ganz ganz herzlich für die Anregung die ja auch zu diesen zahlreichen Rückfragen geführt haben und wir wissen dass nicht alles beantwortet wurde wir selbst von der Theodor-Litt-Gesellschaft würden ja ganz gern hier noch ein kleines Büchlein empfehlen was Litt geschrieben hat zu dem Thema Freiheit und Verantwortung ja genau das haben Sie sicherlich bei Ihren Besuchen in West-Berlin vermisst ja wie das umgesetzt wird aber auch Ihnen sehr geehrte Frau Boos ganz herzlichen Dank für das was Sie uns berichtet haben und auch an Anmerkungen mitgegeben haben das war ja auch in meiner Einleitung so angedacht dass wir hoffentlich und Sie haben unsere Wünsche erfüllt hoffentlich viele Punkte genannt bekommen über die wir manchmal innerlich so selbstverständlich hinweg gehen aber die die Substanz treffen herzlichen Dank Ihnen allen Sie hatten sich noch gemeldet aber ich denke jetzt auch mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit ich kriege ja aus der letzten Reihe eine Mahnung optische Mahnung auch dann als Zeitnehmer jetzt Ihnen also auch eine Mittagspause zu gönnen Sie bleiben ja noch bei uns heute oder? Ja gut dann können wir vielleicht die Frage nachholen Ihnen allen vielen vielen Dank natürlich auch allen kritischen Fragestellern das ist doch klar das ist doch klar Vielen Dank. 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 mit dabei sind, begrüße auch alle, die im Livestream dabei sind, jetzt am Nachmittag des Theodor-Litt-Symposiums. Und zwei Fragen führen uns in diesem Nachmittag. Wie viel Freiheit vertragen wir? Und die zweite ist, wie viel Einheit brauchen wir? Also Sie merken, wir bewegen uns dann jetzt in den eher gefährlichen Gewässern der Gegenwart und nicht mehr in den sicheren der Geschichte. Zumindest zum Teil, ich denke, so einige historische Bezüge wird es auch geben, zumindest auch in diesen beiden Impulsreferaten, die wir jetzt kriegen. Bei der Bahn würde man sagen, der Zug verkehrt in umgekehrter Wagenreihung. Wenn Sie jetzt in Ihrem Programm sehen, dass Linda Teuteberg den Auftrag macht, ist es nicht so, Linda Teuteberg wird den zweiten Impuls geben. Und ich freue mich, dass Tilman Mayer, Professor für politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn, zunächst zu uns sprechen wird. Und Sie wenden sich der Leitfrage zu, wie viel Einheit brauchen wir? Bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein in Leipzig, in der Stadt der friedlichen Revolution. Ich bleibe doch bei dem Ausdruck friedlich, weil die Revolution von friedlichen Bürgern betrieben wurde. Dass die herrschende Klasse, wie Kowalczuk sagte, natürlich anders aufgestellt war, ändert an dem Eindruck nichts. Mein Part hier ist, über die Einheit zu sprechen, nicht damit Sie verwechseln Freiheit, Einheit. Freiheit ist der Part der Liberalen. Und insofern von Frau Teuteberg im Anschluss. Ich beginne also mit der Frage, wie viel Einheit brauchen wir. An sich eine Frage, die man sagen könnte, ist irgendwie überflüssig. Einheit ist immer gut. Wir reden von der deutschen Einheit. Wir haben den Jahresbericht zur Entwicklung der deutschen Einheit. Das heißt also, der Begriff ist an sich positiv verankert. Und man kann sagen, man kann daran anknüpfen. Und man kann da natürlich sehr sachlich anknüpfen. Man kann aber auch darüber hinaus ein paar Punkte problematisieren, auf die ich dann auch eingehen möchte. Zunächst mal kann man sagen, wie viel Einheit brauchen wir? Angesichts der Unterschiede zwischen West und Ost, würde ich sagen, wir brauchen natürlich schon einiges an Einheit und an Zusammenwachsen von Ost und West. Das ist einfach nach drei Jahrzehnten Entwicklung immer noch angesagt. Wie kann man das zum Ausdruck bringen? Es gibt im Grundgesetz die Formel von Artikel 72 von den gleichwertigen Lebensverhältnissen. Und gleichwertige Lebensverhältnissen heißt ja nicht gleiche Lebensverhältnisse, sondern gleichwertig. Und wenn Sie da in die entsprechende Verwaltungsliteratur hineingehen, dann kann man da viele Punkte anführen, die uns jetzt heute vielleicht ein bisschen langweilig vorkommen, aber zum Ausdruck bringen, dass man darüber nachgedacht hat, dass es zu einer Angleichung kommen muss, nicht nur zwischen Ost und West, sondern überhaupt im Bundesgebiet. Dass es zum Beispiel um die Daseinsvorsorge geht, die geregelt werden muss, dass man zentrale Orte haben muss, die nicht zu weit weg liegen von der Versorgung der einzelnen Betroffenen in den Kreisen und Regionen. Es muss also eine infrastrukturelle Grundversorgung Dasein. Das ist das Ziel, was mit diesem Artikel en passant zumindest angesprochen ist. Ich habe in der Vorbereitung auch eine Schrift über die gleichwertigen Lebensverhältnisse mir kommen lassen von einem Schulbuchverlag, in dem nicht die Rede ist von dem Folgen, auf was ich sie hinweisen will. Denn man muss ja immer ein bisschen verfassungsgeschichtlich auch denken. Wenn also die Formel heißt, gleichwertige Lebensverhältnisse, muss man sehen, das stand so nicht im Grundgesetz, stand nicht immer so im Grundgesetz, sondern am Anfang oder lange Jahrzehnte stand, wir wollen einheitliche Lebensverhältnisse. Ja, da sind wir also wieder näher an unserem Thema der Einheit. Warum ist man da zurückgegangen und hat gesagt, einheitlich ist ein bisschen zu viel des Guten. Es genügt uns schon, wenn wir gleichwertige Verhältnisse haben. Das war die Erkenntnis nach 1990, dass wir eben aufgrund dieser massiven Unterschiede zwischen Ost und West so schnell gleich einheitliche Lebensverhältnisse nicht bekommen, aber immerhin gleichwertige. Und ich finde, das ist an sich ein ganz vernünftiges Ziel. Trotzdem ist natürlich die Angleichung ein ganz wichtiger Punkt. Die Angleichung ist ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Sie bedeutet ja nicht, ein gleich machen wollen oder sie bedeutet auch nicht eine Assimilation, eine totale Gleichschaltung, sondern sie ist eine Annäherung, die entsprechend erfolgen muss. Und das ist eigentlich auch der Gegenstand der vielen Berichte zum Stand der Deutschen Einheit, zum Prozess der Annäherung zu dem Thema Zusammenwachsen, was zusammengehört. Diese schöne Formel von Willy Brandt von 1990. Und wenn wir uns dieses Phänomen anschauen, dann muss man sagen, diese Angleichung stockt. Und das nach drei Jahrzehnten. Sodass man natürlich eigentlich alarmiert sein muss und die Gesellschaft sich überlegen muss, was läuft da eigentlich schief in der Annäherung von Ost und West. Was haben wir da falsch gemacht? Denn nach drei Jahrzehnten könnte ja der Prozess der Annäherung durchaus auch schon weiter fortgeschritten sein. In welchen Bereichen gibt es hier Unterschiede? Die sind jetzt nicht neu, aber ich will sie einfach mal erwähnen. Und ich erwähne jetzt zunächst mal nicht mentale Unterschiede, die es natürlich auch gibt, sogenannte Teilungsspuren, auf die ich gleich vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, eingehe, sondern ich gehe jetzt hier auf die materielle Angleichung zurück, die die breite Masse der Bevölkerung interessiert. Und da bleiben einfach Unterschiede, zum Beispiel nach wie vor, was die Produktivität angeht zwischen Ost und West. Nach wie vor ist es nicht gelungen, eine Produktivität in Ostdeutschland zu erzeugen, die dem Westen sozusagen Paroli bietet. Auf der Ebene der Individuen gibt es das Problem, nicht überraschend, aber immerhin es gibt das fortbestehende Problem, dass wir natürlich deutliche Vermögensunterschiede zwischen Ost und West haben. Es wäre vielleicht naiv, das zu erwarten, dass man die angeglichen hätte. Das ist natürlich aufgrund der Entwicklung dieser Teilungsspuren nicht möglich. Aber man muss es erwähnen, dass diese Angleichung hier noch eine ordentliche Lücke offen lässt. Ähnliches gilt für die Einkommen. Auch die Einkommensstruktur ist so angelegt, dass wir ungefähr eine 80-prozentige Annäherung erreicht haben. Aber die ist schon seit Jahrzehnten, seit 15, 20 Jahren auf diesem Niveau erreicht und es geht nicht voran. Insofern ist das natürlich ein Stein des Anstoßes. Und das ist nicht der letzte Punkt. Der weitere Punkt ist die Eigentumsbildung. Natürlich ist klar, dass der Vorlauf zur Bildung von Eigentum natürlich auch Jahrzehnte braucht. Insofern der Westen natürlich hier immer im Vorteil ist und nach wie vor im Vorteil ist. Aber es gibt einfach diese Differenz, die einen unguten Eindruck macht. Das heißt, man kann sagen, trotz dieser kapitalistischen Dynamik, die wir haben, gibt es diese gravierenden Unterschiede und Diskrepanzen. Und die sind Wasser auf die Mühlen derjenigen, die diesem Einigungsprozess kritisch gegenüberstehen. Und da gibt es nicht nur auf der Linken, sondern eben auch auf der Rechten entsprechende Formationen, die davon profitieren. Das heißt, ich fasse also zusammen, es bleibt einfach eine Differenz und das Ziel Einheit. Mehr Einheit ist ein aufgegebenes. Ich würde nicht sagen, dass man diese Differenz skandalisieren muss, aber man muss darüber sprechen, man muss darüber reden und fragen, wie man das ändern kann. Natürlich muss man dabei sehen, dass wir von den Ruinen des Systems, was untergegangen ist, immer noch darunter leiden. Dieses Grau in Grau ist zwar im Städtebau überwunden, aber es gibt nach wie vor diese Differenzen und die sollte man entsprechend ansprechen. Also wir haben im Ergebnis, könnte man sagen, wir brauchen viel mehr Einheit und man muss natürlich dabei auch hoch zielen. Insofern, wenn jemand sagte, wir brauchen die blühenden Landschaften, finde ich das als Idee und als Perspektive richtig, auch wenn wir natürlich darunter geblieben sind. Man kann hier viel zu dem Thema sagen, aber nicht in einer Viertelstunde. Insofern muss ich da ein bisschen Akzente setzen. Ich will aber jetzt noch in einem Nachtrag sozusagen auf ein paar Punkte eingehen, die mir wichtig sind, über die man auch diskutieren könnte. Ich hatte vorhin mehrfach von Teilungsspuren gesprochen, dabei den Produktivitätsrückstand erwähnt. Aber es gibt natürlich auch mentale Differenzen nach wie vor. Zum Beispiel könnte man sagen, dass eine gewisse paternalistisch-etatistische Einstellung in Ostdeutschland stärker verbreitet ist als im Westen. Es gibt Nostalgien und ähnliche Formationen des Unbehagens aus Ostdeutschland, die man erklären muss, beziehungsweise über die man reden muss. Und ich würde sagen, das hat auch mit folgendem Punkt, der mir ganz wichtig ist, zu tun, was überhaupt eigentlich die Botschaft ist, auf die ich hier auch hinausgehen will. Wir sollten unterscheiden zwischen Transformation und Integration. Wir reden eigentlich im Kern seit langem von der Transformation. Und wer ist von der Transformation betroffen? Natürlich Ostdeutschland. Aber eigentlich ist unser Thema die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung ist aber etwas, was eben auch den Westen betreffen muss oder müsste. Finanziell ihn auch betroffen hat, schon klar. Aber wenn wir Bilanz ziehen, würde ich sagen, der Westen ist von der Veränderung dieser ganzen Entwicklung, von der Wiedervereinigung viel weniger betroffen, beziehungsweise er ist mental mit dieser Sache nicht weiter richtig beschäftigt und befasst. Und insofern könnte man sagen, wir bräuchten eigentlich einen nationalen Integrationsrat, der sich mit dieser Entwicklung nach drei Jahrzehnten beschäftigt. Und der Unterschied ist eben der, dass man eben sagen muss, Transformation geschieht in Ostdeutschland. Das ist ja auch richtig, dass man sich darüber beschäftigt. Wie geht es da voran? Das habe ich ja zu Beginn meines Beitrags auch so formuliert, die Unterschiede, die es gibt. Aber auf was es sehr stark ankäme, wäre, dass man die Westdeutschen viel stärker nicht in Ostdeutschland, sondern in Westdeutschland auch mitnimmt und für diese Thematik nicht begeistert, sondern sich damit befasst. Und wenn das so ist, dann würde meines Erachtens diese These von den Bürgern zweiter Klasse nicht entstehen können, einfach weil man sieht, der Westen behandelt den Osten nicht so, dass man auf diese Idee, auf diese fixe Idee kommen kann, was gegenwärtig der Fall zu sein scheint. Also insofern stärker die Integrationsperspektive in den Vordergrund rücken, das wäre ein wichtiger Punkt. Deswegen kann man sagen, wir brauchen keine halbierte Deutschlandforschung oder keine halbierte Deutschlandperspektive, die sich nur auf Ostdeutschland und nur auf die Transformation richtet, sondern wir brauchen einen Blick, der die gesamte nationale Integration von West und Ost und von Ost und West erfasst und ins Zentrum der Aufmerksamkeit drückt und dabei natürlich einerseits den Rückblick wagt auf die Ruinen des DDR-Staates, der DDR-Wirtschaft, aber auch natürlich auf die Situation, wie sie nach 1990 entstanden ist und versteht, dass die Situation von 1948 folgende, wo man auf die, wo man auf ein Wirtschaftswunder zugegangen ist, sich fundamental unterscheidet von der Situation 1991 folgende, in dem es eben zu einem katastrophalen Zusammenbruch der industriellen Strukturen gekommen ist und dass daraus natürlich entsprechende Ressentiments oder Vorbehalte oder Distanzen oder emotionale Entfremdungserscheinungen existieren, ist klar. Dabei, wie gesagt, sind Fehler gemacht worden, aber im Kern geht es natürlich darum, wie bewältigt man die Situation, wie sie von der DDR hinterlassen wurde und was hat man danach vielleicht falsch gemacht. Darüber muss man reflektieren, aber nicht im Sinne, dass man sich nur mit den neuen Bundesländern beschäftigt, sondern dass man das gesamte Gebilde mit in den Blick nimmt. Das ist mein Petitum hier in diesem Impuls und ein Impuls in diesem Sinne wollte ich Ihnen geben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Mayer. Ich muss in die Kamera schauen für den Livestream. Hallo, schönen guten Tag. Ja, vielen Dank für diesen Impuls. Wie viel Einheit brauchen wir? Wie viel Freiheit vertragen wir? Linda Teuteberg, eine der führenden Persönlichkeiten der FDP, Mitglied des Bundestages und auch stellvertretende Vorsitzende der deutschen Gesellschaft. Sie haben das Wort für diesen Impuls. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Dr. Apelt, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, über dieses spannende Thema Thema mit Ihnen diskutieren und jetzt zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich finde der Titel der beiden Vorträge, die Fragestellung ist ja schon doch bezeichnend. Wie viel Einheit brauchen wir und wie viel Freiheit vertragen wir? Daraus spricht ja eine gewisse Freiheitsskepsis offenbar. Ich finde das insofern spannend, dass es ein bisschen im Gegensatz steht zu eigentlich einer, finde ich, dominierenden, immer wieder gehörten Erzählung und Deutung, die eigentlich so einen falschen Gegensatz zwischen Einheit und Freiheit, der im Hinblick auf die Friedliche Revolution konstruiert. Es wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder betont, was richtig ist. Vor der Einheit kam die Freiheit. Es wurde gekämpft um das Wahlrecht, um Bürgerrechte, um Freiheiten von Menschen in der DDR, um Reformen. Und doch hat mich immer befremdet, dass da überhaupt so ein Gegensatz konstruiert wird, weil gleichwohl die allermeisten Menschen auch damals in der DDR gleichzeitig Freiheits- und Einheitswille hatten. Denn sie haben sich ja auch nie in freien und geheimen Wahlen ausgesucht, in einem geteilten Land zu leben und von der SED regiert zu werden. Das wird manchmal indirekt so ein bisschen zugeschrieben, sie dadurch eigentlich vereinnahmt. Und insofern hat mich immer schon gestört, dass das so als Gegensatz konstruiert wird, sondern es kam beides sukzessive. Die Einheit wurde einfach, kam erst später sozusagen in den Raum des Möglichen für die Menschen, die damals mutig gekämpft haben für die Freiheit. Dass jetzt heute gefragt wird, wie viel Freiheit vertragen wir, ist insofern schon ziemlich bezeichnend und in Zeiten von Corona aber auch andererseits sehr, sehr aktuell. Ich will deshalb mal kurz die aktuelle Debatte und wie ich die letzten Monate, was die politische Debatte angeht, aufgreifen. Denn da ist Freiheit ein großes Thema. Im Zuge von Corona mit der Pandemie eine große Herausforderung für unsere Demokratie, auch für unseren freiheitlichen Rechtsstaat und für unsere Wirtschaft. Dabei ist mir doch aufgefallen, dass bei aller notwendigen Verantwortung, bei allen notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen, die auch heute die Veranstaltung mitprägen, dass manchmal ein gewisser Flirt mit dem Ausnahmezustand zu beobachten war. Und dass sozusagen die Denkkategorien, die eigentlich unser Grundgesetz prägen und als Juristin verfassungsrechtlich besonders interessiert, liegt mir natürlich eigentlich die Logik, die den Grundrechtskatalog unseres Grundgesetzes prägt, am Herzen, dass nämlich eigentlich der Staat begründen muss, weshalb er in einem bestimmten Maße in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreift. Das kann gerechtfertigt sein, aber die Begründungslast dafür liegt beim Staat, bei den Behörden. Und dass diese Logik, dass die doch durchbrochen wurde manchmal in den öffentlichen Debatten der letzten Monate, dass geradezu das Gegenteil unterstellt wurde. Also nicht der Freiheitsgebrauch durch die Menschen ist rechtfertigungsbedürftig, sondern die Einschränkung der Freiheit, die die öffentliche Gewalt vornimmt. Und da sind ganz klar in einer Pandemie andere Maßnahmen gerechtfertigt. Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Aber die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, die ist in unserem freiheitlichen Rechtsstaat immer verhältnismäßig und keinesfalls lächerlich. Ich will hier mal deshalb ein Beispiel nennen, aber das ist nur pass pro toto. Das gab es auch in anderen Äußerungen im Zuge der üblichen Debatte über ein allgemeines Tempolimit. Zu dem kann man jetzt unterschiedlich stehen und ich bin da offen für Diskussionen ohne Scheuklappen. Aber unabhängig von der Diskussion an sich hat mich doch die Begründung, die Robert Habeck dazu gab, verstört. Er sagte in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt schon wochenlang Schulen und Kirchen geschlossen haben, dann ist doch die Frage nach der Sinnhaftigkeit, Verhältnismäßigkeit eines Tempolimits noch lächerlicher als vorher schon. Damit wir uns da nicht missverstehen, man kann darüber debattieren, aber die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, die ist eben immer verhältnismäßig. Das ist eine Grundkonstante unserer Grundrechtslogik in der Verfassung. Ich denke, da müssen wir auch aufpassen, dass diese Grundsätze nicht verschoben werden in unseren öffentlichen Debatten, sondern dass es in der Demokratie jetzt in der Pandemie darum geht, um Verständnis zu werben dafür, dass in einer Ausnahmesituation wie der Pandemie weitergehende Grundrechtseingriffe gerechtfertigt sein können. Aber auch das muss erklärt werden und demokratisch debattiert werden. Und deshalb sind auch natürlich solche Begriffe wie Öffnungsdiskussionsorgien fehl am Platz. Auch da kann man darüber diskutieren, ob Vorschläge, ob Debatten sachlich genug sind, ob man eine Meinung überzeugend findet. Aber das Debattieren an sich, das gehört zu unserer offenen Gesellschaft und zur Demokratie dazu. Und das sollte man nicht in den Zusammenhang von irgendwelchen ehrenrührigen Verhalten rücken, sondern in der Sache diskutieren. Insofern verweist natürlich die Pandemie auch eigentlich auf ein anderes, finde ich sehr wichtiges Begriffspaar. Entgegen einem großen Missverständnis gehören nämlich Freiheit und Verantwortung zusammen. Gerade wenn der Bürger die Bürgerin große Freiheiten genießt, gehört dazu natürlich auch Verantwortung zu übernehmen. Für sich und seine Nächsten und auch für die Gesellschaft. Dazu gehört Rücksichtnahme, Verantwortung im Umgang mit der Pandemie und auch sonst. Aber da sind wir natürlich bei dem, was Professor Mayer gerade mit Mentalitäten ansprach, mit Prägungen. Welche Erwartungen hat eigentlich der Einzelne, die Einzelne an den Staat und welche an sich selbst? Für als wie wirksam hat jeder Einzelne sich selbst und sein Verhalten schon erfahren oder von welcher Wirksamkeit des staatlichen Handelns gehen er oder sie aus? Das prägt natürlich auch die politischen Einstellungen. Und da haben wir zum Teil noch größere Erwartungen an staatliches Handeln in Ostdeutschland ausgeprägt als anderswo. Aber eigentlich, finde ich, ist das auch ein gesamtdeutsches Thema. Sachlich darüber zu reden, was sind eigentlich Aufgaben des Staates und dann auch nochmal welcher Ebene übrigens. Da gerät im Moment auch einiges durcheinander, finde ich. Welcher Ebene von Kommunen bis zu Europa ist eigentlich für welche Aufgabe zuständig? Während zum Beispiel die angemessene, verhältnismäßige, lokale Bekämpfung von Infektionsgefahren eigentlich eine Aufgabe der Gesundheitsbehörden vor Ort ist und in der Regel eben keine Sache, die man bundesweit flächendeckend gleich regeln kann, eigentlich sogar gar nicht darf nach der Logik unseres Grundgesetzes. Denn dann würde man überall die Freiheit gleich einschränken, auch wenn die Infektionslage ist, nicht überall rechtfertigt. Werden manch andere Themen wie die Frage von Migrationspolitik gerade gerne auf die kommunale Ebene gezogen, obwohl sie unbedingt auf der Ebene der Nationalstaaten und der Europäischen Union geregelt werden müssen. Wir brauchen eigentlich gerade auch für Ostdeutschland übrigens mehr und nicht weniger Freiheit, aber eben richtig Verstandene. Professor Mayer sprach gerade den Produktivitätsrückstand zum Beispiel an. Hierzu gehört natürlich auch zu sagen, dass das Wirtschaftswunder, das die Bundesrepublik in den 50er Jahren erfahren hat, natürlich auch etwas damit zu tun hatte, dass sich hier Standards, dass sich Lebensstandard ebenso wie Sozial- und Umweltstandards und vieles mehr entwickelt haben mit wachsendem Wohlstand, während natürlich bei der Wiedervereinigung weitgehend bereits die Regulierungen, die Standards der Bundesrepublik übernommen wurden in Ostdeutschland. Das hatte auch in vielem gute Gründe und viele Menschen wollten das ja auch für sich. Sie wollten sofort die soziale Absicherung wie in der Bundesrepublik und in vielem die Standards. Es hat aber natürlich sehr wohl auch die Auswirkung, dass es wirtschaftliche Handlungsspielräume und Dynamiken beschränkt. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und ich finde, wir brauchen heute eher nochmal eine Debatte darüber, was ist sinnvolle Regulierung und wo müssen wir Bürokratie abbauen und wieder mehr Eigeninitiative in unserem Land entfesseln. Wie können wir Planungsverfahren beschleunigen, ohne sinnvolle Bürgerbeteiligung und auch den notwendigen Rechtsschutz unangemessen zu verkürzen, aber uns doch mal damit auseinandersetzen, dass es auch nicht der Akzeptanz unserer Demokratie dient, wenn Infrastrukturprojekte nicht mehr in absehbarer Zeit realisierbar sind bei uns. Und wenn das wichtige Thema angesprochen wurde, Vermögensbildung, Vermögensverteilung, dann gehört natürlich dazu, dass hier die Menschen in Ostdeutschland nicht die gleichen Möglichkeiten hatten. Wir sollten dann allerdings auch heute übrigens darauf achten, dass Menschen sich aus ihrem selbstverdienten Geld auch Eigentum und Vermögen bilden können. Und das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ich spreche es nur mal an einem Beispiel an. Wenn man zum Beispiel wirklich meint, ich fand das wichtig, dass Eigentum breit verteilt sein soll, dann sollte man zum Beispiel den Erwerb von Wohneigentum nicht künstlich verteuern. Dass wir in Deutschland einen Wettlauf haben um die Grunderwerbsteuer, ist allerdings ein Hemmnis dafür, dass sich ganz normale Arbeitnehmer Wohneigentum leisten können, weil wir einfach die Tatsache, dass jemand in eine Wohnung oder ein Eigenheim investiert, mit einer zusätzlichen Steuer bedenken, ganz unabhängig von Einkommen und Vermögen der Person. Das macht übrigens für eine Eigentumswohnung in einer deutschen Stadt praktisch noch mal eine Jahreseinkommenssteuer obendrauf aus. Auch für ganz normale Arbeitnehmer, junge Akademiker, die sie zahlen, ohne irgendwie zusätzliches Einkommen zu haben, nur für die Tatsache, dass sie in eine Immobilie investieren. Also hier haben wir eigentlich ein weites Feld mal darüber zu reden, wie schaffen wir mehr Aufstiegs-, Wohlstands-, Eigentumsbildungschancen für viele Menschen. Und da verhält sich der Staat oft eher kontraproduktiv. Freiheit zu ertragen ist im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur auch eine Frage dessen, dass der freiheitliche Rechtsstaat sich ja im Umgang mit dem Unrecht der Diktatur, und ich finde das richtig, an seine eigenen Regeln hält, sich selbst beschränkt, weil er sich zum Beispiel an das Rückwirkungsverbot und viele andere Grundsätze unserer freiheitlichen Verfassung hält. Das schränkt allerdings die Möglichkeiten, Diktaturunrecht auch strafrechtlich zu verfolgen, stark ein. Diese Selbstbeschränkung, sich an seine eigenen Regeln zu halten, ist eine Stärke des freiheitlichen Rechtsstaates und doch für die Betroffenen, die eigentlich auf eine Gerechtigkeit auch über die Justiz hoffen, oft bitter. Schade finde ich, dass auch die Peiniger, die, wie es Roland Jahn mal so treffend sagte, auch befreit wurden, auch die Freiheit und den Rechtsstaat bekommen haben, dass es dort nicht auch mal zu einer gewissen Demut führt, sich darüber zu freuen und zu schätzen, dass man so viel besser behandelt wurde, als man seine eigenen politischen Gegner 40 Jahre behandelt hat, sondern eher zu manchem Übermut, die geringe Anzahl strafrechtlicher Verurteilungen als Persilschein fehl zu interpretieren. Umso mehr Verantwortung erwächst daraus, der Gesellschaft und der Politik gesellschaftlich aufzuarbeiten, was in einem freien Rechtsstaat nicht die Strafjustiz leisten kann. Und schließlich, es gibt oft ein liberales Unbehagen daran, so etwas wie Geschichtspolitik zu betreiben. Und natürlich, durch Diktaturen wird dieses Thema missbraucht worden, pervertiert worden. Aber Politik kann sich auch nicht raushalten aus historischen Debatten. Gerade, wem es um die Freiheit geht, der sollte Geschichtspolitik nicht den Rändern überlassen, weder von rechts noch von links. Ich finde, das zeigen auch die Erfahrungen, was man im letzten Jahr leider in den Landtagswahlkämpfen in Ostdeutschland beobachten konnte. Wenn man die Begriffe nicht besetzt und sie anderen überlässt, dann kann das fatale Folgen haben, auch für die Gegenwart und die Zukunft. Insofern, Geschichtspolitik kann man nicht abschaffen. Ich finde, man kann sie in einem liberalen Sinne besetzen. Und in einer offenen Gesellschaft gehört ja dazu, dass gerade nicht die Regierung allein ein Monopol darauf hat, sondern dass viele Akteure mitdiskutieren und andere Deutungen auch einbringen können in die Debatte und sie beeinflussen können. Wenn wir dabei sind, dass es eine deutsche Beziehungsgeschichte ist, so heißt ja auch der Titel dieses heutigen Symposiums, dann bedeutet das ja normalerweise etwas für beide Seiten. Es ist richtig, dass es für den Westen unseres Landes deutlich weniger Umbruch, Veränderung, wenn man überhaupt davon sprechen kann, bedeutet hat, die Wiedervereinigung unseres Landes. Was ich spannend finde, dass das übrigens auch viele, die sich sonst in solchen Diskursen selber als progressiv empfinden, kaum reflektieren, ist, dass es auch eine Frage von Mehrheit und Minderheit ist. Einfach erst mal rein faktisch, dass der kleinere Teil des Landes, der Gesellschaft, der quasi hinzugekommen ist, dass der einfach erst mal faktisch in der Minderheit ist und oft in Debatten so ein bisschen als etwas Exotisches oder Defizitäres bewusst oder unbewusst betrachtet wird und der Westen sozusagen als die Normalität und das normale Deutsche. Ich finde, das sollte uns eigentlich Anlass sein, noch mal verstärkt das Gespräch zu suchen, nämlich auch über die längere und doppelte Diktaturerfahrung im Osten unseres Landes. Denn meine Erfahrung jetzt in politischen Diskussionen ist, dass einfach die, zum Beispiel die direkte Erfahrung mit einer kommunistischen Diktatur, das Bewusstsein, dass sowohl von rechts als auch von links unsere Freiheit bedroht wird, dass das oft bei Menschen mit einem Bezug zu der DDR und zu Ostdeutschland stärker ausgeprägt ist und dass für einen gemeinsamen antitotalitären Konsens heute es gut wäre, sich darüber verstärkt auszutauschen, um eben für so einen neuen gemeinsamen antitotalitären Konsens auch die Erfahrung aus dem Osten unseres Landes fruchtbar zu machen. Dafür brauchen wir ein stärkeres gesamtdeutsches Gespräch und ich freue mich, dass wir damit jetzt auch gleich auch hier starten und ganz praktisch werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Linda Teuteberg, für diesen Impuls. Sie können auch gerne gleich Platz nehmen und das können auch die anderen, die jetzt auf diesem Podium hier mit uns diskutieren. Herr Professor Mayer natürlich auch noch mal herzlichen Dank an Ihren Impuls und ich stelle Ihnen vor, Dr. Thomas Feist, ich tue das, während er hier so langsam auf die Bühne kommt, dann haben Sie auch gleich ein Gesicht dazu, der Beauftragte Sachsens für das jüdische Leben, zuvor unter anderem auch acht Jahre lang Bundestagsabgeordneter für die CDU, für den Wahlkreis Leipzig-Land. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Und ich begrüße, jetzt gucke ich, ach ja, ich begrüße Thomas Krüger, den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, einer der Mitbegründer der SDP, also der Sozialdemokratischen Partei in der DDR, unter anderem auch frühere Senator in Berlin. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Ja, das war ja auf jeden Fall schon mal auch, Frau Teuteberg, ein Hinweis darauf, dass manche Themen auch die großen Erinnerungsthemen so ein bisschen verdrängen, Corona und Co. Aber Sie haben ja auch viele interessante Aspekte genannt zum Freiheitsgrad. Dieses Begriffspaar Einheit und Freiheit, jetzt werde ich noch mal ein bisschen historisch, das war ja irgendwie immer so dieses große deutsche Dilemma. Entweder man hatte die Einheit, aber keine Freiheit oder man hatte erste Ansätze von Freiheit, aber leider nicht überall und nicht in der Einheit. Und jetzt haben wir ja seit 30 Jahren formal die Einheit und wir haben Freiheit. Sicherlich kann man über den Grad der Freiheit streiten und ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu wenig ist, weiß ich nicht, ob Sie da, Frau Teuteberg, zustimmen würden. Aber grundsätzlich haben wir Sie ja, Thomas Krüger. Sie können jetzt diese Veranstaltung sehr verkürzen, wie Sie sagen, eigentlich müssen wir dann auch nicht mehr groß drüber reden. Aber offenbar gibt es noch Gesprächsbedarf auch zu beiden Begriffen. Definitiv und aus meiner Sicht fängt das ja mit diesem Einheitsbegriff an, wo sich ja verschiedene semantische Bedeutungen einfach überlagern. Ich erinnere mich an 1989, als bei den Demonstrationen auf den Straßen sehr viele Menschen mit völlig unterschiedlichen politischen Einstellungen, die sich dann auch herausgebildet und entwickelt haben, zusammen auf der Straße waren. Übrigens, dieses Zusammen- und dieses Einheitsthema, was man vielleicht als taktische Einheit bezeichnen könnte, erleben wir gerade in Belarus, wo die Opposition, die eine Partei namens Mestje gründen will, auf Russisch zusammen, genau diese Einheit, diese Einheit sozusagen im Widerstand formuliert und thematisiert. Das ist eins. Das zweite reden wir, wenn wir von Einheit sprechen, von staatlicher Einheit. Einheit, das ist sozusagen eine ganz andere Dimension und Bedeutung dieses Begriffes. Ein drittes Diktum wäre die innere Einheit. Mit dem Begriff habe ich allerdings die meisten Schwierigkeiten, weil innere Einheit wird immer so ein bisschen wie Monstranz durch die Landschaft getragen, weil hinter der inneren Einheit, die proklamiert wird von allen möglichen Leuten, meistens von Westdeutschen, dass sich in dieser inneren Einheit eigentlich hegemoniale Strukturen eingenistet haben. Die Frage danach, wer setzt eigentlich die Norm? Und die Norm ist sozusagen von Anfang an im Einigungsprozess aus dem Westen gesetzt worden. Und gegenüber dieser Norm werden eben andere Konstrukte, wie zum Beispiel die Ostdeutschen, zu DDR-Zeiten haben wir nie Ostdeutsche zueinander gesagt. Also das ist eine Erfindung, sozusagen der Begriff Ostdeutsche ist eine Erfindung, nachdem die DDR untergegangen ist. Was haben Sie denn gesagt? Haben Sie überhaupt was gesagt? Na, wenn, dann waren wir Deutsche. Und das ist sozusagen diese Dimension von Konstrukt, die hinter Identitäten steht, die muss man, glaube ich, thematisieren. Was ich sagen wollte, ist, dass durch diese Normsetzung eben andere Gruppen in der Gesellschaft Abwertung erfahren haben. Beispielsweise auch die Migrantinnen und Migranten sind heute 26 Prozent der Gesamtbevölkerung, die auch gar nicht sozusagen als Einwanderer nach Deutschland gekommen sind, sondern in Lippe-Dettmold und in Hamburg und in Cottbus geboren sind und als solche eben genauso Deutsche sind wie alle anderen. Die Frage, die sich heute beim Einheitsbegriff stellt, ist eher die Frage danach, sozusagen die Vielfalt in der Einheit zum Thema zu machen. Und das, denke ich, sozusagen wird die Debatte, und da knüpfe ich ein bisschen an Herrn Mayer an, der das ja auch als Thema angelegt hat, sozusagen darüber zu diskutieren und nachzudenken, wie eigentlich Einheit in der Zukunft aussehen sollte. Und ich glaube, dass die Vielfalt in der Einheit das relevantere Paradigma ist, weil auch sozusagen hinter dem Begriff der DDR-Bürger sich ja eigentlich eine Vielfalt von unterschiedlichen Identitäten und auch Haltungen verborgen hat. Das waren nicht alles Kommunisten. Das waren nicht alles Widerständler. Das waren nicht alles Handwerker. Das waren sehr vielfältige Lebensentwürfe, die auch in der DDR realisiert worden sind, wie übrigens auch im Westen. Jetzt habe ich natürlich ausgerechnet hier bei der Frage für Herrn Feist das Stichwort innere Einheit gehabt, diesen Begriff, den Sie so problematisch finden. Aber das ist ja in der Tat das Interessante in der Debatte. Ich habe nicht auf Ihren Zettel gespuckt. Man kann auch sagen, gelebte Einheit, das ist ja auch so etwas, nachdem natürlich klar war, die formale Einheit ist hergestellt. Wir können es in zwei Tagen feiern, vor 30 Jahren. Würden Sie denn da mitgehen und sagen, ich höre jetzt bei Herrn Krüger raus, lass uns gar nicht mehr so viel Energie drauf verwenden auf diese Frage, den Stand der Einheit, der inneren Einheit, der gelebten Einheit? Oder lohnt sich dieser Blick, lohnt sich diese Debatte nach wie vor? Also die Frage nach dem Ostdeutschen. Herr Krüger, da würde ich gerne schon nochmal drauf eingehen. Natürlich haben wir uns untereinander nicht als Ostdeutsche bezeichnet, aber jeder, der ein paar Schritte vor die Haustür gegangen ist, nach Tschechien oder Ungarn oder Rumänien, der erste Blick war auf die Schuhe. Und die Frage, kommt der von Ost oder von West? Und das war natürlich auch in Prag, wenn man irgendwo in ein Restaurant gegangen ist und hat gesagt, woher kommst du aus Deutschland, war es sofort die erste Frage. Insofern gab es schon auch eine Identifikation mit dem Herkunftsgebiet, sage ich mal. Ob wir das gut fanden oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Die Frage der inneren Einheit, ich bin mir etwas unsicher, die zu beantworten, weil ich habe die Vermutung, aber vielleicht liege ich auch ganz falsch, dass die deutsche Einheit als faktische Einheit etwas Formelhaftes war, was die Ostdeutschen natürlich wollten. Aber aus einem Staat kommend, wo Einheit einen ganz bestimmten prägenden Begriff hatte, zum Beispiel bei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, bei der Gleichmacherei, bei der Kollektivierung, bei der Abwertung des Individuums, hatte man schon mit dem Begriff Einheit etwas Schwierigkeiten. Das heißt, man hat es formellhaft gesagt, ja Einheit, genau das wollen wir, aber man hat etwas völlig anderes damit gemeint. Und das ist auch das, was der Professor Mayer vorhin angesprochen hat. Die Sozialsysteme, die Bezahlung, das Reisenkönnen mit dem richtigen Geld und so weiter, das hat zumindest aus meiner Wahrnehmung eine wichtige Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das Thema der Einheit, und Professor Mayer hatte gesagt, Angleichung der Lebensverhältnisse, das ist schon ein politisches Ziel, was weiter verfolgt werden muss. Man kann sich mit dem Status quo nicht abfinden. Ob man das erreichen wird oder nicht, da gibt es ganz unterschiedliche Theorien darüber, aber als Ziel sollte es doch zumindest erhalten bleiben, finde ich. Es gibt ja interessanterweise jetzt natürlich eine ganze Reihe von Umfragen. Die Otto-Brenner-Stiftung hat eine unter anderem vorgelegt, hat darin eigentlich so eine ganz positive Grundtendenz beschrieben. Ich habe mal zwei Zahlen. 1991 sagten etwa 26 Prozent der Befragten, und zwar in Ost und West gleichermaßen, gleiche Zahl etwa, dass sie die jeweils anderen als fremd empfinden. Und wenn man auf die Zahlen von 2018, das sind jetzt wohl die neuesten, schaut, dann ist diese Quote nur noch bei 16 Prozent. Und das wird vor allem darauf zurückgeführt, kann man auch sehen, auf die jüngere Generation. Die ziehen sozusagen den Schnitt, wo gegen die, die schon 1991 befragt wurden, ungefähr das Gleiche noch sagen wie damals Linda Teuteberg. Sie sind ja eigentlich genau diese Generation, es gibt diesen Begriff dritte Generation Ost, oder wahrscheinlich könnte man fast schon sagen vierte Generation Ost. Wie erleben Sie das selbst persönlich oder auch als Politikerin, die Sie ja viel unterwegs sind in Ihrem Heimatland Brandenburg? Ja, also auf jeden Fall als ein Generationenthema auch, dass sozusagen die Generation der Eltern, vor allem aber der Großeltern eher noch vieles noch anders geprägt ist, vieles anders wahrnimmt. Ich war ja auch 2009 bis 2014 im Landtag Brandenburg und dort hatten wir eine Enquete-Kommission, weil Brandenburg viel Nachholbedarf hatte beim Thema Aufarbeitung. Und da gab es im Zuge dieser Enquete-Kommission auch eine Forsa-Umfrage zu vertrauenden Institutionen. Und da war es auch sehr interessant, wie nach Altersgruppen, insbesondere bei Sachen wie Justiz und anderem, bei älteren Bewohnern Brandenburgs das deutlich schlechter ausgeprägt war, das Vertrauen in demokratische und rechtsstaatliche Institutionen, wo durchaus die DDR-Erfahrung noch ablesbar war, aus den Umfrageergebnissen. Also insofern denke ich schon, dass das sich deutlich gewandelt hat. Und gleichzeitig würde ich eben sagen, es gibt manche, die sagen dritte Generation Ost, die Neue Zürcher Zeitung hat mal geschrieben, die letzten Ostdeutschen. Also zumindest vielleicht das Gemeinsame ist so, noch die Kindheit in der DDR erlebt zu haben, aber schon den Großteil der Schulzeit und erst recht Abschluss, Berufseinstieg schon in der Bundesrepublik, dass man da durchaus noch ein paar Erfahrungen mitbekommen hat aus diesem System und auch was das mit Familienangehörigen gemacht hat, wie es Leben prägen kann. Und trotzdem schon auch in dieser Bundesrepublik zu Hause zu sein und dort als Erwachsener überwiegend sozialisiert zu sein. Und das ist, glaube ich, eine durchaus wichtige Erfahrung, die, finde ich, aber übrigens aus der Politik noch medial wenig stattfindet. Also wenn ich die typischen, ah, die Interviews und Talkshows sind immer noch ganz überwiegend bei der sehr verdienstvollen Generation, die 1990 die erste Reihe der Politik betreten hat, dann sind immer noch die Interviews und Talkshows damit besetzt. Und da, wo sich ein bisschen was tut, selbst in solchen Beilagen wie Zeit im Osten, ist es überwiegend so, dass Journalisten selbst aus der Generation oder Sportler oder Schriftsteller befragt werden, aber selten übrigens die Normalität unserer Demokratie abgebildet wird, nämlich, dass wir auch schon eine Generation von heute, ich sage mal Mitte 30 bis Mitte 40-jährigen Ostdeutschen haben, die über die Normalität unseres Wahlsystems Ostdeutschland repräsentieren, zum Beispiel im Bundestag. Da kann eigentlich nicht der Maßstab sein, dass man erst wie in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie Ministerpräsidentin sein muss. Das gilt für die Kollegen aus den alten Bundesländern, die irgendwie in der Bundespolitik Verantwortung tragen, auch nicht, dass sie erst dann relevante Gesprächspartner sind ab der Stufe. Sondern ich finde, da sieht man schon, das könnte übrigens auch den psychologischen Effekt der Abwanderung aus den 90er Jahren, für die es ja gute Gründe gab, dass junge Menschen sich Ausbildungsplätze, Berufschancen dort genommen haben, wo sie da waren und deshalb auch Ostdeutschland verlassen haben. Das wird eher noch verstärkt, wenn man die normale Repräsentanz in der Politik medial kaum abbildet. Und das ist, was mir auffällt, auch übrigens in ostdeutschen Zeitungen, dass Politik jenseits von Landesregierungen nur stattfindet, wenn Wahlkampf ist oder wenn es einen Skandal gibt. Die ganz normale parlamentarische Arbeit wird da ganz wenig abgebildet. Das wäre mal ein sehr spannendes Thema für Medienwissenschaftler. Aber ich glaube, aus der Perspektive des Saarlandes könnte man das wahrscheinlich auch sagen. Wenn Sie jeden Tag so einen Pressespiegel sehen und wie über die Kollegen aus alten Bundesländern berichtet wird, auch mit wenig herausgehobenen Funktionen, dann gibt es dort sehr viel mehr Interviews, normale Berichterstattung der regionalen Tageszeitung über die parlamentarische Arbeit als in den ostdeutschen Tageszeitungen. Also ich höre bei Ihnen aber raus, also da ist in der Tat auf jeden Fall noch ein Problem, aber wenn ich das richtig höre, machen Sie das eigentlich als Generationenproblem aus. Und nicht nur, es wächst sich nicht einfach nur aus, aber es ist graduell stärker in der älteren Generation. Und ich finde, wir müssen was dafür tun, dass wir sozusagen, deshalb habe ich das angesprochen, auch mit diesem aktualisierten antitotalitären Konsens. Ich finde übrigens auch der Westen, sozusagen innerhalb unseres Landes, müsste ein Interesse daran haben, dass wir da in einen Austausch kommen. Weil wenn man die liberale Demokratie auch in Zukunft verteidigen will, dann sollte man diese Erfahrung einbeziehen, dass sie nur ein Teil unseres Landes gemacht wurden. Die ostdeutschen Diktaturerfahrungen macht sie ja nicht weniger relevant für die heutigen Freiheitsfragen. Und deshalb muss das einfach eine größere Rolle spielen. Herr Krüger? Naja, es geht um Interessen, würde ich mal sagen. Und in Sachen Interessen, Frau Teuteberg, beschreiben Sie genau den Ausnahmetatbestand in der Repräsentationsstruktur, in Institutionen in Deutschland, nämlich die Parlamente. In den Parlamenten kommen Ostdeutsche annähernd in dem Umfang vor, wie ihr Gesamtbevölkerungsanteil ist, annähernd. Das ist nicht durchgängig so, weil sich in den ostdeutschen Parlamenten und auch in den Bundestagsfraktionen, in den ostdeutschen Wahlkreisen doch schon die ein oder anderen Westdeutschen relativ clever tummeln. Aber sozusagen das eigentlich gravierende Problem ist ja die Repräsentanz von Ostdeutschen in den Unternehmen und Institutionen. Ich nenne Ihnen mal zwei, drei Zahlen. Von den DAX-Vorständen, das sind 195 Leute derzeit, haben fünf eine ostdeutsche Biografie. Von den 120 Abteilungsleitern in Bundesministerien haben zwei eine ostdeutsche Biografie. Von den verschiedenen anderen Sparten will ich jetzt gar nicht sprechen. Das ganze Gerichtswesen ist in Ostdeutschland immerhin mit 17 Prozent Menschen, die eine ostdeutsche Biografie haben, besetzt. Im Westen sind es weniger als ein Prozent. Das heißt, Ostdeutsche auch 30 Jahre danach, nachdem also viele Leute studiert haben, sich qualifiziert haben für diese Arbeit, sind in den entscheidenden Schaltstellen eben unterrepräsentiert. Und das macht was mit einer Gesellschaft. Das macht was mit einer Gesellschaft, die sich eben nicht durchgängig, aber in Teilen als Bürger zweiter Klasse empfinden. Und das muss zur Kenntnis genommen werden. Und dahinter steht eben, dass bestimmte Normen gesetzt werden. Und diese Normen sind westdeutsch majoritär. Und da kommst du sozusagen als Ostdeutscher nicht vorbei. Ich bin ja sozusagen als Behördenleiter auch die ausstimmten Landstrichen im Osten Deutschlands eingesetzt hat, die bis heute mit wenigen Ausnahmen im Osten Deutschlands, Leipzig ist eine der Ausnahmen, sich eben fortgesetzt hat. Und auch das macht was mit einer Gesellschaft, wenn sie dieses Gefühl hat. Heute sozusagen, das soll mein letzter Satz sein, dreht sich sozusagen die ganze Geschichte insofern, dass man sich nicht mehr unsichtbar machen will, sondern die Kinder der Generationen, die 1989 erlebt haben, die sagen, wieso soll ich mich eigentlich noch hinten anstellen? Ich bin in Oberhausen geboren, ich bin in Cottbus geboren, ich bin weiß ich wo geboren und ich gehöre genauso dazu wie jeder andere. Und deshalb klagen viele Leute heute, gerade aus der jüngeren Generation, sehr selbstbewusst diese Ungleichheiten an. Und diese Ungleichheiten werden sozusagen ein politisches Thema bleiben in den nächsten Jahren. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber wenn ich diesen Gedanken mal aufnehme und auch unseren anderen Begriff, nämlich den der Freiheit, und die große Frage, das was Sie beschreiben, ist ja vielfach beschrieben eigentlich zu jedem runden oder halbrunden Jahrestag auch der Erinnerung an die deutsch-deutsche Einheit. Kriegen wir diese Problembeschreibung? Wir kriegen sie zunehmend und wir kriegen sie drängender dargestellt. Und das ist natürlich die große Frage. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Frage nach dem Warum uns so weit so viel weiterbringt oder ob es vor allem darum gehen sollte, wie ändern. Und jetzt schaue ich, bevor ich zu Herrn Professor Mayer komme, nochmal zu Frau Teuteberg, weil Sie gesagt haben, Freiheit, Liberalismus, ich meine, das ist in Ihren Grundfesten. Eigentlich klingt da ganz viel nach dem, was Herr Krüger gesagt hat, was die Problembeschreibung da darstellt, nach einer Besteuerung, nach einer Veränderung. Beispielsweise, wenn man sich die Wirtschaft anguckt, da können Sie jetzt sagen, freier Lauf der Wirtschaft, die suchen sich ihre DAX-Vorstände selber aus. Wenn das keine Ostdeutschen sind, ja, dann hat die Wirtschaft das so entschieden. Ist das richtig? Ich würde vor allem erstmal auch da dafür plädieren, Verantwortung wahrzunehmen. Und wenn ich mir das ansehe, wir haben am Bundestag auch über dieses Thema Ostquote ja debattiert, dann würde ich raten, allen, die das fordern, und ich finde die Diskussion wichtig, aber nicht nur, dass die kaum praktikabel ist und wir an diese Probleme bekommen, wer ist denn dann noch ein Ostdeutscher und wer ein Westdeutscher? Wie gehen wir mit Mobilität in unserem Land um? Ich habe auch schon vor diesen Wahlkämpfen letztes Jahr gesagt, ich glaube, dass wir übrigens überhaupt aufpassen sollten, wenn wir an anderer Stelle Bürgern glaubwürdig vermitteln wollen, dass es nicht auf die Herkunft eines Menschen ankommt, dann sollten wir es auch bei innerdeutschen Debatten nicht überbetonen. Das ist nämlich eine gefährliche Fahrt, auf die man da kommt. Was mir nur aufgefallen ist, sag mal ein konkretes Beispiel, meine Wahlkreiskollegin im Wahlkreis von der SPD, die jetzt im Kabinett in Brandenburg ist, hat auch groß eine Ostquote gefordert, gucken Sie sich mal das Kabinett an in Brandenburg und gucken Sie sich mal an, woher sie ihren Staatssekretär geholt hat. Ich bin einfach dafür, dass man die Dinge zu Ende denkt und dass man nicht Stimmung macht mit einem Thema und damit Menschen frustriert, wenn man selber in eigener Verantwortung nichts dafür tut, da wo man selber Personalentscheidungen treffen kann und wenn Sie sich die Landesverwaltung in Brandenburg angucken und überwiegend insgesamt in den ostdeutschen Landesverwaltungen, dann haben Sie das Thema da ja auch. Und dann, finde ich, gehört zu verantwortlicher Politik, wenn man dafür gute Gründe hatte, dann muss man die eben erklären, aber dann sollte man an anderer Stelle dieses Thema nicht sozusagen politisch bewirtschaften und damit Stimmung machen und Menschen sagen, ihr seid so benachteiligt. Wenn es Gründe gibt und man dafür sachliche Gründe hat, Stellen so besetzen zu müssen, dann sollte man die auch erklären. Natürlich muss sich das ändern bei Gerichten, aber übrigens gilt natürlich trotzdem, dass man meistens eine längere Laufbahn hinter sich haben muss, ehe man eben Direktorin oder Präsidentin eines Gerichtes wird. Das wird man nicht direkt nach dem Studium. Und deshalb, man muss da dringend was tun. Das geht auch nicht von allein, aber ein bisschen Geduld braucht es leider auch. Und ich finde, die ostdeutschen Landesregierungen sind zum Beispiel in der Verantwortung, vernünftige Personalentwicklungskonzepte zu machen und zu schauen bei ihrem Personal, wen ordnen sie ab an Bundesbehörden, an Bundesgerichte und so weiter. So geht das. So machen es übrigens die sogenannten alten Bundesländer auch. Also oft sind, finde ich, auch die Menschen in Ostdeutschland gefordert, das zu tun, was sie dazu tun können. Meine Erfahrung jedenfalls in der Politik ist, dass es nicht immer Unterstützung gerade von den ostdeutschen Kollegen gibt dafür, dass einige von ihnen Ambitionen zeigen und sich auch im Wettbewerb irgendwo behaupten. Und die Frage, selbst in der Politik, Herr Krüger hat es richtig angedeutet, selbst da ist es nur annäherungsweise mit der Repräsentation, weil wenn Sie sich die Parteien angucken und die Verbände in Ostdeutschland, dann wählen übrigens auch dort oft die Parteimitglieder Kandidaten mit einem anderen Hintergrund, so wie sie sich auch Bischöfe nicht selten wählen aus den alten Bundesländern. Das will ich gar nicht bewerten. Ich finde, es gehört aber zu einer sachlichen Debatte. Professor Mayer. Ja, ich wollte ein bisschen Wasser in die Diskussion insofern geben, als mir das so vorkommt, was Herr Krüger sagt, Richtung Repräsentation, was ja alles richtig ist und was ein Defizit ist und bleibt. Mit dieser Asymmetrie, dieser krassen, und dass man das heilen muss, ist auch geschenkt. Aber die Diktion dabei, wenn man das jetzt mal über den deutschen Rand hinaus diskutiert, kommt mir das so ein bisschen identitätspolitisch gedacht vor. Und identitätspolitisch heißt, dass man viel stärker den Akzent setzt auf die Herkunft, auf das Geschlecht, auf die sexuelle Prägung und so weiter, Religion und so weiter. Und dass das alles auch in den Parteien, in den Parlamenten abgebildet sein muss. Das war eine Fehlentwicklung in den USA. Wir sind ja dort im Wahlkampf, im vorhergehenden Wahlkampf mit Hillary Clinton. Die hat genau diesen identitätspolitischen Ansatz sehr stark gemacht, mit dem Effekt, dass die weiße Arbeiterschicht in den USA gesagt hat, ja, also wir kommen da gar nicht mehr vor, vor lauter Separierung und Akzeptanz von unterschiedlichen Gremien. Und ich finde, der Vorteil bei uns ist, in Deutschland, aber auch in Europa, dass wir gerade nicht irgendwelche Parteien zum Beispiel auch haben, die sich zum Beispiel nach ausländischen Gesichtspunkten oder Migrationsgesichtspunkten rekrutieren. Ja, das wird zum Beispiel eine türkische Partei hätten oder sowas, wäre ein absolutes Defizit. Das stimmt, Herr Krüger, mit mir sicherlich überein. Aber ich will nur sozusagen diesen Gedanken einfangen, dass man aus der Repräsentation identitätspolitisch etwas macht, was ein Rückschritt wäre für unsere Entwicklung, für unsere politische Kultur. Aber ja, verstanden. Dann könnte man natürlich, wenn alles gut wäre, sagen, es spielt gar keine große Rolle mehr. Ob die Bundeskanzlerin aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland kommt, muss man gar nicht merken, wer der Behörden leider jeweils ist. Wir sind so weit, 30 Jahre danach, dass es kein Thema ist. Ich gebe Ihnen mal zwei Sachen mit. Einmal Ingo Schulze, der Schriftsteller, der mal in einem Interview von einer sehr komfortablen Kolonisierung gesprochen hat, die Ostdeutschland erfahren habe und der eben auch darauf hingewiesen hat. Da sind wir bei dem Thema Besitz und Eigentum, dass es in Europa keine Region gibt, wo es einen geringeren Anteil gibt der Menschen, die auch das besitzen, Grund und Boden, wo sie leben. Also, und eine Anekdote dazu bei Recherchen, als ich unterwegs war in Brandenburg und da mit einem größeren Bauern, noch größeren, derzeit noch großen Bauern gesprochen habe, der mir die rhetorische Frage stellte, wann ist die deutsche Einheit vollendet? Wenn der letzte Ostdeutsche aus dem Grundbuch verschwunden ist, war seine Antwort darauf. Also offenbar, das sind so Beschreibungen, offenbar gibt es ja doch, jenseits aller identitätspolitischen Fragen, das Gefühl, da gibt es ein Ungleichgewicht und ein ungesundes Ungleichgewicht. Wer will? Also ich glaube, das ist wirklich auch eine Generationenfrage. Wenn ich mir meine erwachsenen Kinder anschaue, so zwischen 23 und 33, für die spielt das eigentlich überhaupt gar keine Rolle, auch wo man wohnt. Das hat eher was mit der Geschichte der Eltern zu tun oder auch der Großeltern. Und diese Geschichten werden natürlich weitergegeben, die gibt man nicht ab. Das heißt, man hat immer bestimmte Sympathien. Sie haben ja vorhin auch den genauen Fachbegriff, den Sie genannt haben, aber dass es eben auch so eine emotionale Seite gibt, so eine Strömung, die man auch bei dieser sachlichen Diskussion da nicht ganz ausschalten kann. Im Übrigen, Herr Krüger, Sie haben es ja gesagt, auch die Besetzung von Ämtern, die Hochschullandschaft, null. Ja, und wenn sich die Hochschulen immer als der progressive Teil unserer Gesellschaft darstellen und dort null ist, dann bin ich etwas pessimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, auch das ist wieder ein persönlicher Eindruck, den ich nicht verallgemeinern will. Ich denke schon, dass die Ostdeutschen mit der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung ein Stück der Verantwortung einfach auch abgegeben haben. Die hatten zum großen Teil auch überhaupt gar keine Lust. Und wenn man sich mal anschaut, die Anzahl von Menschen, die sich hier in Parteien engagieren, das ist einfach verschwindend gering. Da sind die alten Stasi-Netzwerke noch wesentlich mächtiger, auch von der Mitgliedsstruktur her. Und das hat man so ein bisschen verpasst. Man konnte mit dem, was die alte Bundesrepublik einem dann mitgegeben hat, ganz gut leben. Man hatte die individuelle Freiheit, man hatte Reisefreiheit, Pressefreiheit. Und mit der Zeit merkt man aber, dass irgendwie, wenn man die Verantwortung nicht wahrnimmt, dann fehlt einem was. Und dann kommen genau diese Diskussionen, die Sie gerade besprochen haben. Ja, wer repräsentiert uns denn da? Und ich sage mal, wir haben jetzt in der CDU, werden wir einen Bundesparteitag haben. Da geht es um einen Vorsitzenden. Gut, dass der jetzt mal aus den alten Bundesländern kommt, ist auch in Ordnung. Da bin ich, da habe ich ein ganz weites Herz. Aber wenn man sich die Anzahl der Delegierten anschaut, die ja dem Schlüssel auch der Parteimitgliedschaft folgen, da spielt der Osten im Entscheidungsprozess im Prinzip überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir müssen schon sehen, dass wir in den neuen Bundesländern auch verstärkt dafür werben, obwohl das auch altmodisch ist, sich irgendwo länger zu engagieren. Aber die demokratische Mitsprache, wenn wir die anderen überlassen, dann müssen wir uns darüber eben auch nicht beklagen. Und insofern versuche ich auch, junge Menschen davon zu überzeugen, sich über den Tag hinaus zu engagieren, weil nur dann wird man auch eine Personalstruktur haben. Wir haben über Personal gesprochen, da braucht man auch ein bestimmtes Personaltableau. Wenn das aufgrund der zahlenmäßigen Kleinheit eben die Auswahl sehr begrenzt ist, dann hat man ein selbstverschuldetes Dilemma, in das man da stolpert. Insofern sage ich nochmal, ja, das Ziel muss klar sein, aber ob wir das jemals erreichen, das ist eine andere Frage. Das ist genau der richtige Punkt zu sagen, es geht ohne Aktivität, Aktivierung, Teilhabe, geht nichts, wird sich nichts verändern. Und Herr Mayer, ich rede nicht von Identitätspolitik, um das nochmal klar zu machen, sondern ich rede von gravierenden Asymmetrien und Ungleichheiten in unserer Gesellschaft. Und die Tendenz bei den Zahlen, die ich genannt habe, die ist ja noch viel gravierender, wenn man sich anguckt, dass vor zehn Jahren die Anzahl der DAX-Vorstände sogar noch etwas höher war, nämlich sechs. Das ist zurückgegangen. Bei den Soziologie-Professuren in Deutschland hat man vor 15 Jahren immerhin sechs oder sieben Berufungen mit ostdeutscher Biografie gehabt. In den letzten fünf Jahren keine einzige. Das hat nichts mit Identitätspolitik zu tun. Das hat mit Pfadentscheidungen zu tun, die sozusagen Entscheidungen treffen aus ihrem jeweiligen Kontext und Umfeld. Und das sind Netzwerke und Pfadentscheidungen, die in den 90er Jahren von den lobenswerten Unterstützern beim Aufbau von Verwaltungsstrukturen kommen, aber als die in den Ruhestand gegangen sind. Was haben sie gemacht? Sie haben nicht Ostdeutsche als ihre Nachfolger berufen, sondern ihre Netzwerke aktiviert. Das ist sozusagen etwas, mit dem wir heute noch zu tun haben. Einen ergänzenden Punkt möchte ich noch hinsichtlich des Eigentums und der Vermögen erwähnen. Man redet ja immer davon, von den gravierenden Transfers von West nach Ost, die stattgefunden haben. Das ist natürlich so, wenn man sich die Haushalte anguckt und so weiter. Aber es gab by the way auch Transfers von Ost nach West. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Finanzminister Weigel erinnern, der damals den Erwerb von ostdeutschem Wohneigentum und Immobilien mit Steuerabschreibungen in Höhe von 150% plus sozusagen auf die Tagesordnung gesetzt hat, verabschiedet hat. Das ist ein Gesetz geworden. und dazu brauchte man Eigenkapital. Suchen Sie mal einen Ostdeutschen, der Anfang der 90er Jahre über das relevante Eigenkapital verfügt hat. Wenn Sie relativ wenige finden, vielleicht einer, der im Lotto gewonnen hat oder einer, die im Lotto gewonnen hat oder jemand, der in drei Jahren ein Unternehmen so schnell nach oben, aber es sind wirklich an einer Hand abzuzählen, die Leute. Stattdessen haben massiv diejenigen, die im Westen Eigenkapital hatten, den Wohnraum, die Immobilien im Osten gekauft und damit eine Vermögensasymmetrie geschaffen, mit der wir heute noch zu tun haben. Und das Ganze wird sich in der nächsten Generation nicht etwa relativieren, sondern es wird sich duplizieren, weil wir stehen vor der größten Vererbungswelle in der Geschichte der Bundesrepublik und das Vermögen sozusagen, was gebildet worden ist im Westen, unter anderem auch mit dem Erwerb von Immobilien in den ostdeutschen Bundesländern bleibt bei der nächsten Generation im Westen und die Ungleichheit wird größer und deshalb will ich sozusagen ein bisschen Wasser in den Wein gehen und ein bisschen provozieren und sagen, Freiheit ohne eine Reflexion über Gleichheit und Ungleichheit kriegt man nicht hin. Eine Freiheit, von der nur wenige profitieren oder einige profitieren, ist keine Freiheit in der Gesellschaft und ich glaube, dass das sozusagen auch von Artikel 3 des Grundgesetzes her, dass die Gleichheit vor dem Gesetz unabhängig von Herkunft, unabhängig von Rasse und Geschlecht existiert, dass das da sozusagen politische Aufgaben auf die Tagesordnung setzt, ist ja wohl unstrittig. Übrigens auch in der geschlechterpolitischen Fragestellung, wenn ich an den Gender Pay Gap denke, da gibt es sozusagen nach wie vor sozusagen die Tatsache, dass Frauen weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit, die sie tun und ich glaube, das ist der 19. März, bis zu dem sozusagen entgeltfrei gearbeitet werden muss, wo man dann erst sozusagen genauso viel verdient für den Rest des Jahres wie Männer. Das heißt, es gibt Aspekte der Ungleichheit, die wir in unserer Gesellschaft thematisieren müssen, wenn wir über Freiheit reden. Davon bin ich fest überzeugt und das ist eine Aufgabe für die Politik, egal welcher Partei in den nächsten Jahren. Jetzt weiß ich nicht, ob wir, Frau Teuteberg, die Vermögensteuer abschwatzen können an dieser Stelle, um das zu ändern, aber dieser Gedanke, dieser politische Gedanke, dass Freiheit, unser zweiter Begriff neben der Einheit hier auf diesem Panel, dass wir die eigentlich auch erst kriegen und vollständig kriegen und auch vielleicht ein positives Freiheitsgefühl, wenn die Ungleichheiten, sei es bei der Vermögensverteilung, sei es bei den Zugang, beim Zugang zu Karrieremöglichkeiten, wenn das geändert ist, stimmen Sie damit überein? Also ich finde wichtig, bei allen Befunden trotzdem nochmal Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln. Ich möchte eins doch deutlich sagen, so sehr ich mir auch manche Verteilung anders, besser vorstellen kann. Ich bin als Ostdeutsche halfroh darüber, sowohl über den Zustand der Umwelt als auch unserer Innenstädte, die ohne diese Maßnahmen so heute nicht wäre. Das muss ich einfach auch mal sagen. Irgendwelche Träumereien von langsamen Prozessen, wo man jetzt darauf wartet, dass das auf andere Weise mit der Sanierung der Innenstädte oder sozusagen dem Wandel der Wirtschaft in Ostdeutschland jetzt so wahnsinnig viel perfekter, langsam und behutsam gegangen wäre, die sind einfach unrealistisch und ich habe das vorhin nicht ohne Grund angesprochen, dass ich mir wünsche, dass Eigentum, ich nenne es jetzt mal breiter gestreut ist, aber die Wahrheit ist auch, in Berlin gibt es eine Menge Politiker auf der linken Seite, die stolz darauf sind, dass es eine Mieterstadt ist und auch so bleiben solle. Also man muss sich erst mal ehrlich machen, darüber will man überhaupt Eigentum, auch als etwas, wo Menschen Verantwortung übrigens tragen, wenn man sich ansieht, wie die Gebäude verfallen sind in den ostdeutschen Städten früher. Also ich muss mich schon mal ehrlich machen über den Anspruch, mit dem ich rangehe und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Ostdeutsche das Eigenkapital, das Vermögen hätten, um selbst da zu investieren, aber die Alternative nicht zu investieren, wäre nicht besser gewesen und wir müssen jetzt in der Gegenwart eine Politik machen, damit Vermögens- und Eigentumsbildung möglichst vielen Menschen möglich ist, aber ich finde trotzdem diese Maßnahmen im Großen und Ganzen richtig, die da ergriffen wurden, sonst hätten wir heute nicht gerettete, sanierte Innenstädte und sehr viel besseren Zustand unserer Umwelt in Ostdeutschland. Ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit erst mal dazu. Ich habe jetzt unterschiedlichst bei Ihnen schon gehört, wir öffnen gleich auch Also ich habe nicht den Eindruck, um es ganz klar zu sagen, dass vorher dieses Volkseigentum, dass die Menschen sich da besonders als Eigentümer gefühlt haben, so sehr man jetzt heute über bessere Rahmenbedingungen und gerechtere Verteilung reden kann, aber ich finde es wirklich ein bisschen zynisch zu sagen, ja, aber bei dem, was vorhin von da, ich glaube, Ingo Schulze zitiert wurde mit der Kolonisierung, natürlich kann man sich das mehr wünschen, eine breitere Streuung, Verteilung, aber der Zustand davor war ja kein erstrebenswerterer, das sogenannte Volkseigentum und dann das Verfallen lassen der Gebäude und der Industriestrunde. Ich glaube, ohne dass Ingo Schulz jetzt hier ist, das kann man für ihn sagen, dass er das sicherlich nicht denkt und meint. Sie haben jetzt schon unterschiedlich, um das nochmal nach vorne zu drehen, dann lade ich Sie auch gerne ein, mit zu diskutieren und mitzufragen. Es ist ein Stichwort gefallen, Gender Pay Gap, also diese gesellschaftliche Frage. Wir hatten schon die Frage der Diversität in der Gesellschaft insgesamt, das migrantische Deutschland mit einem Viertel Bevölkerungsanteil, wenn man das in den Statistiken sieht. Ist das vielleicht das, wie wir auf den 40. Geburtstag zumarschieren sollten, dass wir sagen, das sind mittlerweile so große gesellschaftliche Integrationsaufgaben oder aber auch sagen die Anerkennung, dass auch Einheit in Vielfalt möglich ist, die nicht mehr unbedingt mit Ost und West zu tun haben, sondern mit sehr unterschiedlichen, diversen Verhältnissen im Land insgesamt? Ich würde, also das, finde ich, ist ein Mainstream-Argument, dass man das meinen kann, weil wir einfach eine große, plurale Vielfalt haben und insofern auf die zuzugehen ist sicherlich vernünftig. Andererseits, finde ich, muss man doch auch zurückblicken, drei Jahrzehnte Einheit in Freiheit bedeutet, dass wir eigentlich weiter sein wollten. Und wenn man das reflektiert, gilt es natürlich auch für den 40. Jahrestag, dass man sagt, wir müssen, um dort besser darzustellen als jetzt, natürlich uns stärker um diese Ost-West-Thematik, die insgesamt runtergefahren ist, zu kümmern. Durch irgendwelche entsprechenden Strukturmaßnahmen oder industriepolitische Maßnahmen, die jetzt nicht von der FDP kommen, das ist mir schon klar, aber jedenfalls vielleicht doch anstehen, dass man schauen muss, was kann man im Osten Deutschlands aus patriotischen Gesichtspunkten heraus viel stärker angehen, als es gegenwärtig der Fall ist. Im Moment ist man einfach der Meinung, die sollen sich selber helfen, die Ostdeutschen. Die sind jetzt in der Freiheit, die haben alle Möglichkeiten, wir haben sie gepampert mit entsprechenden Milliardenbeträgen, jetzt muss es von alleine laufen. So ist es ja nicht gegangen, sondern wir haben ordentliche Differenzen, wir haben Entfremdungen, die sich politisch auch niederschlagen in problematischen Entwicklungen. Insofern muss man diesen Ost-West-Gegensatz durchaus, oder Gegensatz, jedenfalls Unterschied, durchaus auch bei aller Beachtung von Vielfalt durchaus stärker beachten. Das finde ich, wäre eine ganz wichtige Botschaft. Herr Freist. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne schon mal langsam Richtung Mikrofon. Also ich finde das ja im Prinzip richtig, aber der Ansatz, den Sie jetzt ganz intuitiv gewählt haben, sorgt bei den Menschen hier im Osten Deutschlands für etwas Unbehagen. Dass man sich überlegt, was macht man für die? Ich glaube, ich glaube schon. Sie haben gesagt, man kann jetzt nicht sagen, die Ostdeutschen, die sollen jetzt mal selber gucken, wie sie klarkommen. Doch, genau das ist ja der Punkt. Ja, wir haben die Freiheit, das zu gestalten. Und ich finde es auch wichtig, dass wir, wenn wir über Strukturmaßnahmen reden, dass natürlich die Menschen aus der Region auch zu Wort kommen. Aber dieser Affekt oder dieser Mechanismus des Gebens von Westen nach Osten, ja, wenn man sich die ungleichen Verhältnisse anschaut, auch monetär ist das durchaus richtig, aber ich würde von den Ostdeutschen schon auch mehr Verantwortung einfordern wollen. Und das kann man nicht machen, indem man sagt, du, ich weiß schon, was gut für dich ist. Also wenn man drei Kinder groß gesorgt hat, so wie ich, dann weiß man, dass das ein pädagogisches, das ist ein Totschlagargument. Das heißt, ich würde dann schon sagen, also liebe Leute, ja, ihr habt jetzt diese oder jene auch Behörden, Posten zu vergeben. Jetzt bewert euch doch mal, ja. Seid selbstbewusst, macht das einfach. Und ich denke schon, dass das funktioniert, weil wir mittlerweile, habe ich den Eindruck, dass wir nicht mehr, zumindest in Bevölkerung, über Ost und West reden. Das sind diese Punkte, die Sie angesprochen haben, drängen sich da an Vordergrund, sondern man redet über Sachsen, man redet über Brandenburg, man redet über Saarland oder sowas. Das heißt, man hat auf der einen Seite den europäischen Ausblick, aber die Verwurzelung vor Ort, die wird eben immer wichtiger. Und dieses Ostdeutschland ist ja eigentlich auch ein künstliches Konstrukt. Das gab es ja auch so nie. Sondern es gab immer die Preußen und die von der Küste kamen, den Namen sage ich jetzt nicht, und die Sachsen und die Bayern und jeder hatte irgendwie so seins, aber war vor Ort verwurzelt. Und diese Verwurzelung, wenn man die jetzt wirklich nochmal positiv besetzt, ja, und den Leuten Mut macht, selbst Verantwortung zu übernehmen, ich denke, das wäre der richtige Weg. Ganz kurz, Herr Mayer. Also erstens, mit den drei Kindern kann ich auch mithalten. Und insofern Erfahrung ist so klar. Und ich vermute mal, Sie haben beide diesen Satz gesagt zu den Kindern. Also, aber wenn ich das so höre, was Sie sagen, würde ich als Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, sagen, umso besser brauche ich nichts tun, ja. Das heißt, Sie entlasten kolossal die Bundesebene, indem Sie sagen, wir Sachsen sind stark und machen unser Ding. Das ist ja alles gut, sollen Sie machen. Und Sachsen steht ja auch ganz gut da. Das ist klar, auch mit Biedenkopf, früher als Zugpferd und so weiter. Also kommt ja auf starke Ministerpräsidenten an, damals wie jetzt. Aber das jetzt nur den Sachsen und Meck-Pomm-Leuten zu überlassen, finde ich, ist nicht die Aufgabe, die wir bundesweit haben. Wir schalten Sie gleich nochmal zusammen. Sie müssen auch beide um 15 Uhr pünktlich übrigens zum Bahnhof gehen. Vielleicht können Sie das auf dem Weg noch auskämpfen. Ich habe jetzt erstmal dort die Wortmeldung und dann Sie bitte. Mein Name ist Wilhelm Schlemmer. Ich bin Leipziger, Theologe in Rente. Wenn ich bedenke, dass wir die DDR 40 Jahre ertragen haben, jetzt haben wir 30 Jahre Einheit, das heißt noch zehn Jahre, dann sind beide Zeiten gleich. Aber es hat sich immer noch ganz Wichtiges nicht verändert. Zum Beispiel, dass in den öffentlichen Medien die Ostdeutschen oftmals gar nicht vorkommen. Ich sage ein Beispiel, ARD, es ist gar nicht so lange her, da wurde gefragt, wann wurden die Deutschen mündig. Dann wurde erzählt mit 21 und bibabo, die Ostdeutschen kamen nicht vor. Vor 14 Tagen, wo machen die Deutschen Urlaub? Es ist ja schlimm, wenn jetzt einer eine Woche Urlaub hat und darf nicht nach Italien reisen, er muss zu Hause bleiben. Verstehe ich überhaupt nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wo machen die Deutschen Urlaub? Mittelpunkt der Urlaubswünsche der Deutschen der Gardasee. Hatte ich mir auch gewünscht, 1964. Oder ich denke an bestimmte Rätselsendungen, wo dann nach Filmen, nach Sängern, nach Geschichten gefragt wird. Es sind grundsätzlich alles westdeutsche Ereignisse. Und darum sind die Teilnehmer auch immer westdeutsche. Schauen Sie mal genau. Ich kann das gerne aufgreifen, was Sie sagen. Wir hatten ja natürlich im letzten Jahr, 2019, waren die der große Erinnerungsreifen, 70 Jahre, 70 Jahre Grundgesetz und so weiter und so fort. Und das war sozusagen dann immer 70 Jahre implizit gesamtdeutsche Geschichte, aber war es natürlich nicht. Also insofern, ich kann Ihren Impuls sehr gut nachvollziehen. Ich will nur einen Satz noch sagen. Wenn wir an die Prägungen der Ostdeutschen nach 40 Jahren denken und die Prägungen sind tief gegangen, da habe ich Angst, dass jetzt die Prägungen nach 30 Jahren Wiedervereinigung oder bald 40 Jahren auch so tief sind. Und dann wird es mit der inneren Einheit, ich bleibe dabei, doch problematisch. Also ich kann da direkt kurz mal anknüpfen, weil das ist ja mein Argument, dass sozusagen die Norm im Grunde genommen immer eine westdeutsche ist. Und es ist heute noch so, wenn ein Buchverlag, als Bürger hier in Leipzig besuchen Sie ja die Messe, wenn Sie sich die Buchverlage angucken, wenn die eine Kulturgeschichte, eine deutsche Kulturgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichen, ist es in allererster, in den allermeisten Fällen eine westdeutsche Kulturgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir in den Geisteswissenschaften ja sowas wie ein Paradigma der integrierten deutschen Nachkriegsgeschichte auf die Tagesordnung setzen müssen und auch die sozusagen Verbundenheit und die Abhängigkeit von bestimmten Entscheidungen in Ost und West viel stärker in den Blick nehmen müssen. Die Verwobenheit, die Verzahnung der Geschichten von der DDR und der Bundesrepublik, um eben ein Verständnis dafür zu haben, was sozusagen in Ost und West zeitgleich passiert ist und wie die eine Sache mit der anderen eben zusammenhing. Und aus meiner Sicht kriegen wir damit auch einen Gedächtnisraum geöffnet, in dem viel stärker relational zwischen Ost und West diskutiert, nachgedacht und erinnert werden kann. Also ich plädiere schon sehr stark, ganz in Ihrem Sinne, für eine integrierte deutsche Nachkriegsgeschichte und dann wird es in den Rätselsendungen auch irgendwas über das Kesselbuntes geben. Ja, meine Damen, meine Herren, Sie haben ein Thema, das glaube ich viel komplizierter ist, als es hier vorgetragen worden ist und erst sollte die Diagnose stehen und dann sollte man über Sachen bringen. Herr Krüger, Sie haben eine unsägliche Aneinanderreihung von Fakten normativ vorgetragen. Das ist sehr ungesund. Ich würde ein Beispiel geben. Sie haben die Soziologie gebracht, Sie haben die Universität gebracht. Ich bin Universitätsprofessor mehrere Jahrzehnte gewesen. So läuft die Universität mit Sicherheit nicht und hier auch nicht. Ich bin hier in Leipzig gewesen. Also 30 Jahre sind für die Universität eine kleine Größe. Die Ausdauer, die da notwendig ist, anders. Und Sie schließen dann eine Darstellung, so und so viel Soziologen, so und so Netzwerke. Sind Sie Universitätsprofessor und haben Insight? Da würde ich sehr vorsichtig sein, ganz vorsichtig sein. Ja, natürlich bin ich vorsichtig. Ich habe das am Kabinettstisch in den frühen 90er Jahren mitgekriegt, wie die Berufungen an der Humboldt-Universität stattgefunden haben. Ja, Sie müssen in der Uni sein. Netzwerke sind in der alles Kabinettsbeschlüsse. Oder haben Sie etwa im Ministerium die Berufungen gemacht? Nein, aber es sind Kabinettsbeschlüsse hinsichtlich der Ergebnisse. Das ist ein Beispiel. Aber wir gehen jetzt ganz weiter ins Detail. Sie müssen sich das mal anhören. Das ist doch ganz gut. Wir haben ja auch zugehört. Das andere ist, die eine Million, die gewandert sind, die haben den Wohlstand gefördert in den Städten dort. Die haben die Freizügigkeit, die gekommen ist, genommen. Das sollten Sie als erstes Freiheitsrecht akzeptieren. Und nicht, dass der Wohlstand in Westdeutschland damit gewachsen ist. Eins nach dem anderen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, wie sorgfältig man vorgehen muss. Die Produktivität 80 Prozent. Das ist ein Globalaggregat. Und mit jeder Volkswirt kann Ihnen sagen, dass mit Durchschnittsgrößen mehr verdeckt wird, als geöffnet wird. Wenn Sie das nämlich regionalisieren, bekommen Sie ganz andere Zahlen auch zustande. Und zweitens, warum wird die Produktivität hier in diesen Ländern nie 100 Prozent werden, wenn nicht gravierendes anderes geändert wird? Es ist eine sogenannte bewertete Produktivität. Das heißt, der technische Ertrag bewertet mit dem Wert am Markt. Und der Wert am Markt bildet sich von der Angebots- und Nachfragesituation und von den Einkommen in der Region. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen sind, das nur für die Region produziert, überwiegend, und das trifft für die hiesigen Industrien zu, dann haben Sie eine Einkommenssituation, die deutlich abseits der höheren Einkommen in Westdeutschland ist. Das heißt, die Produktivität kann gar nicht eine vernünftige Maßgröße sein. Die verdeckt mehr, als Sie wollen. Aber es hört sich gut an. Ja, also vielen Dank. Ich danke Ihnen an der Stelle dafür, dass Sie diesen anderen, dass Sie den Perspektivwechsel aufgemacht haben. Nein, Sie müssen die Diagnose nehmen, um zu wissen, was Sie ändern müssen. Nicht die Produktivität, sondern Sie müssen das wissen. Vielen Dank für diesen Perspektiv. Viel saubere Diagnosen sind notwendig bei diesen Fragen. Jedenfalls Ihre Zusammenstellung, die funktioniert in der Form nicht, weil es Anklage funktioniert. Sie funktioniert bei Ihnen nicht. Vielen Dank für diese Darstellung. Sie funktioniert aber in der politischen Debatte insofern, weil sich Unterschiede manifestieren, wie man das nun im Detail bewertet. Es ist ja offenbar was los im politischen Raum. Professor Mayer hat das gesagt. Wir haben die Landtagswahlen gesehen im letzten Jahr, 2019, ja im Umfeld des großen 30. Jahrestages Mauerfall, dass also irgendwas da gärt und dass es noch nicht ganz durch ist. Ich weiß gerade gar nicht genau, war es jetzt dank Corona, dass wir vielleicht diese Debatten einfach mal haben kurz pausieren lassen oder haben wir sie auch im letzten Herbst, als dann eine Partei werben konnte mit Vollende die Wende und Wende 2.0 und auch ja unter anderem damit sehr erfolgreich war, gerade auch in Ihrem Heimatland, Frau Teute-Berge in Brandenburg. Sind wir da jetzt ein Stück weit durch oder ist diese Debatte und dieses Unwohlsein einfach nur Corona-bedingte auf Eis? Ich würde sagen, das ist nur auf Eis und das finde ich jetzt auch überhaupt kein Grund zur Beruhigung. Im Gegenteil, das macht mir eher Sorgen, weil ich finde, es ist sowieso die Demokratie und die Frage, selber Verantwortung zu übernehmen, selber wirksam zu werden, war vorher schon nicht besonders ausgeprägt und durch die sozusagen jetzt den geringeren Austausch Corona-bedingt, dass man weniger Präsenzveranstaltungen hat. Also ich kann einfach ganz praktisch sagen, die ehrenamtliche Parteiarbeit vor Ort ist viel schwieriger geworden. Allein jetzt übrigens Aufstellungsversammlungen zu organisieren, geeignete Räume überhaupt zu finden und geschweige denn zu finanzieren, sind ja keine kommerziellen Veranstaltungen. Also viele Ältere übrigens kommen dann nicht zu Videokonferenzen oder den jetzt unter veränderten Bedingungen stattfindenden Veranstaltungen. Das heißt, das eh schon nicht sehr ausgeprägte sozusagen politisch-demokratische Leben im Alltag ist nochmal ganz stark heruntergefahren worden. Und meine Sorge ist, dass sich sozusagen die Frage von einer gewissen Abschottung, Meinungsblasen, Echokammern eher noch verstärkt gegenüber dem Zustand vorher und dass das ein großes Problem ist, dass wir da kreativ sein müssen oder so gut wie möglich den Austausch suchen müssen, damit sich nicht Spaltung in irgendeiner Form verschärft, dass es keinen Austausch mehr gibt zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft. Das ist eher ein Problem, da ist nicht viel gelöst, finde ich. Das soll jetzt nicht pessimistisch klingen, sondern es gibt auch viel Gutes, aber wir müssen da dran arbeiten und die Probleme, die sich da gezeigt haben im letzten Jahr, die sind nicht irgendwie gelöst, sondern die sind immer noch auf der Tagesordnung und nur etwas vertagt durch diese Ausnahmesituation. Aber die kann eher zur Verschärfung beitragen. Das muss uns Ansporn sein und nicht Beruhigung. Herr Feist, Sie haben jetzt die Antwort, wie wir das hinkriegen? Nein, ich würde, wenn ich die Antwort hätte, dann würde ich mir die gut bezahlen lassen und hier jetzt nicht so einfach rauslassen. Ich will auf die beiden Begriffe Freiheit und Einheit am Schluss nochmal kommen. Grundgesetzlich verbrieft haben wir alle die gleiche Freiheit, egal wo wir wohnen und wo wir herkommen. Also problematisch scheint das mit der Einheit irgendwie zu sein. Und ich glaube fast, das ist eine Frage, die nur mit Generationen sich erledigen wird. Wenn ich mir jetzt meine Generation da mit 50er anschaue, natürlich, man hat bestimmte sprachliche Wendungen oder Begriffe. Es ist vorhin eine Rätsel-Sendung angesprochen worden. Ja, wir könnten auch Rätsel-Sendungen machen. Da würde ein Westdeutscher null Punkte bekommen. Ja, über Reiko Mitic und Willi Schwabe und wie die alle hießen oder sowas. Aber das Dilemma dabei ist, und das habe ich festgestellt auch in vielen Diskussionen mit Menschen, die guten Willens sind. Auf der einen Seite sagt man, naja, also das, was wir hier erfahren haben, ihr könnt das gar nicht verstehen. Also euch fehlt die authentische Erfahrung des Lebens in der DDR. Wenn das aber so ist, dann kommt oft der Vorwurf, aber ihr wollt das auch gar nicht verstehen, obwohl ihr es nicht verstehen könnt. Also dieses Paradox aufzulösen, das werden wir nicht hinkriegen. Und solange das in der Gesellschaft virulent ist, dann werden natürlich auch Parteien, die sich dieses Themas populistisch bedienen, auch ihre Erfolge haben. Also insofern würde ich Ihrer Einschätzung auch zustimmen. Das liegt auf alles. Aber weg ist das nicht. Also ich will nochmal sozusagen auch abschließend auf die Frage sozusagen eingehen. Sie haben einen guten Blick auf die Uhr, dass Sie schon sagen, abschließend. Ich glaube, wir sind so ein bisschen in der Schlussschleife. Das habe ich Ihnen angesehen. Sie haben auf die Uhr geguckt, ich nicht. Ich glaube sozusagen, man muss redlich bleiben und sagen, Anfang der 90er Jahre, also als gewählt worden ist 1990, haben die Ostdeutschen, es gab ja sogar Protagonisten, die das versucht haben auf den Punkt zu bringen. Die Ostdeutschen haben eben so gewählt, wie sie gewählt haben, weil sie lieber den zweiten Platz in der bundesdeutschen Gesellschaft haben wollten als ein ewiges Hin und Her in einer Übergangssituation. Okay, das sozusagen kann man so nehmen. Aber sozusagen vor dem Hintergrund der Grundrechte und des Grundgesetzes kann das nicht auf Dauer so bleiben. Insbesondere was die nächsten Generationen betrifft. Und es wird keine Gesellschaft funktionieren, wenn die Generation, die den zweiten Platz wollte, für ihre Kinder nicht auch am ersten Platz partizipieren will. An einer fairen, gleichwertigen Gesellschaft. Herr Mayer hat das Thema der Gleichwertigkeit ja angesprochen. Das heißt nicht, dass man asymmetrisch, so wie in den entsprechenden Führungspositionen immer das Nachsehen hat, sondern das ist einfach eine steigende Berücksichtigung von Ostdeutschen, von Migrantinnen und Migranten, von denjenigen, die Benachteiligung und Ungleichheit erfahren, zunehmend gibt. Das ist doch unser Anspruch. Eine demokratische, faire Gesellschaft dergleichen und nicht eine Gesellschaft, die sozusagen eine hegemoniale Gruppe und eine Gruppe, die sich mit dem zweiten Platz zufrieden gibt, berücksichtigt. Und das wäre sozusagen mein Statement, Freiheit und Einheit in dem Kontext zu diskutieren und dabei eben Ungleichheit und die Bekämpfung von Ungleichheit nicht zu vergessen. Vielen Dank. Ich will Ihnen gerne noch das Wort geben. Herr Krüger, Sie sind Chef der Bundeszentrale Politische Bildung und das ist ja schon ziemlich lange Zeit. Sie haben einen riesen Personalressort, Sie haben Geld und Sie haben viele Möglichkeiten. Sie haben vor wenigen Minuten gesagt, dass 89 so viele Leute nach den alten Bundesländern gegangen sind. Ich bin am 10. November 89 auf dem Leipziger Hauptbahnhof gewesen. Und diese Bilder, die ich dort gesehen habe, haben mich an die Nachkriegsbilder und Flüchtlingstrecks erinnert. Es sind dort nicht nur Menschen weggegangen, die ein besseres Leben haben wollten. Es sind dort auch viele Menschen weggegangen, schon bis zum 9. November, aber auch danach, die sich ihrer Verantwortung entzogen haben, weil sie sich ja schuldig gemacht haben. Ich habe mit teilweise derartigen Menschen zu tun gehabt. Es wäre doch eine gute Aufgabe für ihr Personalreservoir, sich mal darum zu kümmern. Ja, was war denn nun wirklich um 89 los? Welche Menschen sind weggekommen? Welche Menschen sind hier rübergekommen? Und über, ich denke für mich als ehemaliges Mitglied einer Personalkommission im Schulbereich, aber auch Frau, die DDR-Unrechtsbetroffene beraten sollte, würde da schon eine kleine Lösung dieses aktuellen Problems bestehen? Warum wenden sich die Menschen von aktuellen politischen Strukturen ab? Oder waren es in den alten Bundesländern Leute, die sich auch zurücklehnen und sagen, damit haben wir nichts mehr zu tun, das berührt uns überhaupt nicht? Alles klar. Vielen Dank. Ich muss auf die Uhr gucken insofern, weil ich weiß, dass Herr Weiß und Professor Mayer gleich wirklich um 15 Uhr zum Bahnhof auch müssen. Sie haben noch drei Minuten. Und Herr Mayer, ich habe ja immer so das journalistische Bedürfnis auch auseinander zu gehen in so einer Runde mit so vielleicht ein, zwei konkreten Ideen, wie sich viele dieser Problemlagen, die wir besprochen haben, angehen lassen könnten und ändern lassen könnten. Können das? Das gibt es leider nicht. Aber ich bin ja der einzige Westdeutsche hier in der Runde, wenn ich das so richtig sehe. Also hier der Diskutanten. Und wenn ich sage, Ostdeutschland first, zu beachten auf der bundespolitischen Ebene, wäre das eigentlich eine neue Etappe der Entwicklung, dass man sich ein Stück weit revidiert und sagt, wir können den Prozess eben nicht nur treiben lassen, sondern wir müssen die Konsequenz ziehen, dass das Ganze nicht so richtig optimal läuft, wie es mal laufen könnte, dass man da ein bisschen sich viel stärker darum kümmert. Das ist nicht eine Westposition im Sinne von, wir sagen euch, wie es gehen soll, sondern eine Unterstützung und eine Solidarität sozusagen, wie man hier weiterkommt, um nicht dazu zu kommen, dass man sagt, Ost-West, das ist gar kein Thema mehr. Die Neigung ist ja, je jünger, desto mehr der Fall, dass man das so denkt. Und dafür spricht einiges natürlich. Aber es gibt eben einfach noch Defizite, die sehr stark auch politisch sich bemerkbar machen. Insofern sollte man rechtzeitig sich diese Sache annehmen. Deswegen also, wenn wir es auf den Punkt bringen müssen, Ostdeutschland first. Ostdeutschland first. Professor Mayer, ganz herzlichen Dank für diese Statements, Linda Teuteberg, Thomas Krüger, Herr Feist, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für diese Debatte. Hier gibt es jetzt eine Kaffeepause, die gibt es im Stream auch, wenn Sie mögen, den Kaffee müssen Sie sich dann allerdings selber machen. Und dann geht es in einer halben Stunde um 15.30 Uhr weiter und damit im Schwerpunkt auf zwei konkrete Beispiele, nämlich Berlin und Leipzig, das Einheits- und Freiheitsdenkmal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Yeah. Leipzig. gewichtige Gäste eingeladen, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Zunächst ein herzlicher Gruß an Dorothee Dubrau, Architektin, Wissenschaftlerin, Kommunalpolitikerin, zunächst als Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnungen im Stadtbezirk Berlin-Mitte- und Prenzlauer-Berg tätig, dann Professorin an der TU Darmstadt, selbstständige Architektin und Stadtplanerin und in den letzten Jahren bis vor kurzem Bürgermeisterin für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig. Herzlich willkommen. Als zweites darf ich herzlich begrüßen Gesine Oltmanns, Bürgerrechtlerin der ersten Stunde in Leipzig. Sie gehörte in den 80er Jahren zu den Mitbegründern verschiedener oppositioneller Menschenrechtsgruppen und initiierte entscheidend die Leipziger Montagsdemonstrationen mit. Seit 2009 ist sie in der Stiftung Friedliche Revolution engagiert, heute als Vorstandsmitglied. Sie sagt über sich selbst, sie sei kein Mensch für die Öffentlichkeit. Darum freuen wir uns, dass sie heute ihren Vorsatz bricht und mit uns diskutiert, denn die Stiftung Friedliche Revolution hat in den letzten Jahren den neuen Diskussions- und Beteiligungsprozess zum Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal koordiniert. Herzlich willkommen, Frau Oltmanns. Wenn es auch noch kein steinerndes Dokument für die Friedliche Revolution in Leipzig gibt, dann gibt es zumindest ein literarisches Denkmal. Das befand zumindest der Berliner Tagesspiegel vor zwei Jahren in einer Rezension des Buches Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, wie eine Gruppe junger Leipziger die Rebellion in der DDR wagte. Dieses Buch stammt aus der Feder des Autors, Spiegelredakteurs und Dokumentarfilmers Peter Winsjerski. Er begleitete seit den späten 1970er Jahren die Entwicklung in der DDR und in den neuen Bundesländern und hat sich ebenfalls mehrfach zur Denkmalsdebatte geäußert. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und was wäre die Debatte um ein Freiheits- und Einheitsdenkmal, speziell in Berlin, ohne Florian Mausbach, eigentlich kaum denkbar? Er war neben der deutschen Gesellschaft und hier darf ich namentlich Herrn Kollegen Dr. Appelt nennen, einer der Motoren der Debatte um diese erinnerungspolitische Wegmarke. 2008 sprach die Deutsche Nationalstiftung den Initiatoren der Denkmalsidee den Deutschen Nationalpreis zu. Herr Mausbach engagierte sich, wie er stets betonte, als Privatmann. Denn im Hauptberuf war der studierte Architekt von 1995 bis 2009 Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Herr Mausbach wird uns nun einen Überblick über Wohl und Wehe der Diskussion bis zum kürzlich vollzogenen Spatenstich geben und danach steigen wir dann in die Diskussion ein. Herr Mausbach, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, meine Damen und Herren, ich habe meinen Vortrag benannt, die Unfähigkeit zu trauern und zu feiern. Irrungen und Wirrungen um das Berliner und Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal. Eine Stadt ohne Denkmäler ist wie eine Wohnung ohne Bilder. Menschen gestalten ihre Wohnungen als ihre eigene Welt mit Kunstwerken, Andenken, Gemälden und Fotos Lebender und Verstorbener. Und seit Alters her schmücken die Menschen ihre öffentlichen Plätze und Parks mit Skulpturen, Brunnen, Kunstwerken und Denkmälern. Indem sie bedeutende politische, militärische, kulturelle und religiöse Gestalten oder historische Ereignisse ehren, versichern sie sich ihrer gemeinschaftlichen Werte und ihrer Identität, auch ihrer nationalen Identität. Die Deutschen von heute tun sich schwer mit Denkmälern, wie überhaupt. Mit öffentlichen Bekenntnissen, Zeichen öffentlicher Trauer oder Freude. Der Missbrauch gemeinschaftlicher Gefühle ist unvergessen. Zweifel und Vorbehalte sind die Folge, aber auch Herablassung und Geringschätzung. Auf die Verachtung des Sinnlichen in der ersten deutschen Demokratie hat der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer hingewiesen, der als Jude das Dritte Reich in Dresden überlebte. Er notierte in seinem Tagebuch am 11. August 1934, Zitat, aus seinem Tagebuch, ich glaube, der 11. August war der Verfassungstag der Republik. Dieses, ich glaube, ist charakteristisch. Die Feier wurde nie populär, nie mit Schwung und Resonanz durchgeführt. Die Republik war in diesem Punkt allzu protestantisch. Sie vertraute allzu sehr auf das Geistige und verachtete das Sinnliche. Sie überschätzte das Volk. Bei der gegenwärtigen Regierung ist das Gegenteil der Fall und sie übertreibt dieses Gegenteil ins Unsinnige. Reflex und Reaktion auf diese Übertreibungen ins Unsinnige und Barbarische bestimmen die Haltung der Nachkriegszeit in Deutschland. Die Antwort auf Größenwahn, Monumentalismus und propagandistische Staats- und Parteiinszenierung sind Bescheidenheit im öffentlichen Auftritt und Untertreibung staatlicher Repräsentation. Sie sind anfangs notwendig zur Selbstfindung der Nachkriegsdemokratie, zur Wiedergewinnung staatlicher und moralischer Souveränität und Anerkennung. Die Selbstbescheidung wird mit der Zeit wachsender staatlicher Souveränität und Verantwortung aber zum Problem. Dies zeigt 1991 die Bundestagsdebatte um den Hauptstadtbeschluss und die äußerst knappe Mehrheit, ich glaube, es waren zwei, drei Stimmen, mit der der Umzug nach Berlin beschlossen wird. Dass der Bundestag dann doch gegen allen Widerstand aus dem unschuldigen Bonn in die Stadt mit Vergangenheit umzieht, Berlin Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands wird, ist nicht zuletzt der leidenschaftlichen Fürsprache von Wolfgang Brandt zu verdanken. Für viele deutsche Politiker, Intellektuelle und Künstler ist die Lehre aus dem Nationalsozialismus die Überwindung alles Nationalen. Es ist eine Überreaktion. Pathos ist verdächtig, Patriotismus gilt als peinliche Gefühlsäußerung, die schlechte Erinnerungen wachruft. Ersatzweise empfiehlt eine akademische Formel Verfassungspatriotismus. Statt Land und Leute sei die Verfassung zu lieben, so als liebte man statt seiner Frau die Ehe. Als die Bürger der DDR 1989 mit dem Ruf nach Freiheit und Einheit schwarz-rot-goldene Fahnen schwenken, trifft dies im Westen noch auf Erstaunen und Befremden. Erst 2006, als die Fußball-Weltmeisterschaft ganz Deutschland als Gastgeber begeistert, sieht man zum ersten Mal im Osten wie im Westen unbeschwert feiernde Menschen mit ihrer Nationalflagge auf öffentlichen Straßen und Plänen. Heinrich Heines Wintermärchen, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht, wird zum Sommermärchen, der von sich selbst und ihrem heiteren und friedlichen Patriotismus überraschten Deutschen. Der jahrzehntelangen Unfähigkeit zu feiern entspricht die Unfähigkeit zu trauern. Der Einweihung des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden Europas im Jahr 2005 geht eine elf Jahre lange Debatte voraus. Der Bundeskulturstaatsminister, das war der erste Michael Naumann, lehnt seinerzeit Denkmäler überhaupt ab. Sie seien des bleibenden Gedenkens ungeeignet. Dem Entwurf Peter Eisenmans und Richard Serras bescheinigt er Albert Speerhafte Monumentalität und fordert statt eines Denkmals ein Museum oder ein Dokumentationszentrum. Am Ende gibt es einen Kompromiss, das Stelenfeld als Gedenkstätte wird ergänzt um einen unterirdischen Informationsort. Heute gehört das Denkmal, das Stelenfeld neben dem Nationaldenkmal des Brandenburger Tores, zum festen, dauerhaften Bild unserer Hauptstadt. Eine schwungvolle Schale mit der Inschrift, wir sind das Volk, wir sind ein Volk, wird künftig die Helden der friedlichen Revolution feiern im ehemaligen Machtzentrum der SED-Diktatur auf der Berliner Schlossfreiheit. Bürger in Bewegung, so heißt das Denkmal, können sich zusammentun und die Schale zum Schwingen bringen. Es wird errichtet auf dem Sockel des Nationaldenkmals Wilhelms I. des Kaisers der Ersten Deutschen Einheit von oben. Das Kaiserdenkmal verschwand nach dem Krieg in Kisten mit gerillischen Buchstaben, wie mir ein Zeitzeuge mal erzählt hat. Es hat über 20 Jahre gedauert, vom Aufruf der Denkmalinitiative über mehrere Bundestagsbeschlüsse bis zum Baubeginn im letzten Jahr. Zuletzt waren es Fledermäuse, die den Bau verzögerten, aber auch der allerletzte Versuch eines Bibers, die Eiche am Denkmalsockel zu fällen, ist gescheitert. Morgen am Vorabend des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung treffen wir uns, Initiatoren und Unterstützer des Freiheits- und Einheitsdenkmals mit dem Künstler zur Besichtigung der Baustelle. Es gibt keinen Ort in Deutschland, der so an die Geschichte der demokratischen Revolution erinnert. Hier am Berliner Schloss erlebte die Bautskirchenrevolution 1848 ihren Höhepunkt in Barrikaden kämpfen. Hier zog der Trauermarsch zum Gedenken der Toten der November-Revolution 1918 über die Schlossfreiheit. Und hier zogen am 4. November 1939 die Demonstranten mit Blick auf das ZK der SED in der Reichsbank vorbei am Palast der Republik zum Alexanderplatz. Wenige Tage später fiel die Mauer. Zuvor hatten am 9. Oktober in Leipzig die 70.000 unter der Losung »Wir sind das Volk, keine Gewalt« die Gewaltherrschaft bereits im Kern erschüttert. Andere Städte folgten. Auch Leipzig soll, so der Bundestagsbeschluss, ein Freiheits- und Einheitsdenkmal erhalten. Doch der Wettbewerb zu seiner Gestaltung ist gescheitert. Wie war das möglich? 2011 hatte ein Beratergremium, zu dem auch ich gehörte, ich hatte seinerzeit hier auch in dem Saal, das war 2011, diskutiert und ich hatte dafür geworben für den Willem-Leuchner-Platz als Standort. Dieses Beratergremium hatte den Willem-Leuchner-Platz als Standort für das Leipziger Denkmal empfohlen. Der frühere Königsplatz, der in der Mitte das Denkmal eines Sachsenkönigs trug, ist heute nach einem Gewerkschafter und Widerstandskämpfer benannt. Er liegt städtebaulich bedeutsam am Stadtring um die historische Innenstadt gegenüber dem mächtigen Gründerzeit-Rathaus. Um den Stadtring waren seinerzeit die Montagsdemonstrationen gezogen und hatten sich hier, so heißt es, aufgelöst. Der Platz selbst ist nur von zwei Seiten baulich gefasst durch die neue Sankt Trinidadskirche und die Stadtbibliothek. Ansonsten ist es seit dem Krieg kein Platz mehr, sondern eine offene Stadtbrache. Ein unterirdischer S-Bahnhof aber hat dem städtebaulichen Unort inzwischen wichtige Verkehrsbedeutung gegeben. Alles in allem beste Voraussetzungen, hier einen prominenten Stadtplatz zu schaffen, städtebaulich und architektonisch neu gestaltet, als Platz der friedlichen Revolution, gekrönt von einem Denkmal zur Erinnerung an die Helden der historischen Heldenstadt Leipzig. Aber in postheroischer Zeit gestaltet sich das offenbar sehr schwer. Als der Wettbewerb für die Gestaltung des Denkmals öffentlich ausgeschrieben wurde, fehlte es an den wichtigsten Voraussetzungen. Ein Denkmal wirkt durch Ort, Gestalt und Wort. Es bedarf eines herausgehobenen öffentlichen Ortes, einer einprägsamen künstlerischen Gestalt und einer Würdigung in einfachen Worten. Was die Würdigung betrifft, so haben die Initiatoren des Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal stets darauf bestanden, dem Denkmal die Losung der friedlichen Revolution zu geben. Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. In Leipzig fehlte eine solche Widmung. Meinem neuen Leipziger Wettbewerb sollte sie lauten, wir sind das Volk, keine Gewalt. Das waren die Losungen der Zeit. So könnte die Entwicklung der Revolution von Leipzig nach Berlin von der Freiheits- zur Einheitsbewegung sichtbar werden. Der herausgehobene öffentliche Ort war auch in Leipzig gegeben, aber ein städtebaulicher Rahmen für das Denkmal fehlte. Es gab kein städtebauliches Konzept für einen öffentlichen Stadtplatz. Stattdessen wurde die riesige Freifläche, ich war heute Morgen noch mal da und habe es mir angesehen, es wuchert dort das Unkraut, es ist ein wirklicher Unort. Stattdessen wurde die riesige Freifläche den Künstlern zum Bespielen freigegeben. Die Auslobung erlaubte ausdrücklich, Zitat, eine flächige Ausdehnung des Denkmals innerhalb der Grenzen des Wettbewerbs und die waren sehr weit gefasst. Eine Anregung, die die Künstler natürlich als Aufforderung verstanden, das gesamte Areal zu ihrer künstlerischen Spielwiese zu machen. Alle Preisträger des Wettbewerbs boten Flächenkunstwerke auf unbenutzbaren Plätzen. Der erste Preis, ein unendliches Feld aus bunten, beweglichen Bauklätzen. Mich erinnert es immer, wenn ich bei Ikea einkaufen gehe, an die Spielwiese für die Kinder mit den bunten Plastikbällen. Statt die jahrtausendealte Denkmalkunst fortzuentwickeln, forderte die Auslobung, das Denkmal soll den tradierten Formen der Denkmalkunst früherer Epochen eine neue Formensprache entgegensetzen, nicht fortentwickeln. Dies wird bestärkt durch die Aufforderung, das Kunstwerk sollte mit zeitgenössischen, formalen und ästhetischen Mitteln arbeiten. Diese einschränkende Verpflichtung auf noch nicht Dagewesenes schloss Künstler mit anderen Ansätzen von vornherein aus. Vollends in die Irre führte die Ermunterung, Zitat, auch konzeptionelle Kunst zu liefern. Wie kann ein seinem Wesen nach auf Dauer angelegtes Denkmal, früher sprach man von in Erz gegossen oder in Stein gemeißelt? Wie kann ein seinem Wesen nach auf Dauer angelegtes Denkmal ein unfertiges Konzept sein? Auch um, Zitat, partizipatorische Ansätze wurde gebeten, was den ersten Preisträger zu dem Vorschlag ermunterte, seine bunten, beweglichen Bauklötze sollten von den Besuchern mitgenommen und in ganz Leipzig verteilt werden. Kurzum aus dem Wettbewerb für ein Denkmal zur Würdigung eines historischen Ereignisses, einer einzigartigen Deutschland, Europa und die Welt verändernden Revolution wurde am Ende ein Wettbewerb für zeitgenössische, experimentelle Kunst. Doch selbst die eigenwillige Kunstszene, die mit ihren denkmarkritischen Vertretern an Auslobung und Auswahl der Arbeiten beteiligt war, zeigt sich unzufrieden mit dem Ergebnis. Sie sieht aber, so Martin Schönfeld vom Kulturwerk des Berufsverbands Bildender Künstler, die Ursache des Scheiterns in dem, Zitat, restaurativen Grundanliegen des Vorhabens, das auf die Schaffung eines nationalen Denkmals zielt. Das findet er unerhört offenbar. Ein Freiheits- und Einheitsdenkmal wendet sich in der Tat als Nationaldenkmal an die Allgemeinheit, an das ganze Volk und auch an die kommenden Generationen. Mit künstlerischem Anspruch und bildnerischen Mitteln soll es historisches Verständnis und demokratisches Bewusstsein weg. Und auch ein Pathos erlauben, dass der Leipziger Herbstrevolution von 1989 und der von ihr ausgelösten Zeitenwende gerecht wird. Es ist nicht zu spät für einen neuen Versuch. Leipzig hat es verdient. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mausbach. Frau Altmann, Sie waren ja dabei, haben den Prozess auch beobachtet und sich eingemischt. Können Sie die Analyse von Herrn Mausbach teilen? Lag es an der verfehlten Ausschreibung, an den verfehlten Konstellationen? Oder warum ging es dann 2012 hier in Leipzig nicht weiter? Ich höre zumindest immer eines, dass es einen wunderbaren Beteiligungsprozess gab in diesem Denkmalsverfahren damals, dass besonders viele Formen auch der Beteiligung gepflegt wurden, dass eben Jugendworkshops stattfanden, dass man Bürgerforen durchführte und dass man schon das Gefühl vermittelte, es ist ein gemeinsames Projekt der Stadtgesellschaft. Das höre ich immer als großes Lob. Und war es so? Das war so. Also ich habe zum Beispiel eine Tochter, die hat damals bei diesem Workshop als Jugendliche mitgenommen, mit Zeitzeugen geredet. Sie haben sich Gedanken gemacht zum Denkmal und daraus ist für die Stadt das Jugendparlament entstanden. Aus diesem Workshop, aus den Jugendlichen, die sich dort zusammenfanden. Finde ich also ein schönes, bleibendes Projekt, was aus dem Denkmalsprozess hervorgegangen ist. Aber es gibt halt auch Sachen, die dann nicht weitergegangen sind. Und da kann Frau Dubrau möglicherweise viel genauer und viel tiefer auch die Beispiele bringen als ich jetzt. Ich kann nur sagen, ich hatte das Gefühl, der Prozess ist auf Trockendeck gelaufen. Trockendock. Was meinen Sie damit? Können Sie das Bild noch kurz erläutern? Warum ist der Prozess auf Trockendock gelaufen? Ja, es gab einen Punkt, wo meiner Ansicht nach eine falsche Entscheidung gefallen ist, wo man den Prozess wieder geöffnet hat, wo man das Verfahren versucht hat, noch in eine Richtung zu bringen, möglicherweise die der Stadt baulich oder architektur- stadtentwicklerisch besser gefallen hätte. Und da hat man die Jury nicht tief genug geachtet, die Entscheidung der Jury. Und ja, für mich hört in diesem Moment auch die Beteiligung auf. Also da, wo man es in die Hände eines Verfahrens, Wettbewerbsverfahren gibt, ist auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr angesagt. Frau Dubrow, Sie kam ein bisschen später. Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Sie waren dann aber trotzdem, haben den Prozess ja beobachtet und haben die Folgen quasi auch mitverwalten müssen. Wie war es denn aus Sicht der Verwaltung? Waren Sie intern dann als Stadtverwaltung zufrieden, wie es gelaufen ist? Vielleicht muss man doch ein bisschen früher anfangen. Wenn eine Stadt so etwas machen will, dann muss die Stadt, die Stadtverwaltung, das Parlament, der Oberbürgermeister tatsächlich einen inhaltlichen Willen dafür haben. Die Stadtverwaltung war natürlich daran interessiert, für diesen großen Platz, für den es übrigens ein Konzept gab und gibt und inzwischen auch einen Bebauungsplan für die Gesamtgestaltung, weil ja nur die Hälfte der Fläche ist Platz und die andere Hälfte wird Bebauung und die fängt jetzt an, sich zu realisieren. Die Stadtverwaltung war daran interessiert, mit diesem Denkmal kommt eine ganze Menge Geld in die Stadt, 10, 15 Millionen so in etwa, wird man wahrscheinlich dafür brauchen. Das bedeutet, wir müssen den Platz nicht selbst finanzieren. Das ist ein Interesse, was man haben kann, neben dem Denkmalinteresse. Das war der erste Punkt. Das Geld kam vom Bund. Das Geld kam vom Bund, natürlich. Bund ins Land. Musste übrigens der Teil wieder zurückgezahlt werden an das Land, der schon ausgegeben war. Wir machen fast eine halbe Million. Das zweite Thema ist, ich habe eine Jury zusammengestellt, die auf den Grundlagen der Bürgerbeteiligung gearbeitet hat. Die Jury hat wohl gezweifelt, ist mir berichtet worden, aber sie hat eine Reihenfolge festgelegt mit einem ersten, einem zweiten, einem dritten Preisträger. Die Jury hat keine Empfehlung für eine Realisierung gegeben. Das ist außergewöhnlich. Normalerweise muss eine Jury nicht nur sagen, das ist der erste, sondern muss auch sagen, ja, wir möchten, dass der nach Möglichkeit verwirklicht wird. Der dritte Punkt ist, es kam dann nochmal in die öffentliche Diskussion, das ist auch völlig normal. Aber wenn eine Stadt den Wettbewerb macht und einen ersten Preisträger hat und diesen verwirklichen will, dann muss die Stadt auch dafür stehen. Und nicht, wenn es so die üblichen Zeitungsannoncen gibt oder ein anonymes Beteiligungsverfahren, was ich ganz besonders schwierig finde. Ein anonymes Beteiligungsverfahren heißt, jeder kann auch fünfmal, zehnmal und so weiter schreiben. Und was sich heute im Netz abspielt, wissen wir alle? Dann ist die Stadt unsicher geworden. Ist denn das das Richtige? Und dann hat man eine zweite Phase durchgeführt. In der zweiten Phase waren nicht die gleichen Mitglieder an der Jury wie in der ersten Phase. Ganz schwierig. Und man hat am Ende des Ergebnisses das Ergebnis festgelegt, also ist nicht mehr der erste, ist auch nicht der zweite, sondern ist jetzt der dritte, der auf Platz eins kommt. Nur ein Mitglied in der Jury hat sich dagegen aufgelehnt, hat übrigens einen Artikel auch geschrieben, in der Bauwelt, dass schon verfahrensrechtlich sowas eigentlich gar nicht geht. Dass einer, der in der ersten Phase den ersten Platz bekommt, in der zweiten Phase plötzlich bei null landet oder fast bei null. Und damit war eigentlich das Kind letztendlich in den Brunnen gefallen. Dann gab es im Parlament natürlich auch Stimmen, die insgesamt gegen ein solches Denkmal waren, die gesagt haben, das brauchen wir nicht. Ein bisschen ist da vielleicht auch was dran. Ich habe in den letzten 14 Tagen mit etlichen Leipzigern gesprochen und die sagen mir, für sie ist das Denkmal tatsächlich die Säule vor der Nikolaikirche, weil der eigentlich entscheidende Ort, von dem es ausgegangen ist, war die Nikolaikirche. Aus der Kirche heraus wurde die Bewegung getragen auf die Straße. Und es ist nur eine Säule, die da steht. Und es ist vielleicht für jemanden, der diese Geschichte nicht so kennt oder der jetzt von auswärts kommt oder so, vielleicht gar nicht so wichtig. Aber diese Säule bedeutet für viele Leipziger, insbesondere für die, die an dem Prozess teilgenommen haben, tatsächlich ein Stückchen von ihrem Leben. Und ich habe so gedacht, was ist in Berlin für mich so ein Denkmal, was tatsächlich ganz klein ist, aber eine große Bedeutung hat. Das ist das Denkmal für die Bücherverbrennung. Es ist eigentlich nur eine kleine Scheibe im Boden und darunter ist ein unterirdischer Raum. Und man, wenn man nicht Bescheid weiß, eigentlich zweifelt, was ist denn das? Aber wenn man sich der Tragweite bewusst wird, hat das eine wahnsinnige Ausstrahlung und Bedeutung. Und ich denke mal, dass diese Säule das auch hat. Okay, aber der erste Teil, den Sie gesagt haben, wahrscheinlich auch kein Romesblatt für die Verwaltung. Das geht ja durchaus auch dann in die Richtung von Herrn Mausbach. Im Internet, in der Leipziger Internetzeitung gibt es eine Buchrezension zu einem gerade erschienen Buch des Gewinnerbüros, dass das nochmal so etwas dokumentiert hat mit der Überschrift, ein Desaster für Leipzig. Würden Sie auch sagen, wenn so eine Denkmalsdebatte in der Heldenstadt Leipzig am Ende zu keinem Ergebnis führt, ist das ein Desaster auch für die Stadtgesellschaft? Natürlich. Also ganz natürlich ist es ein großes Desaster und ich finde es auch von außen betrachtet total peinlich, dass nach 30 Jahren hier nicht an wirklich zentraler Stelle so ein Denkmal ist. Und ich glaube, das Erste, was man sagen muss, dass man vielleicht nicht allein der Verwaltung diese Aufgabe überlassen darf. Es sei denn, die Leipziger Verwaltung möchte Konkurrenz mit Berlin machen, was die Dauer des Baus eines Flughafens angeht, bei dem Bau eines Denkmals. Und ich habe immer wieder mir versucht, auch erklären zu lassen, warum es das Denkmal nicht gibt. Ich muss sagen, so richtig verstehe ich es auch nicht. Ich habe es auch in den letzten Tagen nochmal versucht, mir erklären zu lassen, was das für Querelen sind, dass 30 Jahre danach, nachdem diese Stadt so etwas Tolles auf die Beine gestellt hat, wie das, was im September und Oktober hier 1989 passiert ist, nicht auch den Besuchern heute und den vielen zugezogenen jungen Leuten, die hier jetzt leben, an einer Stelle wirklich gezeigt wird und daran erinnert wird. Ein Denkmal soll ja erinnern und dass auch die Vergangenheit auch in die Gegenwart holen. Dass das nicht möglich ist, verstehe ich absolut nicht. Und es muss in der Tat irgendwo das Geheimnis an merkwürdigen Widerständen liegen oder an Gremien, die nicht wirklich geleitet geführt werden, die falsch zusammengesetzt sind und an Stimmungen, die von außen irgendwie beeinflusst werden. Und was ich gehört habe, was ich verstanden habe, ist, dass es genug Beteiligung gab. Also Beteiligung war jetzt wirklich genug und jetzt müssen Entscheidungen, denke ich, gefällt werden und das müssen, die Aufgabe muss entschieden angepackt werden. Aber Sie haben ja gesagt, ich bin Spiegeljournalist und habe mich viele Jahre auch mit Enthüllungen beschäftigt. Ich habe jetzt gehört. Oh, Sie haben eine Enthüllung mit. Naja, eine kleine. Also ich habe mich auch geärgert und gestern hat zum Beispiel, gab es eine Information für das Gremium, was also nun da arbeitet in der Stadt. Und es ist wirklich unfassbar. Das Gremium hat die nächste Sitzung einberufen. Und jetzt raten Sie mal zu wann. Zum 1. Februar 2021. Das ist das Tempo, mit dem hier in dieser Stadt an diesem Denkmal gearbeitet wird. Und was steht auf der Tagesordnung? Die Aktualisierung des Gremiums aufgrund von Vorruhestand und Ähnlichem. Also das ist das Gremium, das über dieses Denkmal entscheidet. Das geht doch nicht. Dann holen wir wieder Frau Oltmann ins Gespräch. Also die Stiftung Friedliche Revolution hatte den Auftrag. Jetzt müssen Sie mir schon mal helfen. Ist der Auftrag beendet? Läuft er noch? Einen weiteren Beteiligungsprozess zu starten. Auf der Website der Stadt Leipzig steht, ich muss Sie enttäuschen, zentraler Punkt soll künftig eine breite und umfassende Bürgerbeteiligung sein, nicht jetzt sofort Entscheidungen treffen. Nur so können übergestaltete Verfahren für eine angemessene Würdigung der Friedlichen Revolution im öffentlichen Raum entschieden werden, sagt der Oberbürgermeister. Die Atempause tut gut. Sie haben dann, Frau Oltmanns, eine Website ins Leben gerufen. Sie haben eine Umfrage gestartet und in der Umfrage sahen knapp 80 Prozent der Leipziger und 70 Prozent der Bürger bundesweit, dass es dieses Denkmal geben soll. Was ist denn nach der Umfrage passiert in den letzten zwei Jahren? Also erstmal möchte ich dem Peter Wensierski widersprechen. Man ist sich nicht einig, dass Beteiligung genug war, sondern damals war sie sehr gut. Dazwischen liegt eine ganze Menge. Da liegt nämlich ein Beschluss des Stadtrates, das Verfahren zum Denkmal erstmal ruhen zu lassen. Und es gibt 2017 im Oktober einen neuen Beschluss, es wieder aufzunehmen, also wieder einen neuen Start zu wagen. Und man hat uns als Stiftung Friedliche Revolution damals gefragt. Wir waren noch ein Newcomer in dieser, in der Szene der Erinnerungskultur, sage ich mal so. Und wir haben vor allen Dingen als Spektrum unserer Arbeit vor allen Dingen die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Wir waren also ein gefragter Partner und haben uns sehr gut überlegt, ob wir dieses heiße Thema, mit dem man eigentlich nur schlechte Karten haben kann, nochmal anpacken, aber aus dem Willen heraus den Denkmalsprozess als einen großen Prozess von allen, von vielen Beteiligten aufzubauen. Eine Konzeption zu entwickeln, die vor allen Dingen das Leipziger Denkmal nicht als ein Leipziger Denkmal sieht, sondern ein bundesweites, nationales Denkmal in Leipzig. Und das ist ein Ansatz, der ist meiner Ansicht nach von den Leipzigerinnen und Leipziger bisher nicht so verstanden worden. Sie haben immer, oder man sagte immer, das Leipziger Denkmal. Und dann hat man es hier in Leipzig als Bürgerinnen und Bürger so verstanden, das ist jetzt unser Ding. Aber dass es ein Auftrag ist, an Leipzig hier einen Ort zu schaffen, an dem ein Denkmal steht für den ostdeutschen Prozess, für die Region, für die friedliche Revolution in der ganzen Breite und hinein in dieses ganze bundesweite Verständnis von der friedlichen Revolution und der Zeitgeschichte. Das, finde ich, ist ein Ansatz, den wollen wir in unserem Beteiligungsprozess vor allen Dingen vermitteln und deshalb auch nicht nur so regional und klein denken. Also vom lokalen eigentlich zum Anspruch, ein Nationaldenkmal zu schaffen. Herr Mausbach, überrascht Sie das dann, dass so ein Prozess ins Stocken kommt oder nicht so einwandfrei schnell zu verwirklichen geht? Ja, man hat sicherlich eine umfangreiche Bürgerbeteiligung gemacht. Aber aus einer Bürgerbeteiligung allein entsteht kein Denkmal, sondern da bedarf es eines politischen Willens des Bürgermeisters und aller und des Parlaments der Stadt. Die sind dafür berufen, gewählt und die müssen das Ding vorantreiben. Und die müssen den Bürgern dann etwas zur Diskussion geben, dass sie auch Futter für eine Diskussion haben, aber nicht sozusagen, nun diskutiert mal, mal schauen, was ihr wollt und dann machen wir das, was ihr wollt. Das, so geht so etwas nicht. Das funktioniert. Also das wissen Sie, Frau Dubrau, Sie sind Kommunalpolitikerin und Baumensch gewesen, wie ich auch in Bielefeld mal, nur um das zu erzählen. Die schwierigste Aufgabe als Baudendenz in Bielefeld war, dem Mittelpunkt der Stadt auch ein Zeichen zu setzen. Und dass zwei Wettbewerbe scheiterten und dann bin ich am Ende, habe ich mir einen Bildhauer genommen, habe mit dem zusammen einen Entwurf gemacht, bin von Fraktion zu Fraktion und am Ende steht da jetzt eine riesige, große, künstlerisch gestaltete Uhr, an der sich alle Verliebten dort immer verabreden. Man muss es einfach am Ende sozusagen in die Hand nehmen, so eine Sache. Und das fehlt Ihnen. Ich habe den Eindruck in Leipzig, es wird diskutiert und diskutiert in immer neuen Runden. Das ist das eine. Und der Hintergrund, den habe ich in meinem Beitrag versucht zu erklären, das erlebe ich in Berlin mit dem Freiheits- und Einheitsten, ich denke mal, seit Jahren in diese Diskussion ständig versuche, das zu verhindern. Die erste, wir hatten damals, da habe ich dann als Präsident der Bundesbaubehörde selbst den Wettbewerb vorbereitet für die Idee, die ich selber mit in die Welt gesetzt hatte. Und wir waren dann, wollten es auch ganz demokratisch machen. Und da haben wir gesagt, wir machen einen weltweit offenen Wettbewerb. Und es kamen dann ein paar hundert Entwürfe. Ja, darunter waren dann große Bananen. Von Leuten, die meinten, die Revolution diente nur dazu, damit es endlich Bananen gibt. Dann gab es einen großen Einkaufswagen. Und es gab die Verrückten, aber es gab auch eine Reihe interessanter Entwürfe. Aber das Gremium, das da saß aus Politikern und Kulturleuten, man merkte einfach Denkmal. Das war einfach ein Widerstand generell. Ich sehe hier gerade schon ein Zucken von allen. Das hat sich in Denkmälern auch identifiziert und darstellt. Okay. Ich sehe hier ein Zucken bei allen. Gehen wir vielleicht die Linie mal lang. Frau Dupau, wollen Sie auf die Vorlage von Herrn Mausbach reagieren und Frau Oldmanns? Vielleicht. Ich glaube, es ist was anderes, ob man einen Flughafen, ganz egal, ob der nun in Leipzig, wo es schnell ging oder der in Berlin, wo es lange dauert, gebaut wird und einem Denkmal. Ich denke mal, der Prozess ist tatsächlich so ein Denkmal, was ja deutschlandweit wirken soll, in dem Topf ist, wo er richtig ist, ist länger. Dann gucken wir mal. Das Völkerschlagsdenkmal hat 100 Jahre gedauert. Das jüdische Denkmal, Sie haben es angesprochen, hat 60 Jahre gedauert. Und vielleicht ist die Zeit auch noch nicht ganz reif. Es gibt einen Beschluss des Stadtrates. Der ist nun mal der Souverän. Und da heißt es in Punkt 5, die Stadt Leipzig hält an dem Ziel, langfristig ein Zeichen für die deutschlandweite und internationale Bedeutung der friedlichen Revolution in Leipzig in den öffentlichen Raum zu setzen bei. Also es soll eins werden, aber es wird noch einen Diskussionsprozess geben. Und für mich ist es nicht so schlimm, dass es einen Wettbewerb gegeben hat, der am Ende nicht zu dem Ergebnis geführt hat, was sich viele gewünscht haben. Ich finde den ersten Entwurf sehr gut. Er ist intellektuell sicher das Beste, was dabei rausgekommen ist. Wenn man heutzutage unter Klimagesichtspunkten das ansieht, ist es vielleicht schwierig, eine riesige Fläche von mehreren Hektar zu 100 Prozent zu versiegeln, muss man vielleicht noch mal gucken, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Aber ein zweiter Anlauf, glaube ich, schadet nicht. Und den muss man dann aber konsequenter machen als den ersten und aus den Fehlern des ersten Verfahrens lernen und am Ende tatsächlich zu einer Entscheidung in der Politik kommen und bei dieser dann auch bleiben und diese durchsetzen. Frau Altmanns. Für uns war der Auftrag des Stadtrates auch entscheidend. Da steckt für uns auch der Wille der Stadt dahinter. Die Wege oder die Arbeit, die geleistet wurde, auch von der Stiftung Friedliche Revolution in dem Prozess, die ist natürlich auch nicht immer sichtbar. Und da geht es zum Beispiel auch darum, die finanzielle Ausstattung zu retten. Ja, wir haben jetzt die Situation, dass 2018 das Geld, was eigentlich für das Leipziger Denkmal im Bundeshaushalt verankert war und immer mitgenommen wurde, auf einmal nicht mehr da ist. Ja, also es wurde dem Berliner Denkmal zugute kommen gelassen, weil Leipzig sich lange nicht gezuckt hatte. Ja, das kann man nachvollziehen. Aber wir stehen jetzt halt an dem Punkt, dass wir uns auch darum bemühen müssen, dass wir die Politikerinnen und Politiker wieder gewinnen müssen für die Idee des Leipziger Denkmals. Ich glaube, es gibt da viel Wohlwollen und es muss ein ganz entschiedenes Wort der Stadtverwaltung kommen nach Berlin, was dokumentiert, wir wollen und wir haben begonnen und wir arbeiten eine ganze Weile schon und wir wollen das auch zu einem Ziel führen. Ich bin ganz bei Ihnen, Frau Dubrau, dass dieser Prozess der Entwicklung, dass der ein ganz kostbarer und wichtiger ist und dass man sich dafür Zeit nehmen muss. Noch mal eine Nachfrage, jetzt haben wir das Corona-Jahr. In diesem Jahr ist sowieso wenig passiert und Bürgerbeteiligung, außer Bürgerbeteiligung online, wäre gar nicht möglich. Wir haben es ja im Februar genannt, Februar 2021. Wie gestaltet sich denn überhaupt vom Zeitplan her der weitere Prozess? Also dieses Jahr kann man wahrscheinlich als verlorenes Jahr abschreiben, aber wann soll das denn dann weitergehen? Ist das so ein ewiges Projekt oder gibt es da jetzt einen Zeitplan für die nächsten zwei, drei Jahre und dann kommt irgendwann mal eine Entscheidung? Also wir haben ja im März 2020 das Konzept der Prozessentwicklung vorgelegt im Kulturamt, im Kulturdezernat und beim OBM und das ist angenommen worden als Konzept. Das heißt, das muss jetzt auch noch vom Stadtrat bestätigt werden. Das sind alles ganz ordentliche Verfahren und ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder die Rückversicherung unseres höchsten Stadtgremiums versichern, damit wir auch wirklich Stück für Stück, Meilenstein für Meilenstein diesen Weg gehen können. Wir haben ein Konzept entworfen, wo es erst mal um die Inhalte gehen soll, dann um den Standort und dann um den Wettbewerb. Ist, glaube ich, eine ganz logische Reihenfolge, ist aber so konzipiert, dass wir nicht auf den Anfangspunkt wieder zurückfallen. Also wir wollen diese Teilabschnitte auch so gründlich und abschließend behandeln, dass wir auch immer ein Ergebnis haben, auf das man wieder zurückfinden kann. Das ist so das Grundkonzept unseres Verfahrensvorschlages. Wir haben selber eine Zeitschiene bis 2022 gelegt. Also Ende 2022 soll dieser Beteiligungs- und Entwicklungsprozess möglicherweise abgeschlossen werden und ab 23 dann ein Verfahren und ein Umsetzungsverfahren beginnen. Das ist unser Vorschlag. Das muss auch noch von den Gremien diskutiert, auch von dem Begleitgremium, was ja nur einen beratenden Status hat, muss ich noch mal sagen, auch mit diskutiert werden und verarbeitet werden und dann werden wir sehen, wie der Stadtrat entscheidet. Sie schütteln den Kopf. Naja, es ist schwer nachzuvollziehen. Ich kann nicht verstehen, wie die Geschäftsstelle der Leitung Freiheits- und Einheitsdenkmal Leipzig im September den nächsten Termin festsetzt für den 1. Februar 2021, Corona hin oder her. Also ein Gremium kann da durchaus schneller arbeiten. Das kann mir keiner wirklich weismachen, dass das nicht schneller geht. Und die Planung da 2021, 2022, 2023, 2024, der kann ich auch nicht so recht vertrauen. Also es wurden ja auch 60 Jahre und 100 Jahre schon ins Spiel gebracht. Ja, ich finde, dass es ist doch gar nicht so schwer. Also es wirkt ja so ein bisschen so, als ob hier, weiß ich nicht was, ein Jahrtausend-Denkmal geschaffen werden sollte, dass in der ganzen Bundesrepublik von jedem die Zustimmung hat und von jedem durchdiskutiert worden ist. Das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst sein, muss ich wirklich mal sagen. Es ist diese Stadt, die hier ganz wesentlich am 9. Oktober 89, dadurch, dass 100.000 Leute auf die Straße gegangen sind, dadurch, dass viele junge Leute, Initiativen und Gruppen vorher schon dafür etwas getan haben, dass diese Leute auf die Straße gehen, von der Nikolaikirche weg in die Stadt, in den Ring. Das ist doch eine Aufgabe, die man bewältigen kann. Mir geht es schon seit Langem so, dass ich dieses Denkmal in Leipzig vermisse. Wenn die Touristen hier hinkommen, wenn die Besucher hier hinkommen, wo ist der Ort? Ich weiß, es gibt die runde Ecke und vielleicht auch noch das eine oder andere, aber es ist nirgendwo richtig der Ort im Stadtzentrum sichtbar, der sozusagen, wie in Berlin das Brandenburger Tor oder wie vielleicht in Zukunft das Denkmal am Schloss begreifbar macht oder wie vor allen Dingen das Holocaust-Denkmal. Ich habe da ja direkt gearbeitet und gesehen, wie da die Schulklassen hinkommen, wie das funktioniert. Ein funktionierendes Denkmal, das wirklich wahnsinnig viel zur politischen Bildung auch beiträgt oder beitragen kann. Und da kann man doch nicht hinnehmen, dass das hier so lange fehlt in Leipzig, weil mir persönlich geht es schon lange so, dass ich denke, wir haben genug Gedenkorte, wo der Repression in der DDR gedacht wird. Also wir haben in Berlin Hohenschönhausen, das Stasi-Untersuchungsgefängnis, wir haben Bautzen, wir haben viele Orte, wo man sehen kann, wie brutal dieser SED-Staat gewesen ist. Der Bundespräsident Steinmeier hat vor einem halben Jahr den Satz gesagt, wo aber ist der Ort, wo Widerstand und Opposition gezeigt wird? Und Leipzig hätte diese Chance, das zu zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den jungen Leuten zeigen, dass es Widerstand und Opposition gibt und dass es heißt, sich zu engagieren, heißt nicht, dass man in der Zelle von Hohenschönhausen unten im Dunkeln verschwindet, sondern dass man was positiv erreichen kann. Leipzig hat eine Geschichte hingelegt, 1989, auf die die Bürger stolz sein können, dieser Stadt, dieses Landes der DDR ehemals. Und da kann man doch nicht hinnehmen, dass das da so ewig dauert, dass man einen Ort schafft und ich denke, der Ort sollte auch nicht so sein, noch ein Satz, dass er irgendeine künstlerische Spielfläche riesig groß hat, sondern es kommt schon auch auf die Inhalte an und darüber müssen auch nochmal reden. Also ich glaube, dass es das Denkmal geben muss, das ist ja Konsens. Die Frage ist, wie, wann und mit welchen Rahmenbedingungen. Also ich gebe mal, alle sind gerade angeschaut, das finde ich gut. Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, wir haben die zwei Mikros. Wir sind ja jetzt in fast intimer Runde, also schalten Sie sich bitte gerne auch mit Ihren Fragen ein, Frau Dubrau, Herr Mausbach, Frau Oltmanns. Aber das ist genau das Thema, wie, wann und wo. Und wie ist im ersten Wettbewerb nicht befriedigend als Ergebnis rausgekommen. Und wenn es ein nicht befriedigendes Ergebnis hat, muss man auch den Mut haben zu sagen, Schluss, wir beenden das jetzt und wir beginnen das Verfahren neu. Es gibt jetzt in Leipzig ein zweites Verfahren, was eine andere Grundlage hat, aber im Artikelkirchhof soll das Forum für verantwortliche Bürgerrechte entstehen. Und natürlich ist in dieser Diskussion, die jetzt stattfindet, die Relevanz dieser beiden Denkmale, dieser beiden Orte sicher auch wichtig und zu diskutieren. Und nochmal, das Holocaust-Denkmal ist auch nicht von heute auf morgen gebaut worden. Und ich würde gerne die Eile rausnehmen, sondern es muss dort ein qualitätvolles Denkmal, wo tatsächlich die Leute auch hinter stehen, gebaut werden. Und da sind Jahre, die jetzt sicher nochmal drei, vier Jahre dauern, kein Thema. Okay. Also heute hat für mich, ist mir heute noch mal richtig deutlich geworden in dieser Veranstaltung, die war sehr gut. Der Herr Dreyer, heute mal Professor Dreyer, hat nochmal ganz einfach plakativ mit den Bildern die deutsche Demokratie, Einheits- und Freiheitsgeschichte in Deutschland gezeigt. Ich glaube, die kennt kaum jemand in Deutschland wirklich. Die ist nicht im allgemeinen wirklichen Bewusstsein. Und dass diese 1989, 9. Oktober in Leipzig ein Höhepunkt und sozusagen ein Schlusspunkt fast in dieser immer wieder gescheiterten Entwicklung ist. Das ist doch ein unglaublich tolles Ergebnis. Und das Zweite ist, dass diese Demokratiegeschichte nicht wirklich im Mittelpunkt der Feiern steht, wurde heute auch deutlich. Es wird immer die Einheit gefeiert. Es wird der 3. Oktober gefeiert. Und ich erinnere mich, das war typisch. Der Neumann, Staatssekretär, hat sich sehr eingesetzt für das Berliner Freiheitsdenkmal, hat auch den zweiten Wettbewerb auch dann zum Erfolg gebracht, mit einem persönlichen Einsatz. Dann kam Frau Grütters, die war eine Gegnerin des Denkmals und hat versucht, es zu hintertreiben. Sie hat immer gesagt, wir brauchen kein Einheitsdenkmal. Wir haben eins, das ist das Brandenburger Tor. Das heißt aber, sie hat von vornherein nicht verstanden, dass das Freiheits- und Einheitsdenkmal ein Revolutionsdenkmal ist. Das Brandenburger Tor ist ein nationales Einheitssymbol. Aber das Freiheits- und Einheitsdenkmal mit der Losung, wir sind das Volk, wir sind ein Volk, ist eine Würdigung der Helden der Revolution, der Demokratie. Das wird immer wieder gesagt. Es wird immer von Einheit gesprochen, von Einheitsdenkmal. Und es ist wichtig, dass wir jetzt mal die Würdigen, die den Mut hatten, zu kämpfen. Und das ist umso wichtiger, als unsere Demokratie von den Rändern her heute gefährdet ist. Aber ich glaube, da ist die Diskussion in Leipzig und in Berlin durchaus ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir den 9. Oktober, dann wir nächste Woche. Aber gerade Leipzig ist ja noch wichtiger. Berlin ist auch natürlich am Ende der Ort der Einheit. Aber es begann, der Durchbruch war in Leipzig. Und deswegen ist dies fast noch wichtiger, in Leipzig das Denkmal. Frau Altmanns. Also ich sehe das auch als eine große Chance, nämlich genau die Bedeutung von Leipzig nochmal durch diesen Denkmalsprozess darzustellen. Und nochmal auch diese neue gesamtdeutsche Geschichtsschreibung davon zu prägen. Wir dürfen das Thema jetzt nochmal ganz groß machen. Wir dürfen es auch nochmal bundesweit transportieren. Und das ist eine Chance für diesen Prozess, die ich ganz für Leipzig und für uns hier und mit unserer Zeitgeschichte nutzen möchte. Das ist so ein ganz persönliches Bedürfnis auch. Ich glaube nicht, dass man mir unterstellen kann, dass ich zu wenig aktionistisch bin, lieber Peter Wenzierski. Ich glaube, dass wir wirklich intensiv das vorantreiben werden als Stiftung Friedliche Revolution. Und das ist aber, dass man trotzdem klug und besonnen auch mit dem umgehen muss, was da ist, was gedacht wird und wie sich was entwickelt hat. Zum Beispiel auch ein Beteiligungsprozess von vor fünf Jahren, der sieht heute ganz anders aus. Wir haben andere Medien, wir haben andere Formate, wir haben andere Bedürfnisse und andere Geschichten, die inzwischen erzählt worden sind. Alles daraus können wir auch wirklich jetzt unseren Prozess schmieden. Also den Vorwurf habe ich ja gar nicht persönlich gemacht, sondern ich sehe da Gremien, die sich gegenseitig irgendwie was zuschieben oder nicht zuschieben, die aufeinander ständig warten und nichts geschieht. Und wenn Frau Dubraul gerade gesagt hat, wir verfallen jetzt nicht in Eile, also da muss ich schon innerlich auch äußerlich grinsen. Bei 30 Jahren Verspätung oder vielen Jahren Verspätung kann man nun wirklich nicht davon versprechen, dass hier die Gefahr droht, dass irgendwer in Leipzig in Eile nun verfällt. Es ist einfach so, Herr Mausbach hat mir gerade wirklich aus dem Herzen gesprochen, es geht um mehr. Diese Revolution, die hier 1989 stattgefunden hat, die hat Freiheit begründet. Und das ist das Besondere an dem. Und Sie haben ja vorhin zitiert, ein Zeitungsartikel, in dem über mein Buch stand, das Buch sei ein Denkmal für das, was in Leipzig 1989 passiert ist. Ja, ich muss mal hier gestehen, ich habe es auch unter anderem deshalb geschrieben, weil es kein Denkmal gab, weder publizistisch noch in der Stadt. Ich wollte den Revolutionären von 1989 damit auch ein Denkmal setzen. Und das Buch wird ja jetzt verfilmt und ich stand neulich auf dem Marktplatz von Leipzig und da wurde eine Szene gemacht, wie eine Gruppe von Leuten sich am Marktplatz am 15. Januar 1989 schon, also ein Dreivierteljahr vor den großen Oktoberdemonstrationen, versammelt hatten. Und dazu hatte Gesine Oltmann und ihre Freunde aufgerufen mit 10.000 Flugblättern, die sie gedruckt hatten, heimlich und illegal. Und tatsächlich sprang, und das wurde in dieser Filmszene nachgestellt, ein junger Mann aus dem Umfeld dieser Gruppe auf die Mauer, diese Sandsteinmauer, die da runter geht zur Tram heute, und hielt eine Rede für Versammlungsfreiheit, für Pressefreiheit und Vereinigungsfreiheit am 15. Januar 1989 und forderte die Leute auf, sich jetzt einer Demonstration anzuschließen und die kam auch zustande und sie gingen durch die Peterstraße und ich habe diese Szene beobachtet und drehte mich um und sah am Rathaus, ich stand in der Mitte da unter den Arkaden oder vor den Arkaden, da ist eine Tafel im Rathaus hier in Leipzig und da steht auf der Tafel, dass Robert Blum von diesem Balkon über mir, ich habe hochgeguckt, eine Rede gehalten hat für Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und demokratische Freiheiten. 50 Meter von der Stelle entfernt, wo am 15. Januar 1989 auch ein junger Mann das gemacht hat, einer von den vielen, die es in Leipzig jungen Männern und Frauen, die es hier gab und genau das, da gibt es auch eine Verbindung zu und deshalb geht es auch um diese Sache. Ich habe damals, und wenn ich die Minute noch kriege von Ihnen, ich habe damals geschrieben, es ging um demokratische Rechte und Freiheiten, verblüffend ähnlich wie vor 140 Jahren in der Revolution 1848. Auch damals hatten die Leipziger Pressefreiheit und demokratische Freiheiten verlangt. Und das waren junge Leute, das waren junge Leute genauso 1989 und diese Freiheiten hatten weder ihre Eltern noch die Großeltern in der Nazizeit erlebt und man könnte ohne zu übertreiben sagen, sie vollendeten letzten Endes 1989 den langen Kampf für Freiheit und Demokratie in Deutschland. Denn der Robert Blum konnte das nicht mehr vollenden, weil er am 9. November ausgerechnet, am 9. November hingerichtet wurde für sein Engagement. Der war genauso alt wie ihr damals. Okay, vielen Dank. Eine Frage bitte. Ja, ich würde gerne als Leipziger, der in der Vorgeschichte, während der Demonstrationen, in der Nachgeschichte aktiv dabei war. In der Vorgeschichte, auch leidend, das alles mitgemacht hat. Ich möchte erstens sagen, ein Denkmal, was wirklich gedenken soll, kann man nicht konstruieren, das muss geboren werden. Ähnlich wie das die Stolpersteine auf den Straßen sind. Da sieht man, dass das nicht konstruiert ist, aber man stolpert drüber, so unscheinbar sie auch sein mögen. Mein zweiter Gedanke, wir haben ein Denkmal. Wer sich versammeln will, wie sie sich damals versammelt haben, darüber nachdenken oder diskutieren will, was draus geworden ist, was wir gemacht haben, der geht jetzt in die Nikolaikirche. Dort sind laufend ähnliche Versammlungen. Und wer wissen will, wie es weitergegangen ist, dass plötzlich die Bewegung aus der Kirche auf die Straße kam, der schaut sich die Säule an, die aus der Kirche rausgenommen wurde und auf die Straße gestellt wurde und jetzt in der Öffentlichkeit war und plötzlich wirkte. Ein zentralerer Ort für ein solches Denkmal gibt es in Leipzig nicht. Diese Säule und der Platz ist der Anfang aller Demonstrationen und Bewegungen. Der Leuschnerplatz ist allenfalls das Ende der Demonstration, wo sie sich aufgelöst hat. Der spielte damals keine Rolle, jedenfalls für mich nicht. Ich denke, die Säule genügt. Also ein Votum gegen ein neues Denkmal. Es gibt noch eine weitere Idee, die in den letzten Jahren diskutiert wurde. Sie haben es gerade schon angesprochen. Das Thema Matthäe Kirchhoff, Campus der Demokratie, heißt es manchmal Forum für Freiheit und Bürgerrechte, wo dann die Runde Ecke, das Archiv der Bürgerbewegung, die Stiftung Friedliche Revolution, das Schulmuseum, Gedenkstätten einen Ort haben können, vielleicht sogar einen BSTU-Hauptstandort. Da gibt es die Meinung, man sollte das zusammennehmen. Es gibt die Meinung, hier in der Stadt, man sollte es gerade trennen, weil das dann wieder eine Überlastung eines bestimmten Stadtentwicklungsprojektes ist. Wie sind denn da Ihre Meinungen hier auf dem Podium, Frau Dubrau? Also es gibt natürlich die Diskussion, sollte man es zusammennehmen oder sollte man es trennen? Was es auf jeden Fall als Diskussion gibt, wenn dieser Punkt entsteht und das ist im Bund beschlossen, die ersten zweieinhalb Millionen dafür sind auch da, dass das Archiv untergebracht werden soll, dann darf nicht nur Stasi und auch Gedanken und die Akten dort gelagert werden und der Öffentlichkeit dargestellt werden oder denjenigen, die daran Interesse haben, sondern es muss auch für die Jugend die Information geben, was tatsächlich passiert ist und wie dieses Thema 89 in die Zukunft getragen wird. Ich denke, das wird dort auf jeden Fall entstehen, aber sicher eher, ich sage jetzt museal oder in entsprechenden Dokumentationen. Ob das zu verbinden ist mit dem Denkmal, ich glaube, dass da die Diskussionen noch nicht am Ende sind und dass die einfach wirklich eine Zeit brauchen. Da ist der Prozess echt erst am Anfang. Okay, Frau Altmanns, verbinden, trennen. Ich habe ein großes Problem damit, die Themen zu verbinden, weil sie halt, wie der Leuschnerplatz gezeigt hat, doch die Interessen der Stadtentwicklung oftmals solchen anderen Entwicklungsprozessen extrem entgegenstehen oder sie überlagern oder sie vereinnahmen und die Gefahr, also die ist riesig, wenn wir jetzt sagen, Matthiel Kirchhof soll der neue Standort werden. Er ist auch umstritten in seiner Geschichte, ob das wirklich der Ort ist, der sowas leisten kann. Ich finde, wir sollten das Denkmal für sich entwickeln mit seiner Vision, mit seinen Inhalten und mit seinen Möglichkeiten, heute auch in die Zukunft zu strahlen und wir sollten dann überlegen, ob er in Verbindung treten kann mit dem Matthiel Kirchhof, der sich ja auch über viele Jahre, man sagt zehn Jahre Entwicklungszeit, entwickeln soll. Herr Mausbach. Ich hielt gerade durch den Kopf, was die Polen gemacht haben, die mit der Solidarność sozusagen Vorbereiter waren. Die haben in Danzig ein Denkmal errichtet und sie haben ein Museum errichtet. Und als ich heute Morgen zu dem Wilhelm-Leuschner-Platz ging, diesen unwirtlichen Ort, der auf den manchen Seiten mit schönen, guten Gebäuden besetzt ist und auf der anderen Seite eine wilde Fläche verunkrautet darstellt, habe ich gesagt, das ist ein toller Platz, direkt vor dem Rathaus mit Beziehung zu dem Ring, um den die Montagsdemonstrationen gehen. Eigentlich müsste man größer denken. Vielleicht ist das Denkmal auch deswegen gescheitert. Erstens, weil der Platz nicht einladend war, so in der Form, wie er da ist und sich keiner so recht vorstellen konnte, was man damit machen kann. Es bedarf einer städtebaulichen Gestaltung mit Gebäuden dieses Platzes, damit es einen Raum gibt für ein Denkmal. Aber dann kam mir der Gedanke, eigentlich, was die Bedeutung dieses 9. Oktober betrifft, gehört dahin ein Museum der deutschen Freiheits- und Einheitsgeschichte mit dem Höhepunkt des 9. Oktober. Da gehört die ganze deutsche Freiheits- und Einheitsgeschichte hin mit den Nachbarländern, mit der Solidarność, mit Ungarn, mit all den Bewegungen, die eigentlich mit dazugehörten. Es war eine europäische Bewegung und nicht nur eine Leipziger. Die Säule mag den Leipzigern genügen und denen, die damals teilgenommen haben, werden sich erinnern an die Nikolaikirche. Aber Deutschland, sage ich jetzt auch mal, als Demokratie, als Nation, muss sich neu erfinden auch und seine eigene Demokratiegeschichte endlich schätzen lernen. Und da wäre an diesem Standort das Richtige ein Museum der deutschen Geschichte der Demokratie und Freiheit mit der ganzen deutschen Demokratiegeschichte, mit dem Höhepunkt Leipzig und Berlin natürlich auch und die anderen Städte der Friedlichen Revolution und natürlich auch die Nachbarländer. Wir sollten Polen nicht vergessen, es waren die Polen, die früh, als wir noch nicht im Westen überhaupt noch an Wiedervereinigungen dachten. Sie haben vorgedacht, haben gesagt, Europa wird erst frei vom Kommunismus, wenn Deutschland wiedervereinigt wird. Die waren weiter als wir, die müssten mitgewürdigt werden in einem solchen. Dann wäre dieser Platz für ganz Deutschland wichtiger als das Völkerschlachtdenkmal. Dann hätten Sie einen ganz tollen Standort, Museum und Denkmal. und es wäre für die Deutschen, die wirklich von den Rändern her wieder bedrängt werden von Rechten und Linksradikalen, von einem unanständigen Rechtsradikalismus. Das ist so peinlich mittlerweile, dass man sich schämen muss. Deswegen muss man dagegenhalten. Man darf nicht der AfD und all diesen Leuten die schwarz-rot-goldene Flagge überlassen. Das ist doch schrecklich. Die gehört der Demokratie und dafür muss man kämpfen und dafür muss man Zeichen setzen. Und davon erwarte ich, dass ein Bürgermeister von Leipzig das erkennt als der seine Stadt, die Bedeutung seiner Stadt kennt und handelt und es nicht irgendwelchen Initiativen überlässt und die diskutieren lässt und verschieben lässt und verschieben lässt. Da wird nichts mehr rauskommen, so gut Sie es meinen. Das weiß ich, dass Sie es gut meinen, aber das ist nicht Ihre Sache. Es ist Sache der Politik zu handeln. Genau. Also vielleicht nochmal über dieses Thema wird ja diskutiert, allerdings nicht am Leuschnerplatz. Am Leuschnerplatz, die Situation ist eigentlich gegessen. Da kommen Institute hin, da kommt ein Naturkundemuseum hin, da kommt das Forum Recht hin, was ja auch eine museale Nutzung ist und eine Markthalle, die ist entsprechend festgeschrieben im Bebauungsplan. Also insofern sollte man jetzt nicht über eine Sache, die sich jetzt 20, 25 Jahre Entwicklung sagen, nee, da können da ganz was anderes machen. Die Grundstücke sind entsprechend weg, die Baugenehmigungen sind zum Teil in Arbeit. Wenn man dieses Thema Museum, und das sagte ich ja auch erst machen will, dann muss man tatsächlich gucken, ob dieses Grundstück, Mathek Hirschhof, das ist ja relativ groß und das gehört zu großen Teilen auch der Stadt, ob da nicht im Zusammenhang mit dem Forum Freiheit und Bürgerrechte oder Demokratie, wird es teilweise genannt, der offizielle Name ist ein anderer, solch eine Entwicklung, die auch dieses Museale mit hat und den Blick in die Zukunft bringt, eines der Ergebnisse sein wird. Frau Altmanns. Ich möchte da noch kurz ergänzen, wir sind hier im zeitgeschichtlichen Forum und das ist eigentlich das Museum, was nur eine andere Präsenz hier haben muss. Das muss zum Museum der Opposition, des Widerstandes werden, das muss ein ganz wichtiger historischer Raum werden hier. Ich finde, wir haben das eigentlich vor Ort und wir müssen auch die Sachen entwickeln, die wir schon haben. Also wir müssen nicht alles neu erfinden, sage ich jetzt mal so als Leipzigerin. Ich finde es sehr schade, dass das ZfL so ein Schattendasein hier hat in Leipzig. Nicht nur Sache der Leipziger, es ist eine nationale Angelegenheit. Deswegen wird der Bund, auch wenn das Geld erstmal wieder ausgegeben hat, der wird das wieder einstellen. Okay, nehmen wir mal den Faktor, also die Sache der Deutschen. Ich meine jetzt Frau Döber, Frau Altmanns, wie wäre das denn, wenn man jetzt Westdeutschland involviert? Leipzig hat Partnerstädte wie Hannover, wie Frankfurt, Frankfurt 1848, Paulskirche. Gibt es denn da überhaupt Überlegungen, dann mal sozusagen Dialogprozesse über die Stadtgrenzen hinaus mit Partnern in anderen Städten zu führen? In Frankfurt hat sich die Paulskirchenerinnerung ja auch über Jahre und Jahrzehnte entwickelt. Das war ja auch nicht sozusagen aus dem Nichts. Gibt es da Ideen, wie man sozusagen auch Westdeutschland in die Debatte mit involvieren kann? Also ich möchte erstmal noch eine zeitgeschichtliche Vermittlung im Bundesgebiet machen. Wir haben als Stiftung Friedliche Revolution den sogenannten Freiraum. Das könnte zum Beispiel ein Projekt sein, was durch Bundesländer wandert. Und erstmal auch diese Leipziger Geschichte, diese Ostgeschichte nochmal in der Vermittlung über mediale Sachen, über Kino, über Filme, über Diskussionsrunden, dass man so in die Breite geht und dadurch auch ein anderes Geschichtsbild vom Osten vermittelt. Haben Sie weitere Fragen zum Campus Demokratie, Forum für Freiheit und Bürgerrechte, zum Denkmal? Wir hatten bisher erst eine Frage. Ich würde mir wünschen, wir hätten noch die ein oder andere mehr. Ich habe keine Frage, aber ich frage mich ganz vieles, warum es eigentlich nicht mehr Transparenz gibt, sodass es alles klar ist, was hier läuft. Ich habe ja jetzt hier auf dem Podium gelernt, das Geld ist offenbar perdu, die 15 Millionen, der Platz ist perdu, weil es sich alles so lange dahin gezogen hat. Es ist eigentlich das Desaster, was Sie am Anfang angefragt haben, ob es das ist. Das ist ja perfekt, ja. Und ich kann nur sagen, aus diesem Desaster muss jetzt also wirklich schleunigst aufgebrochen werden. Es kann doch nicht sein, dass es hier erst zum 40. oder 50. Jahrestag der deutschen Einheit ein Denkmal braucht oder in 60 oder in 100 Jahren. Vielleicht gibt es dann schon längst die nächste Revolution und wir brauchen ein ganz neues Denkmal. Ich weiß es nicht, aber das kann nicht sein. Es muss schon gerade angesichts der politischen Entwicklung doch ein bisschen beschleunigt werden. Und das ZfL hat seine eigene Rolle und das nimmt ja auch seine Rolle wahr. Das ist nicht das, glaube ich, was Herr Mausbach gerade vorgeschlagen hat. Und ich finde, Leipzig täte es, der Stadt täte es total gut, so einen Ort zu haben. Und vielleicht ist es erst mal egal, ob es auf dem Leuschnerplatz, jetzt geht es ja eh nicht mehr, oder am Matthäer Kirchhof ist oder an einem anderen Platz. Ich denke, das lässt sich bestimmt ergründen, aber es muss etwas mehr sein als irgendeine Skulptur. Also Skulptur ist nicht ausreichend für das, was in Leipzig hier 1989 vor sich gegangen ist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich möchte einen Ort, wo Widerstand und Opposition gewürdigt wird, damit meine ich nicht nur die Leute, die in der ersten Reihe gestanden haben bei den Demonstrationen. Es gibt so viel Widerstand und Opposition, oder es gab so viel Widerstand und Opposition in der DDR von allen möglichen Bürgern auf allen möglichen Ebenen, nicht nur von den sogenannten Oppositionellen. Der ist auch überhaupt noch gar nicht richtig gewürdigt worden und müsste in so einem Museum oder einem Gedenkort auch mal dargestellt werden. Der kleine Widerstand, ja. All diese Dinge, die sind noch nie dargestellt worden, sind aber meines Erachtens nach auch total wichtig für das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein von ehemaligen DDR-Bürgern und ihrer Geschichte. Also ich glaube, dass sie nie dargestellt wurden, das können wir jetzt nicht behaupten. Das sind vielleicht nicht in der Größe und der Gewichtigkeit. In der Größe und an einem dauernden Ort, es gab einzelne Ausstellungen. Die Frage von Freiheitsbewegungen, da haben wir ja nun verschiedene Gedächtnisorte, ob das Raststadt ist, ob das in Hamburg ist, ob das hier in der Stiftung mit ihren verschiedenen Häusern ist. Also da wird natürlich die Geschichte, ich weiß noch nicht, Sie beide haben diese faszinierende Idee, die deutsche Freiheits- und Einheitsgeschichte in europäischem Kontext einzubetten, die mir einleuchtet. Aber die Vollendung einer Bewegung, das ist so ein bisschen wie the end of history, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil Geschichte geht ja immer weiter. Also wir wissen ja nicht, Sie haben es jetzt gerade selbst gesagt, wann hört die Geschichte auf? Was haben wir in 20, 30 Jahren? Insofern, mir leuchtet Ihr Beispiel mit der Rede von 89 und 48 ein, aber vollendet sich Geschichte wirklich dann an einem Ort, an einer Demonstration? Wir haben jetzt Frau Kallenbach verscheucht. Nur einen Satz, bevor Sie wieder ans Mikrofon gehen, Frau Kallenbach. Man könnte bei einem solchen Gedenkort in Leipzig, natürlich muss man dann auch europaweit kooperieren, also zum Beispiel mit dem tollen Solidarnosc-Museum in Danzig, in Gdansk. Vielleicht an dieser Stelle am 9. Oktober, also in wenigen Tagen, wird Basil Kersky, der ja nun maßgeblich in Danzig involviert ist, hier die entsprechende Festrede halten. Insofern hat, glaube ich, Leipzig auch das Bewusstsein in europäischen Bezügen zu denken. Frau Kallenbach, bitte. Ja, Herr Mausbach, Sie haben vorhin vehement dafür plädiert, dass der Oberbürgermeister die Politik in dieser Stadt entscheiden soll und auch einigen Beifall dafür bekommen. Was macht die, machen die politischen Gremien? Der Oberbürgermeister, der wieder gewählt werden will, der Stadtrat, der gewählt werden will, die versuchen zumindest zu hören, wie ist denn die Stimmung in der Stadt bezüglich eines Denkmals. Ich gehöre zu denen, die vor, ich würde fast sagen, vor 15 Jahren oder so selbst Podien organisiert hat, weil ich auch wissen wollte, haben wir das Bedürfnis nach einem Denkmal. Wohlwissend und auch stark unterstützend, welcher wichtiger Impuls von Leipzig aus in unser ganzes Land gegangen ist. Die anderen Dinge, natürlich Polen, Tschechien und so weiter, alles mit einbinden. Es hat nie eine Bürgerbefragung gegeben. Dazu gab es zwar mal einen Antrag im Stadtrat, der hat keine Mehrheit gefunden. Die Befragung, die jetzt gemacht wurde, Gesine, es wurde gesagt, 80 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger würden einem Denkmal zustimmen. Wir haben eine einzige große Zeitung in Leipzig. Die Leserbriefe, die dort abgedruckt wurden oder auch geschrieben wurden, die haben eigentlich immer ein anderes Bild dargestellt. Also es heißt schlichtweg, ich weiß es nicht, wie die Mehrheit der Leipzigerinnen darüber denken. Ich persönlich würde sagen, dieser Ansatz, tatsächlich zuerst inhaltlich zu diskutieren und für mich war auch immer wichtig, dass man einen Gedenkort hat, der die Bedeutung der friedlichen Revolution in die Zukunft hinein transportiert. das war für mich das Entscheidende, weil ich mich immer gefragt habe, das Denkmal für den Ersten Weltkrieg, hat es den Zweiten verhindert und so weiter. Also dieses Abstrakte, nur ein materialisiertes Denkmal zu haben, das habe ich noch nie gut gefunden. Deswegen denke ich, so ein Prozess, wie er jetzt angedacht ist, der könnte tatsächlich für unsere gemeinsame Zukunft sehr viel mehr bringen, als ein auf die Schnelle, irgendwo errichtetes Gestein oder was auch immer. Gibt es weitere Fragen? Herr Wieland. Die Denkmäler für den Ersten Weltkrieg waren Heldendenkmäler, die den Zweiten eher befeuert haben. Ich finde, das ist ein schlechtes Beispiel. So was, ja, so was wollen wir doch nicht. Und ein Haupteinwand, als wir gesagt haben, als deutsche Gesellschaft, wir wollen in Berlin, dieses Freiheits- und Einheitsdenkmal kam als erste Einrede immer, warum nach Berlin, Leipzig ist die Heldenstadt. Da hat es passiert, Leipzig, Leipzig, Leipzig. Dann gab es einen Kompromiss, sowohl in Berlin als auch in Leipzig. Nun haben wir in Berlin eure Parolen geklaut. Das wurde ja von Mausbach richtig gesagt. Und jetzt höre ich hier, ich bin ja auch ein drängender alter weißer Mann, der das noch erleben will. Nun höre ich hier über Partizipationsprozesse und dass man erstmal gucken muss, ob die Bevölkerung das will. Wenn wir das bei dem Holocaust-Mahnmal gemacht hätten, dann wäre es nie gebaut worden. Da gab es Flugblätter, kein Judendenkmal im Tiergarten und anderes. Da gab es unglaublichen Gegenwind. Und natürlich die ästhetische Lösung, die dabei rauskommt, gefällt nie allen. Gefällt zum Teil sogar den Initiatoren nicht. Wir hätten nicht Eisenmann gewollt als Bürgerinitiative, die für das Denkmal gewesen ist um Lea Roos rum. Es war der drittplatzierte Eisenmann. Entschieden hat Helmut Kohl, der hatte das Geld und der hat gesagt, das will ich. So, damit haben wir doch im Ergebnis nicht gehadert. Es ist ein bisschen absurd gelaufen, aber uns kam es darauf an, dass dieses Denkmal gebaut wird und dass die Schulklassen anstehen und die jungen Leute und sie tun es jeden Tag, um sich dort zu informieren und die Angst, die hier zum Teil herausklang, es könnte ja zu viele Orte geben, wo man an die friedliche Revolution erinnert wird, die kann ich nicht teilen, die kann ich wirklich nicht teilen, jeder solcher Ort ist ein Ort, wo man Anstoß nehmen sollte, wo man nachdenken sollte, wo man auch informiert werden sollte und das hat nun, wo wir es endlich haben in Berlin, wir hatten 40 Jahre lang gar nichts, zwei Gedenksteine, mehr gab es nicht, wo wir jetzt Wannsevilla haben, wo wir jetzt Topografie des Terrors haben, wo wir die dezentralen Dinge haben, Bücherverbrennung, Koppenplatz, da sagt doch niemand, das ist jetzt zu viel, sondern da ist man dankbar, dass jetzt endlich in angemessener Weise dieser schrecklichen Dinge gedacht wird und abschließend, hier war ja die Grundidee, wir wollen nochmal an was Positives denken, wir wollen nochmal unsere Siege feiern, nicht nur unsere grässlichen Niederlagen, das war doch die Idee und von daher bei aller Sympathie für Demokratie, für Bürgerbeteiligung, gewählte Organe müssen auch den Mut haben, zu sagen, wir sind demokratisch gewählt, wir gehen jetzt mal voran und wir machen einfach, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Gibt es weitere Stellungnahmen, Fragen, Ideen? Am Blick? Ja, bitte, kommen Sie? Wollen erst nochmal sammeln und dann gehen wir in die Schlussrunde? Wir haben noch ein paar Minuten, wenn Sie noch Fragen und Ideen haben, bitte schön. Es wurde gesagt, die Denkmale nach dem Ersten Weltkrieg haben den Zweiten angeheizt. Ich will gerne was zum Völkerschaftdenkmal sagen, also das ist durch eine Bürgerinitiative gestattet worden, Architekt war Vorsitzender des Vereins, der hat zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier den deutschen Kaiser provoziert und immer ihn nicht begrüßt hat. Er hat nur den 60. König begrüßt, der Kaiser ist dann beleidigt abgerauscht, hat dem Clemens Thieme, den kleinsten Orten, bei der Danksagung dann zugeschickt und er hat einen Post postwendet wieder zurückgeschickt. Also das ist ein Denkmal für die Gefallenen und zwar für alle, sonst würde es nicht mehr stehen. Also die Rote Armee hatte schon vorbereitet zur Sprengung und dann hatte man den der Militärbesatzung klargemacht, dass es auch für die russischen Gefallenen steht. Also mit den Denkmalen, das ist ein bisschen komplizierter. Dankeschön. So, wir kommen in die Schlussrunde. Ich bitte Sie alle um eine kurze Antwort, egal wie sehr Sie jetzt drängen oder nicht. Wenn wir uns in fünf Jahren wiedersehen, haben wir in Leipzig ein Denkmal mit folgender Aussage? Frau Dubraub. Also ich bin überzeugt, dass das Denkmal kommt. Für mich ist der Leuchtenplatz auch noch nicht gegessen, weil die Bebauung ist klar, aber der Platz an sich Sie beantworten gerade nicht meine Frage. Ja, ich bin überzeugt, dass es einen geben wird. Und mit welcher Aussage steht das Denkmal da? Mit der Aussage der Ehrung derjenigen, die tatsächlich diesen Prozess begonnen und durchgeführt haben. Dankeschön, Herr Mausbach. Mikro, bitte. Ich würde als Widmung vorschlagen, sagen, wir sind das Volk, keine Gewalt. Das war das Wesentliche damals. Und dazu wollte ich noch sagen, dass der Herr Kowalczuk heute, den ich sonst sehr schätze und alles unterschreibe, was er heute gesagt hat, aber den Punkt friedliche Revolution lehnte er ab. Das halte ich für falsch. Denn dies war auch jetzt, weil die Dame eben von Zukunftsgerichtetheit sprach. Wir sehen gerade in Belarus, dort wird gewaltfrei gekämpft für Freiheit und Demokratie. Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Früher waren auch auf Seiten der Revolutionäre selbstverständlich Gewalt anzuwenden und dass friedlich der Gewalt gegenübergetreten wird, was besonderen Mut verlangt, ist auch ein Teil dieser großartigen Errungenschaft des 9. Oktober, die man mitfeiern sollte und zwar mit der Losung Wir sind das Volk, keine Gewalt. Dankeschön. Frau Oldmanns. Schwierig, als für mich ansteht, je mehr ich mich da hineindenke, immer mehr das Bild von Brücken, also eine Brücke, die das Denkmal symbolisiert, weil wir hier wirklich verbinden müssen, wir müssen verweisen, wir müssen Raum oder Verbindung schaffen zwischen der Gegenwart, der Vergangenheit, der Zukunft. Also für mich ist so das Bild der Brücke mit allem, was es darstellen kann, irgendwie sehr schlüssig geworden für dieses Denkmal. Vielen Dank, Herr Wenserski. Also die Demonstranten von 89 hier in Leipzig, die entwickelten eine unglaubliche Macht, weil sie sich selbst die Gewaltlosigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hatten und das war der Zauber ganz anders als der Staat, der ihnen damals gegenüberstand. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch das Erfolgsrezept und wir sehen es auch in diesen Wochen woanders. Ich würde den Losungen Wir sind das Volk und keine Gewalt allerdings noch die entscheidende Losung aus dem September 89 hinzufügen, die Gesine Oltmanns und Katrin Hattenhauer hochgehalten haben und die ein bis jetzt noch unbekannter Stasi-Mann weggerissen und ich weiß nicht, ob er das transparent noch hat. Es ist verschwunden und kann aber vielleicht wiedergefunden werden und dann vielleicht auch an dem Ort, an dem so ein Denkmal steht, gezeigt werden für ein offenes Land mit freien Menschen. Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank für diese spannende Diskussion. Ich nehme mit, es gibt hier in Leipzig weiter einen hohen Gesprächsbedarf. Ich nehme aber auch mit, dass zumindest nach der Umfrage die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung dieses Denkmal will, dass es aber keine lokale Aufgabe allein ist und durchaus eine mit bundesweiter Ausstrahlung. Das ist noch viele Fachfragen über das Wie und das Wo, das Wann und die Finanzierung geht und dass wir sehr gespannt sein können, was der Prozess der nächsten Jahre erbringen wird und da wünsche ich allen Beteiligten eine glückliche Hand, dass der zweite Anlauf gelingt. Das war es soweit für uns. Ich übergebe jetzt das Wort an Dr. Thomas Töpfer, den Leiter des Schulmuseums und des Sachgebietes Demokratische Bildung der Stadt Leipzig, der sich an die nicht ganz einfache Aufgabe einer Zusammenfassung und eines Schlusswortes dieses Symposions wagt. Herr Töpfer, bitte. Herzlichen Dank Ihnen. Applaus Sie haben ein Buch geschrieben. Ja, meine Damen und Herren, ich will Sie jetzt nicht lange quälen mit meinen Beobachtungen zum heutigen Tag. Es ist trotzdem, glaube ich, eine gute Tradition. Nach so einem intensiven, sehr eindrücklichen Konferenz, sich nochmal vielleicht über ein paar Dinge in Erinnerung zu rufen, die wir vielleicht heute Vormittag auch diskutiert haben. Das fällt schwer nach so einer bewegenden Debatte mit sehr meinungsstarken Positionen und Appellen an das, was jetzt zu tun ist in unserer Stadt. Das sage ich auch als jemand, der in der Leipziger Stadtverwaltung arbeitet und an die die ist ja heute auch vielfach adressiert worden. Ich möchte trotzdem nochmal an den Anfang Sie zurückführen. Wir hatten ja heute einen Überraschungsgast, einen Referenten, mit dem niemand gerechnet hat und das war Theodor Litt persönlich und ich will nicht verschweigen, dass ich das, ich neige wirklich nicht dazu, durchaus bewegend fand, denn ich habe ihn noch nie vorher sprechen hören und da, es war einerseits fremdartig, die Diktion eines Professors der 50er Jahre, eines Mannes des ausgehenden 19. des frühen 20. Jahrhunderts ist nicht gewöhnt, ist man nicht gewöhnt heute und aber auch worüber er sprach, nicht über die Daseinskrise seiner Zeit, über die Sehnsucht, die Notwendigkeit einer beaufsichtigenden Macht, das sind alles auf den ersten Blick merkwürdige Dinge, aber dahinter werden schon auch Fragen deutlich, die uns doch heute auch irgendwie beschäftigen. Wir haben uns dann auf eine Reise gemacht mit vielen spannenden, unerwarteten Stationen vom Marktplatz von Garmisch-Partenkirchen 1959 über die Stationen der Demokratiegeschichte und das ist keine Geschichte, die linear sich so schön erzählen lässt, sondern eine Geschichte mit unglaublich vielen Brüchen und Rückschritten, das ist sicherlich sehr deutlich geworden, in den Herbst 1989. Wir haben auch nach Budapest geblickt. Ich fand diese Außenperspektive, die wir von Frau Boos bekommen haben, ungeheuer wichtig und bedauere, dass wir auch ein bisschen zu wenig vielleicht auch der Außenspiegelung, wie das, was wir hier in Deutschland diskutieren, von außen betrachtet wird, heute mitbekommen haben, mitbekommen konnten bei diesem dichten Programm. Programm, bis in die Welt der Statistiken als der nächsten Reisestation, als es darum ging, wie viele Soziologen und wie viele Fortstandsetagen mit Ostdeutschen gefüllt sind und der letzte, die letzte Station unserer Reise heute, das waren zum Teil sehr konkrete Orte, sei es jetzt die Schlossinsel in Berlin oder sei es das Unkraut auf dem Wilhelm-Leuschner- Platz, was dort sehr eindrücklich sozusagen wuchert. Ich denke, es ist sehr deutlich geworden, in diesem Spannungsverhältnis von Einheit und Freiheit sind Problemfelder deutlich geworden, Themen deutlich geworden, die alles andere als ruhend sind, sondern die hochgradig Meinungsvielfalt, um nicht zu sagen, auch Streit mit sich führen. Das meine ich nicht negativ, sondern ich meine es, dass das auch ernst zu nehmen ist. Wir haben es in Deutschland mit Begriffen zu tun, die sich eben nicht von selbst verstehen. Ich möchte eben nur vier Beispiele nennen. Es ging um den Nationalfeiertag, 3. Oktober. Macht das überhaupt Sinn? Ist der 18. März nicht viel besser? Und man könnte die Debatte jetzt fortsetzen. Es ging um die Frage, wie nennen wir das eigentlich? Ist es eine friedliche Revolution? Ist es eine Freiheitsrevolution? Oder was auch immer? Auch das versteht sich nicht von selbst. Und wie erinnern wir daran? Auch das ist überdeutlich geworden, ist nicht selbstverständlich. Welche Rolle spielt eigentlich, eine Frage, die ich auch persönlich sehr wichtig finde, in unserem Bewusstsein, die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik? Nehmen wir sie nur als eine Geschichte des Scheiterns wahr? Oder nicht auch als eine Zeit, die sehr viel offener und vielfältiger war, als wir sie gemeinhin wahrnehmen? Haben wir in unseren Städten eigentlich auch, und da bin ich bei unserem letzten Punkt jetzt gerade, Erinnerungsorte an genau diese Weimarer Republik? Wenn man jetzt mal an Leipzig denkt zum Beispiel, muss man glaube ich sehr lange nachdenken, um solche Orte zu finden. Von Denkmälern will ich jetzt gar nicht reden, sondern ich rede von Orten des Denkens, des Nachdenkens. Das können Denkmäler sein, aber es gibt eine Fülle von Denkmälern, die nichts sind, die keine Orte des Nachdenkens sind. Das möchte ich auch hier nochmal sehr deutlich sagen. Mir geht es also um solche Sinnorte, es wurde von sinnlichen Orten gesprochen, aber auch von Dingen, wo man etwas lernen kann, also eine kognitive Erfahrung machen kann, ein Erinnerungsort zum Beispiel. Und der letzte Punkt, der diese Strittigkeit gezeigt hat, war der Begriff der inneren Einheit, über den ja auch sehr vielfältig gesprochen worden ist. Ich möchte nochmal auf den Freiheitsbegriff zu sprechen kommen. Wir haben im Deutschen ja das Problem, wie so oft, dass es im Deutschen nur einen Begriff für viele Dinge gibt. Während man im Englischen eben von Freedom und Liberty sprechen kann, also zwei sehr unterschiedliche Dinge, die Freiheit von etwas und die Freiheit zu etwas, können wir das im Deutschen nicht. Wir können eben nur von der Freiheit sprechen. Und das führt eben dazu, dass es die Freiheit zu der Überwindung von Gewalt genauso gemeint sein kann, wie die Freiheit im Sinne von Freiraum, den man sich nicht nehmen lässt, auch in einer Diktatur, auch in einer autoritären Gesellschaft. Ich bin Bildungshistoriker und bin schon bei Dokumenten des 18. Jahrhunderts darauf gestoßen, dass Eltern zum Beispiel in dieser Zeit gegenüber der Obrigkeit für ihre Kinder eine gewisse Freiheit in Anspruch nahmen, so heißt es in den Quellen, wurde noch mit Y geschrieben. Und das ist natürlich nicht die politische Freiheit, wie wir sie verstehen, sondern es ist durchaus auch heute noch im Freiheitsbegriff diese Ebene drin, nämlich des Freiraums, des Raums, den man selbstbestimmt sehen will, auch gegenüber den Mächtigen. Frau Boos hat uns allerdings darauf aufmerksam gemacht, mit Blick auf Ungarn, dass der Freiheitsbegriff eben auch aus autoritärer Seite, von autoritärer Seite in Anspruch genommen werden kann, indem zum Beispiel eine Umdeutung stattfindet, was die wahre Freiheit ist und was eine vermeintliche Freiheit ist, die wir ja gar nicht erreicht haben 1989, sondern die erst die verdienstvolle Regierung einer bestimmten Partei seit 2010 hergestellt hat. Ähnliches vollzieht sich in Polen. Das sollte auch eine gewisse Vorsicht uns an den Tag legen lassen im Umgang mit solchen Begriffen, wenn in ihrem Windschatten den Grundkonsens, so hatte es Frau Boos gesagt, der Grundkonsens, was ist Freiheit, was ist Demokratie, was ist Rechtsstaat, einfach erodiert, einfach aufgegeben wird und es nur noch eine Fassade bleibt, hinter der sozusagen nichts mehr bleibt. Und weil wir wieder bei Denkmälern sind, schauen Sie sich mal im Internet die Bilder des neuen Nationaldenkmals in Budapest an, was erst vor wenigen Wochen eröffnet wurde, mitten in der Stadt, wo an die Ungarn erinnert wird, die nicht heute im Nationalstaat Ungarn leben, also an das Großungarn vor dem Vertrag von Trianon und schauen Sie sich das tatsächlich an, wie dort ohne jede Form der Mitwirkung durch eine Regierung Geschichtspolitik gebaut wird. Das ist zwar schnell und effizient und das geht auch natürlich sehr effizient, aber es zeigt eben auch, wozu Denkmäler auch dienen können, das denke ich ist klar geworden. Im Nachmittagsprogramm ging es nicht mehr um den, nicht nur, nicht mehr nur um den Freiheitsbegriff, es ging um das Gegensatzpaar oder die Frage des Gegensatzes zwischen Einheit und Freiheit und schließlich brachte Herr Krüger hier noch einen anderen Begriff auf die Tagesordnung, der gar nicht im Programm stand, nämlich den Begriff der Gleichheit. Dann hatten wir sozusagen jetzt hier schon fast die französische Revolution vor uns in ihrem Forderungsprogramm und entsprechend heftig ging es zur Sache um die Frage, ja wie ist es denn nun eigentlich mit der Gleichheit und der Gerechtigkeit bestellt in unserer Gesellschaft um die Ostdeutschen? Ich möchte durchaus persönlich anmerken, dass diese Debatte nur funktioniert und das ist nicht gesagt worden, ich will das nicht vorwurfsvoll meinen, ich bedauere das aber, wenn man sozusagen die Kategorie des Ostdeutschen konstruiert, denn diese Kategorie versteht sich ja nicht mehr von selbst. Wenn man hier in die Stadt Leipzig geht oder in jede beliebige andere ostdeutsche Stadt und auf die Straße geht und sich die Bevölkerungsstruktur ansieht und danach schaut, wie hoch ist der Anteil derer, die sozusagen vor 1989 prägende Erfahrungen gemacht haben, biografisch, die vielleicht auch nur in dieser Zeit geboren wurden, dann schwindet dieser Anteil ja sozusagen schon jetzt und er wird es auch weiterhin sein. Das heißt, Ostdeutsch zu sein ist eine Selbst- und eine Fremdzuschreibung und es ist keine biologische Kategorie. Es gibt keinen Bio-Ostdeutschen, der das irgendwie da eintätowiert hat. Wie ist es eigentlich mit Menschen, die Frage möchte ich schon stellen, die seit 30 Jahren hier leben, aber vor 1989 nicht, die heute vielleicht 50 Jahre alt sind, die also den größten Teil ihres Lebens hier verbracht haben. Wir haben manchmal in dieser Stadt zum Beispiel während eines Oberbürgermeisterwahlkampfs die Debatte, was ist eigentlich ein echter Leipziger, was ist eigentlich ein echter Sachse oder ein echter Ostdeutscher? Kann das jemand für sich in Anspruch nehmen, der hier seit vielen, vielen Jahren Bürgermeister ist oder seit vielen Jahrzehnten hier mit seiner Familie lebt oder eben nicht? Also solche Debatten führen wir und da wird ganz deutlich, dass es eine hochgradig konstruierte Sache ist. Das ist nicht wirklich so, sondern es ist eine im Diskurs konstruierte Gefechtslage, muss man schon fast sagen und das sollte, glaube ich, uns auch sehr bewusst sein. Ganz zum Schluss und das möchte ich jetzt nur ganz kurz halten, denn da ist es sehr eindrücklich jetzt hier geführt worden, Denkmäler. Im Umgang mit Denkmälern, glaube ich, sollte man bedenken oder sollte man sich die Frage stellen, worüber erfährt man eigentlich in Denkmälern mehr? Über die Vergangenheit oder über die Gegenwart? Die Gegenwart ihrer Errichtung selbstverständlich. Das ist bei aktuellen Denkmalsprozessen nach meinem Eindruck sehr klar. Man erfährt in aller Regel sehr viel mehr über die Gegenwart, über unsere Gegenwart. Und man lernt, glaube ich, an gescheiterten Denkmalsprojekten vielleicht sogar noch mehr über die Gegenwart. Jetzt werden Sie sagen, ja, uns geht es doch aber um die Geschichte, uns geht es doch um die Helden von 1989. Das nehme ich Ihnen und allen natürlich sofort ab, aber natürlich geht es Ihnen um diese Themen in der Gegenwart, in unserer Gegenwart. Natürlich stellen wir uns bei Denkmälern immer die Frage, woran wollen wir erinnern? Nicht im luftleeren Raum, sondern heute für unsere Gegenwart und Zukunft. Das sind also ganz gegenwärtige Fragen. Und Geschichte nehmen wir uns hier in unserem gegenwärtigen Handlungskontext, in dem wir uns bewegen, in Berlin und in Leipzig. Und das sollte uns ein bisschen auch die Spannung rausnehmen aus dieser Diskussion. Wir sind nicht mehr in einer denkmalseligen Zeit. Die gibt es in Europa noch, wenn man nach Großbritannien sieht, wo es ganz wunderbare, realistische Pferde und reitende Generäle auch noch gibt. In den USA finden wir sowas. Das gibt es in Deutschland nicht, aus guten Gründen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will. Und wir sollten es uns auch nicht zurückwünschen. Das heißt, dass wir uns damit schwer tun, halte ich persönlich eher für einen Ausdruck von Reife, auch wenn es manchmal schwer fällt, diese Reife zu ertragen und dass man sich das manchmal sehr viel schneller und konkreter wünscht. Zum Schluss, meine Damen und Herren, und jetzt spreche ich auch als Leiter einer städtischen Einrichtung des Schulmuseums hier in Leipzig, also als Kooperationspartner dieser Veranstaltung, möchte ich einen herzlichen Dank sagen für die Kooperationspartner, auch stellvertretend an die Deutsche Gesellschaft in Berlin, das Bildungswerk Sachsen, Herrn Dr. Appelt und Herrn Demel für die wunderbare Organisation dieser Veranstaltung, dass sie auch im virtuellen Raum mit Zuschaltungen so wunderbar stattfinden konnte. Das war wunderbar professionell und wirklich sehr toll organisiert. Und ich möchte Sie ganz zum Abschluss einladen, dass wir uns auf einen Weg machen, nicht in das nächste Jahr nur, ich hoffe, dass dort auch wieder an diesem Ort das Theodor-Litz- Symposium stattfinden kann, sondern ich will Sie schon darüber in Kenntnis setzen, dass wir ja im übernächsten Jahr 2022 den 60. Todesjahr Theodor-Litz erinnern und damit natürlich auch einen Anlass haben, das sage ich auch wieder als Vertreter der Stadtverwaltung in Leipzig, an diesen bedeutenden Mann hier in seiner langjährigen Wirkungsstätte Leipzig, an seine Rolle als Rektor des Jahres 1931, 1932 ist erinnert worden, an diesen bedeutenden Mann in Leipzig in besonderem Maße zu erinnern. Und ich sage auch, dass das auch Aufgabe der Stadt insgesamt in diesem Jahr 2022 sein wird, denn gerade in diesem Jahr wird die Stadt Leipzig ein Jahr, ein Themenjahr begehen, das unter der Überschrift Jahr der Bildung stehen wird, also in besonderem Maße auch um Bildung und die Bedeutung von Bildungsprozessen für die Stadtentwicklung in der Geschichte, aber auch in Gegenwart und Zukunft gehen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Paten als Theodor Litt, als über genau diese Frage zu diskutieren. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann in einer, in einem sehr schönen Litt-Symposium auch 2022 hier wiedersehen werden. In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr und ich spreche damit sozusagen das Schlusswort. Ja, danke schön. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.